Die Häuserfront vor uns, das sind Stufe 3 Häuser. Das sind die momentan höchsten Stufen, die wir in Manor Lords selbst bauen können, obwohl eine vierte Stufe wohl schon komplett geplant sein soll. Naja, nichtsdestotrotz, diese Häuserfront, die wollen wir nicht nur in unserem Dorf weiter rum bauen um den Marktplatz, sondern wir wollen schauen, was das Late Game von Manor Lords zu bieten hat. Wir gehen jetzt in dem Bereich zu gucken, was ist denn alles momentan an Content drin und wie können wir uns dann selber weiter motivieren, um weiter zu spielen. Weiter motivieren hört sich immer so negativ an, aber natürlich brauchen wir auch eine Motivation, um weiter zu spielen. Das ist ja ganz normal. Ich habe mir dafür ein paar Gedanken gemacht, wie wir das jetzt hier aufziehen können, sodass ihr dann hinterher wisst, sobald der Release da ist, aha, das ist also die Menge an Content, die momentan in diesem Spiel drin ist. Man muss dazu sagen, Manor Lords ist natürlich eine Aufbau-Sendbox. Das bedeutet, dass es natürlich auch dadurch definiert, wie ihr hier anfangt aufzubauen, wie ihr hier für euch die Ziele definiert. Es gibt keine festen Ziele, auch wenn wir die am Anfang natürlich auswählen können, mit denen wir dann als Siegesbedingungen gewinnen könnten. Aber baut einfach die Stadt, das Dorf, was ihr selber für euch haben wollen würdet. Ich glaube, so kann man es am besten zum Schluss einmal sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann anfangen, diese Häuserfront überall um den Marktplatz herum zu ziehen. Naja, gehen wir mal rein und gucken uns an, was wir jetzt insgesamt hier alles machen müssen. Das ist nämlich einiges, denn um die Bedürfnisse von denen hier zu erfüllen, brauchen wir gar nicht mehr so viel. Das, was allerdings im Moment am schwierigsten sein könnte, ist das sogenannte Bier. Denn das Bier, das müssen wir über Gerste herstellen. Und Gerste, da haben wir momentan leider nur ein einziges Feld, das jetzt in der nächsten Saison Flachs anbauen wird, beziehungsweise fast brach liegen wird, weil wir nämlich einen Prozent nur noch übrig haben. Und jetzt haben wir auch die nächste Stufe erreicht bei unserer schönen kleinen Stadt. Und wir könnten jetzt zur mittleren Stadt werden, indem wir zehn von den Häusern hier drumherum bauen. Freue ich mich sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird ein cooles Ding, das wird ein gutes Ding. Vorher schauen wir noch einmal kurz hier drauf. Brennstoff fehlt uns ein klein wenig. Bölkstoff, da fehlt uns ein bisschen. Geil, das wunderschöne guten Tag. Nie ehrenloser Verräter, da gibt es tatsächlich immer noch keine. Ich bin immer noch am Hin und Her überlegen. Äh, wir werden deswegen noch mal eine Brennholzhütte bauen. Die Brennholzhütte, die packen wir hier oben hin. Also es scheint so, als wenn wir hinterher noch mal neue Gebäude dafür bauen müssen manchmal, damit wir die dann komplett versorgen können. Aber wir haben ja auch schon 219 da. Mein Ziel wird sein, zu gucken, dass wir hier vielleicht noch auf 500 auf jeden Fall hochgehen, damit ihr auch Performance im Late Game so ein klein wenig sehen könnt. Und was wir ebenfalls noch versuchen werden, ist, äh, ja, das reicht. Wir werden jetzt erstmal auf die nächsten Stufen warten und höher gehen. Ich werde jetzt hier alles upgraden. Das soll sich jetzt hier, so gut es geht, soll das, ähm, soll das alles hier steigen. Und wir werden jetzt hier drüben auch nochmal in Stufe 3... Oh, ich freue mich so, wie das aussehen wird. Ich bin so gespannt, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was ist denn das Late Game und das Ziel? Das kommt drauf an, wie du das für dich selber definierst. Also du kannst am Anfang drei Ziele definieren. Die sind für mich aber mehr Randerscheinung. Also zum Beispiel erobere alle Territorien, äh, erreichen bestimmte Stadtrang. Oder ich weiß gar nicht, was die dritte Bedingung ist. Aber insgesamt ist es für mich einfach hochbauen, alles bauen, alles bauen. Einmal auch für euch, damit ihr das alles sehen könnt. Und, äh, vor allem zu zeigen, was man danach machen kann. Schnullhuber, einen wunderschönen guten Tag und Usmix, hallo. Wir können jetzt gleich schon mal da drauf gehen, was wir denn nämlich noch machen könnten. Damit wir das tun können, brauchen wir eine bestimmte Sache, Lex. Dankeschön für deinen Follow. Und zwar brauchen wir Gold. Um das Gold zu bekommen, ihr seht schon hier drüben, da sind Tuniggute. Und diese Tuniggute werden wir jetzt direkt am Anfang einmal überfallen. Wir haben sowieso gerade Winter, das heißt, wir können eh nichts anbauen. Also, macht euch bereit. Marsch, marsch. Auch unsere Gefolge losschicken. Wir werden dafür alle mobilisieren. Ihr müsst aber nicht alle mobilisieren. Ihr könntet auch einzelne losschicken. Aber im Winter brauchen wir zum Beispiel auch das Bauernhaus nicht. Sodass das dann, äh, auch, äh, durch die Frauen geführt werden kann. Zack, da machen wir uns auf den Weg. Und wir werden natürlich auch nochmal schauen, dass wir immer, wenn wir die Ressourcen haben, äh, die Häuser hier upgradet werden. Damit das dann wirklich rundherum eine schöne, feine Sache ist. Bin vor allem gespannt, wie das Haus hier hinterher aussehen wird, wenn wir das auf Stufe 3 bringen. Das wird sehr, sehr interessant werden. Angelos Moinsen, hallo. Wie lange wir gestern gemacht haben? Ungefähr 5 Stunden war der Gameplaystand von gestern. Ja. Okay. Sehr gut. Das hier werden wir auf jeden Fall als kleines Bauerdorf lassen. Das werden wir hier noch ein bisschen ausweiten. Und wir werden hier, glaube ich, Stufe 2 Häuser in der zweiten Reihe machen. Dass wir das wirklich so haben, dass der Kern der wichtige Bereich ist. Ja. Und der Rest drumrum, das sind halt diejenigen, die einfach, die einfach bei uns sind. So, die Banditen kommen uns sogar schon entgegen. Ach, ist das nicht nett, wenn das Essen auf Rädern ist? Ha, versteht ihr? Weil, naja. Ich drücke übrigens häufiger Leertaste, wenn es in den Kampf geht, weil ich irgendwie verballert bin. Und wir wollen natürlich auch nochmal den Bogenschützen hier nach vorne bringen. So. Wir bringen alle anderen zum Standhaften. Und jetzt können wir nämlich schon mal sehen. Total War Style mit der Leertaste. Genau. Das ist es tatsächlich. Der Total War Style. Und jetzt sehen wir hier schon, wie die ihre Pfeile losschicken. Los, schießt auf sie! Lasst die Salve regnen! Leider haben wir niemanden erwischt. Klar, weil die ja natürlich auch die Schilde hochhalten. Da haben wir den Ersten! Stehe! Einen grauenvollen Tod. So. Und jetzt seht ihr, wie hier drüben unsere Schwertträger die Position halten. Ja, das war schnell, weil wir natürlich eine sehr, sehr starke Armee haben. Aber, äh, ja, gut. Das war sehr, sehr schnell. Äh, die richtigen Kämpfe sind auch nicht die gegen die Vagabunden und gegen die Vasallen, sondern, äh, gegen die Vagabunden, sondern die richtigen Kämpfe sind natürlich die, die wir dann auch gegen die anderen Fürsten auf dem Schlachtfeld durchhaben, ne? Lord, Maunkas, Lumpi, moin, moin, hallo. Wie der Axtkämpfer die Bild, äh, auf dem Bild die Axt hält. Ja. Ich freue mich schon auf die Reiter. Reiter gibt es aber momentan noch nicht im Spiel. Oder ich hätte sie momentan noch nicht entdeckt. Das kann natürlich auch sein. Kann man hier auch aus der Lord-Perspektive zuschauen? Beim Kampf? Ja, aber du kannst halt nicht steuern. Deswegen habe ich es noch nie gemacht. Aber du kannst immer in die Lord-Perspektive gehen. Der Lord ist halt jemand, der, äh, ignoriert wird, ne? Also der ist, der ist quasi nur für euch sichtbar. Ist kein Charakter im Spiel. So, dicker moin, hallo. Also kein Modell im Spiel, falls man es eher so sagen möchte. Weiterlaufen können die leider nicht. Okay, ja, den Rest lassen wir hier. Weißt du, ob geplant ist, dass man auch Stadtmauern, beziehungsweise Burgen bauen kann? Eher weniger, eher weniger. Weil Stadtmauern ja natürlich auch ein großes Gut dann da sind, ne? So, Stufe 3. Muss immer flüssig sein, überflüssig, wirklich ignoriert. Hallo, der Chef ist der wichtigste von allen. Der Händler, das hier sind nämlich, äh, fahrende Händler, die immer wieder von Dorf zu Dorf gehen. Hörst du auf zu husten? So. Das packen wir uns jetzt in unsere Schatzkammer rein. Ja, nee, ist klar. Ach. Warum ich das gesagt habe, ist, wir brauchen nämlich 250 Gold, um Siedlerlager zu errichten. Wir haben... Nicht 250 Gold, genau, richtig. 100 Kommie-Punkte für dich. Der läuft doch zu Fuß. Ja, aber der fährt auf einem imaginären Luftfahrrad. Ist das jetzt zu viel verlangt? Wir wollen das Ganze hier mal besteuern. Wir machen mal 20% Grundsteuer. So. Auch wenn das auf Mino 16 geht. Aber ich meine, cool, 92% Zufriedenheit. Jeder will in Ranger-Stan leben. Ich meine, in Immen-Ranger. Maurice hat die Holzwand gebaut als Schutzwand. Meinst du die vom Herrenhaus? Oder welche meinst du jetzt genau? Weil eine Holzwand an sich... ...kenne ich sonst gar nicht. Ripper, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Also, ich will aber auch gar keine Holzwand an sich bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zufrieden damit. Ich kenne nicht viele Städte mit einer Stadtmauer noch heutzutage. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Stadtmauern überhaupt vergeben worden sind. Ja, beziehungsweise gebaut worden sind. Wir haben einen Punkt wieder zur Verfügung. Wir könnten Dünger nutzen oder wir könnten uns Streuobst holen. Ich bin ehrlich mit euch. Ich glaube, wir nutzen einmal Dünger. Weil das für uns schon ein relativ wichtiger Posten ist. So. Hier seht ihr jetzt drüben, wie sich das nächste... Die Stufe 3 Häuser unterscheiden sich allerdings eher weniger, ne? Nur die Nebengebäude. Im Mittelalter praktisch jede Stadt. Aber das ist ja der wichtige Punkt. Stadt. Wir sind ja im Regelfall ein Dorf. Weil jetzt gerade kommen wir erst zur Stadt hoch. Das heißt, wenn das Lake-Game sich ausbaut in dem Spiel, dann könnte man vielleicht ne Stadtmauer noch mit reinbringen. Wir sind jetzt... Als nächste Stufe bekommen wir nämlich erst... Also, wir haben jetzt erst den Stadtstatus bekommen. Als nächste Stufe bekommen wir erst die mittlere Stadt dazu. Genau, zur Zeit noch viel zu klein. Das war nämlich auch mein Gedanke da drin. Bin gespannt, wie die Schmiede aussieht bei Level 3. Ja, die werden wir als nächstes hochleveln, wenn wir acht Bretter haben. Als Stimme, man musste sich das Recht für ne Stadtmauer holen, ne? Oh mein, Adams, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Neulcher Schutz gesucht haben, während die Felder verbrannt wurden. Ähm, das Herrenhaus soll wohl auch noch ne zweite Stufe bekommen. Die ist wohl auch nicht mehr allzu weit weg, habe ich gehört. Bin ich auch gespannt drauf. Oh, Bull, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ähm, lasst uns nochmal gucken. Hä, wo kommen die denn her? What the hell? Ganz schnell aber zu den Waffen. Alarm! Alarm! Wo kommen die Briganten her? Moment, da hat sich ein neues Lager... Nicht euer Ernst, da hat sich ein neues Lager in der Sekunde gegründet, als wir das Lager abgebaut haben. Ich glaube nicht, dass das sein soll, oder? Ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen zu schnell gewesen. Das heißt, wir können die Steuern wieder auf Null bringen. Damit die Zufriedenheit oben bleibt. Mehr Beute für uns, ja. Du hast im Bienennest gestochen. Aber wir müssen halt... Ihr seht jetzt, wie sich die Leute auf einmal anfangen, hier zu sammeln und von überall her gerannt kommen. Mein Herr, wir sind gar nicht bereit. Ich habe gerade die Unterhose ausgezogen. Stellt euch mal vor. Ihr wart gerade eben, habt ihr euch noch mobilisiert. Und dann zieht ihr euch wieder zurück. Und plötzlich ruft der Herr... Nein, ich habe mich vertan. Entschuldigung. Jetzt. Ah, schön. Mit ihren großen Schilden. Also die Sperrträger sind wirklich sehr, 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 sehr effektiv. Mit ihren großen Schilden. Da könnt ihr schon einiges machen. Gleich in den Lord-Modus. Ich muss jetzt erstmal kurz hier schauen. Dark, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Okay, wir gehen mal in den Lord-Modus. Wir schauen uns das mal an. Ob das hier dann auch geht. DJ Hunter, danke schön für deinen Follow. Hype, hype, hurra. Oder auch Männerlords genannt. So lasst mich meine Fronten inspizieren. Muss hier durch. Töte ihn. Töte ihn. Ich werde jeden von euch... Halt, stopp. Deswegen mag ich nämlich nicht diesen Modus an dem Kampf zu wählen. Jetzt werden die uns nämlich fast durchgerannt. Wenn nix, morgen. Wir nehmen natürlich auch zurückziehen bei denen. Die müssen sich da nicht mitmessen. Aber ihr seht, die halten sehr gut durch. Die halten sehr gut durch. Stecht gefälligst her dazu, ihr Anfänger. Wir nehmen für den hier Ansturm. Damit der... Ja gut. Aber er bekommt dann noch einen Angriffsbonus. Genauso wie für die hier. Dann nehmen wir auch nochmal einen Ansturm. Wenn wir sagen wollen... Also es gibt Friendly Fire. Das können wir hier mit einstellen. Nee. Wo ist denn das jetzt? Ach, guck mal an. Kam ein Update raus? Hier war... Ihr habt aber auch gestern noch einen Knopf hier ebenfalls gesehen, ne? Dass man Friendly Fire nutzen kann. Das ist ja interessant. Okay, jetzt ist es weg. Huh. Ich mag aber in der Tata-Arealismus irgendeiner Ego-Perspektive. Wie zum Beispiel Bannerlord aus der Vogel-Perspektive ist es zu leicht. Du bist einfach ein guter Stratege. Daran liegt das, Gerick. Aber ja, du kannst halt nicht mitkämpfen, ne? Du siehst es halt nur. Und kannst da nicht steuern oder eingreifen, ne? Friendly Fire ist das Ende des Jahres. Ach, guck mal an. Aber wir hatten schon... Da war das ein Bug. Wir hatten nämlich gestern schon die Anzeige hier unten. Und hätten uns das auswählen können. Deswegen dachte ich, das wäre schon dabei. So. Wir holen uns jetzt erstmal wieder jemanden zur Leichengrube. Die müssen nämlich jetzt hier die Leute verscharren. Wobei, wir können die doch einfach auf dem Feld liegen lassen, oder? Die düngen uns doch auch so ein bisschen. Die Möglichkeit bestünde. Und wir schnappen uns das dann hier. Ab in meine Schatzkammer. Sehr schön. Wir haben Dünger freigeschaltet, ja? Okay. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Bereich, was man dann so ab dem Late Game machen wird. Nämlich, ihr habt natürlich euer Dorf hier schon aufgebaut. Ihr habt hier schon einiges gemacht. Ihr seid schon mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Das heißt, ihr werdet danach anfangen, euch Territorium zu holen. Wie zum Beispiel hier unser Ranger-Lore. Und dieses Ranger-Lore könnt ihr dann besiedeln, indem ihr bei Verwaltung auf Siederlager draufgebt. Und mit diesem Siedlerlager, das ich übrigens, ähm, hierhin bauen werde, glaube ich. Ja, doch. Das baue ich mir hierhin. Zack. Könnt ihr dann auswählen, was für eine Siedlungsoption ihr hier wählen wollt. Die gibt es leider momentan noch nicht anders hier. Ja, wir müssen im Moment immer Stadt nehmen. Aber es wird zum Beispiel die Möglichkeit geben, Bauerndorf zu spielen. Es wird die Möglichkeit geben, Walddorf zu nehmen. Oder auch ein Bergdorf. Was das hinterher für zusätzliche Optionen bietet, keine Ahnung, kann ich noch nicht auswählen. Ich sehe das nur hier drin im Bild. Und ihr könnt dann auswählen, wie viele Startvorräte ihr denen hier einmal mitgeben wollt. Wie viel Gold ihr denen mitgeben wollt und ähnliches. Das haben wir jetzt hier leider nicht mehr. Das kann man schon auswählen. Also durchschnittlich konnte ich schon mal auswählen. Ähm, damit die halt einen kleinen Startbonus bekommen. Und wenn ihr dann sagt, confirm, dann werdet ihr hier reingeschmissen in Rangerlohe. Und Rangerlohe hat dann hier... Wo ist es? Da. Hat dann dieses kleine Dorf hier. Und hat daraufhin Familien, die hier arbeiten werden. Es gibt Stadt, Bauerndorf, Walddorf und Pott. Genau. Das gibt es. Und dann können wir nämlich anfangen, jetzt hier, so wie wir drauf sind, ein ganz kleines, kleines Lager drumherum zu bauen. Ein kleines Gelager drumherum bauen. Wow. Wunderschön. Diese Gebäude hier sollen die alle bauen. Ja. Und sollen sich dann von mir aus auch noch... Nee, einen Jäger werden wir noch bauen. Das heißt, wir bauen hier auch noch einen Jägerstand hinterher. So, dann setzen wir uns da hin. Und das heißt, solltet ihr jetzt unzufrieden sein mit dem Dorf, das ihr gebaut habt, aus welchem Grund auch immer. Dann könnt ihr tatsächlich hiermit einfach wieder von vorne anfangen. Ohne, dass ihr einen neuen Spielstand starten müsstet. Was das Ganze natürlich nochmal deutlich interessanter macht, weil wie häufig ist es, dass man ein Dorf startet und dann sagt, boah, jetzt würde ich richtig, richtig gerne mal neu anfangen. Und will aber keinen neuen Spielstand dafür starten. Tremo, guten Morgen. Kraftikus, guten Morgen. Hallo, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt heute alle einen schönen Tag bislang gehabt. Hallo, hallo. Hello again. Ich sag einfach, hello again. Will euch so gerne wiedersehen. Keule, danke schön für die fünf verschenkten Subs. Sehr, sehr lieb von dir. Herr Floki, wunderschönen guten Morgen. Hallo. So, aber wir werden natürlich das hier auf die höchste Priorität packen, damit das auch am ehesten gebaut wird, ne? Nicht, dass hier irgendwo auf einmal anders weit die Holzstämmer gebraucht werden. Und jetzt guckt euch das mal an, wie das hier im dichten Wald aussieht. Wir sind da, guten Morgen. Exit-Opa, hallo. Truppenauflösen machen wir gleich. Das ist natürlich recht. Sieht das geil aus? I would say yes. Oh, einen guten Morgen. Schön. Die Ruhe ist eine Krankheit. Nee, die Ruhe ist nicht nur eine Krankheit. Die Ruhe ist auch ein Fluss hier. Neben dem Rhein. Ich entwickle mich immer mehr zu Frank Sinatra. Genau, Köchilein, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Okay, ähm, wir müssen aber hier noch die Soldaten auflösen. Das war ein guter Hinweis, weil sonst werden wir nämlich nicht mit voller Effektivität hier überhaupt noch irgendwas produzieren. Das, was wir machen wollen, ist das auf jeden Fall nochmal nach oben pushen. Ist denn hier oben schon der Brennholz? Nee, Brennholz ist auch leider noch nicht durch, aber ihr seht, hier wachsen immer weiter. Wir wachsen immer und immer weiter. Ich finde es immer absolut Hammer, dass man von Anfang an von einer Person jetzt in die Truppe gemacht wurde. Ja, absolut. Wie war es nochmal? Äh, es sieht geil aus. Mir aber auch nicht, genau. Es sieht geil aus. Es sieht, äh, grandios aus. Mir aber auch nicht so ungefähr. Der Arbeitsbereich ist leer, der Wildbeuterhütte ist aber auch nicht schlimm. Die können wir da alle zugewiesen lassen. Jetzt haben wir langsam den Punkt erreicht, an dem wir uns wirklich keine, äh, Gedanken, Gott sei Dank mehr machen müssen, wie das hier weitergehen kann. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll mit uns. Oh Gott. Wir können hier nochmal zwei zuweisen. Und wir können auch nochmal welche zum Eisenerz zuweisen. So. Und Slyphonschein, Dankeschön für deinen Sub im dritten Monat. Ist eigentlich der Ochse noch eingeklemmt? Popelius sagte gestern, dass er in Spielen-Neustadt gegen Ochsen-Bugs hilft. Weiß aber nicht, ob es auch eingeklemmte Ochsen hilft. Äh, nee. Wir haben das einfach ein bisschen hin und her geschoben. Dann ging das schon. Dann ging das schon. Aber uns fehlen gerade zwei Ochsen, fällt mir gerade mal auf. Na ja, passt schon. Passt schon. Slynd, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Okay, das hier wird, wie gesagt, das erste, was wir uns erstmal werden. Und dann werden wir uns hier so eine kleine Waldzielung dran packen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wald, die Waldstadt, dann hinterher einen Bonus auf, äh, Forstwirtschaft zum Beispiel geben könnte oder ähnliches. Soulpack, Dankeschön für deinen Sub im zweiten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Haben wir denn schon die zehn Zuschauerinnen und Zuschauer da, die standartmäßig bei Ranger sind? Sind alle zehn, sind alle zehn schon da? Einmal durchzählen. Ich sehe hier eins. Erst neun. Plus. Minus fünf. 69. Plus, plus. Sieben. 42. Aha. Na gut. Oh, 342 meldet anwesend. Um die Uhrzeit bin ich geistig nur ein 16. Ich sage dir, ich bin erst um zehn vor neun aufgestanden heute. Ne, vier vor neun. ATP aber auch sowas von. Wir sind tatsächlich, haben wir schon mal überlegt, an der Mathe-Olympiade teilzunehmen, aber damit haben wir nicht gerechnet. Ja. Ja. Gut. Okay, machen wir weiter. Ähm. Okay, hier bin ich richtig. Wie wäre es mit einem Flachwitz um die Zehen zu knacken? Wie macht ein Uhu, ein Uhu mit Sprachfehler? Uhu. Mehr kann ich gerade noch nicht aus meinen Reserven hervorloggen. Okay. Ähm. Warum scheitert es denn gerade an den Brettern? Warum scheitert es gerade an den Brettern und warum sind die Ochsen? Also, wo sind die Ochsen? Wir haben nur, wir haben jetzt keine, wir haben keine Ochsen hier. Wir haben hier Ochsen, Endres und Ott. Ist hier unten ein Ochse zugewiesen? Ich weiß nicht, wo die anderen beiden Ochsen sein sollen, ne? Hier oben ist noch ein Ochse. Da ist der Peder. Da ist der Peder, der kommt später. Höhöh. Höhöhöh. In Ranger-Loh vielleicht. Ne, da wird der nicht hier angezeigt werden, weil das ist nämlich nochmal ein eigener Viehbestand, der hier angezeigt wird. Maximus Taken, wunderschönen guten Tag. Lass uns nochmal gucken. Also die vier werden uns auf jeden Fall angezeigt, aber die werden auf jeden Fall nicht im Stall gehalten. Na gut. Forscher haben wir rausgefunden, sind aber wieder reingegangen. Ja. Auch das wollte ich nochmal hervorheben, ne? Auch das war, auch das ist ein wichtiger Punkt. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir können natürlich auch den Witz von gestern nochmal hervorheben, wenn ihr wollt. Sollen wir den Witz von gestern nochmal hervorheben? Männer Lords, männliche Herrschaft. Sollen wir den nochmal ein bisschen forcieren? Nein! Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber guckt euch mal die Fassade an. Aber mit Zeichnung. Das war gut. Der Shed wird brennen. So, okay. Eine Schiene gefallen. Hat nicht wehgetan. Das war eine Weiche. Boah. Boah. Allerdings, da grüßt ich. Aber guckt euch mal die Stadtfront an. Also das hier macht schon wirklich was her. Auf Stufe 3. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass das Hauptgebäude immer gleich aussieht. Mit minimalen Unterschiede. Warum ist hier eine Leiter dran? Da hat einer die Leiter vergessen. Mit minimalen Unterschieden. Aber das kann man ja noch ändern. Ich meine, das ist ja das Late Game Content. Das ist ja ein Early Access Spiel, das rauskommt. Also nicht verwundert sein darüber. Das waren jetzt aber gerade Häuser. Beziehungsweise das waren jetzt die einfachsten Häuser, sage ich mal. Lass uns mal gucken, wie es dann hinterher bei der Schmiede aussehen wird. Wenn wir die Schmiede hier auf diesem Grundstück hinterher hochpacken werden. Ein Leerzeichen vergessen wurde. Das heißt Men or Lords. Ist ein schönes Wortspiel dann auf jeden Fall. Aber gibt es das irgendwie im Englischen? So einen Satz Men or Lords? Oder ist das ein berühmter Satz aus einer Serie? Weil den kenne ich tatsächlich ja weniger. Mein Name ist Britt mit B. Wie der Klebestift. Oh Gott. Mein Gott. Oh Gott. Das ist Willen. Ach. Hi, du witziger Kapitän. Well. That escalated quickly. So, wir werden hier oben, werden wir den Bereich aber nutzen, um mal wenigstens ein paar einzelne Häuser zu bauen. So. Den werden wir verkleinern. Und natürlich hier ein paar. Wir bekommen hier große Dinger. Große Dinger sonntags morgens mit Ranger. So. Okay. Man o' War. Segelkriegsschiff. Mori moin. Wichtig. Dreckiges Geschirr schimmelt nicht, wenn man es einfriert. Ja. Tatsächlich kann man auch sagen, ähm, dreckiges Geschirr schimmelt nicht, wenn ihr das dreckige Geschirr nehmt und wegschmeißt und einfach was, äh, einfach neues Geschirr kauft. Macht das nicht jeder so? Machen wir das einfach nur als, als überbezahlter Content Creator, der für Videospiele bezahlen, äh, Videospiele spielen bezahlt wird? Ich finde, ich bekomme noch zu wenig für meinen Job. Ich sollte noch mehr bekommen, damit ich, äh, damit ich, äh, mir dann jedes Mal neues Geschirr kaufen kann und nicht mehr abspülen muss. Also, nutzt eure Prime Subs und bringt mir unendlichen Reichtum. Ich mache das mit Kleidung. Ja, ich mache das mit Unterhosen. Beziehungsweise irgendwann habe ich angefangen, einfach mir keine Unterhosen mehr anzuziehen. Dann ging das schon ganz gut. Ich bin ja mal gespannt, wie das sich hier aus, äh, wirken wird. Wir können ja hier Gerste eigentlich mal anpflanzen, ne? 50 Prozent, das sollte schon gehen. Gerstin! Und die Leichen müssen immer noch bestattet werden. Jarek, Lord Jarek läuft immer rüber und schnappt sich das. Wir sind auf Pappteller umgestiegen, spart eine Menge Wasser. Glaube ich. Musst du nach Arakis und Spice abbauen, soll angeblich unendliche Reichtum sein. Lokusbürsten packe ich mir auch immer in die Spülmaschinen, seitdem brauche ich mir keine neuen mehr kaufen. Äh, man muss die aber auch dazu packen, wenn gerade eben, ähm, wenn das, wenn du auch dein Essensgeschirr dazu hast. Ja? Dann geht das auch vollkommen, das ist dann auch, ja. Todi, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Also wir brauchen auf jeden Fall Holzteile mal zum, und Werkzeuge auch zum Bauen, aber jetzt gerade noch nicht. Wir schauen uns mal weiter an, welche, welche Gebäude wir hier tatsächlich noch bauen können. Also die sind ja uns gesperrt, die sind ja bei uns gesperrt. Die haben wir schon gebaut. Und Logistik, wir könnten noch eine Packstation bauen für den Tauschhandel hinterher. Deswegen werden wir uns auf jeden Fall auch schon mal eine Packstation setzen. Die packen wir uns dann auch hier hin, dass die direkt da vorne mit dabei ist. So. Thunderbolt, moin und The Real Miralo, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Hallöchen. Dann wollen wir bei dem Wohngebäude auch noch mal schauen. Hofstätten, die haben wir gebaut. Den Brunnen haben wir gebaut. Marktplatz. Die Sachen können wir nur mehr über den Handelsperk freischalten. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Landwirtschaftlich haben wir die beiden Bereiche. Das haben wir auch alles schon gebaut. Industrie. Wir bräuchten noch eine Dorfschmiede. Die Dorfschmiede kann auch aus Eisenbarren dann die Werkzeuge herstellen. Die Frage wäre halt, wofür wir die Werkzeuge brauchen, aber das sehe ich jetzt gar nicht so schlimm. Ansonsten, das haben wir gebaut, das haben wir. Das, das. Das, eine Wehberei haben wir und wir haben die Färberei sogar gebaut. Also die Dorfschmiede wäre auch auf jeden Fall noch etwas, was wir uns liebevoll hier in den Garten zimmern könnten. Zum Beispiel dahin. Beim Handel haben wir die hier gebaut. Das passt auch. Dann haben wir bei der Verwaltung das gebaut. Das heißt, wir haben jetzt wirklich jedes Gebäude hier in dieser Stadt gebaut. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist jede Verbesserung in diese Stadt gebaut. Eine Bäckerei haben wir, das haben wir. Eine Rüstungsschmiede haben wir nicht, die müssen wir freischalten. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Doch, wir haben auch jede Verbesserung. Das heißt, dieses Dorf hier ist wirklich von seinem Gebäudestatus her bei 100%. Also hier haben wir wirklich 100% von allem genutzt, was wir irgendwie zur Verfügung hatten. Tyrael, ein wunderschönen guten Morgen, hallo. Ich grüße euch alle ganz recht herzlich. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Wir gucken jetzt nochmal hier drüben hin. Hier werden wir nämlich jetzt gleich auch nochmal, wie ist es von der Performance her? Bislang einfach noch wunderbar. Also wir sind jetzt hier bei 250 Leuten. Also ich kann es dir hier unten einzeigen. Ich habe 144 FPS durchgehend. Egal wo ich hingehe, egal was ich mache. Auf jeden Fall ist ja einer der Hauptfokusse dann auch die Möglichkeit, dass wir uns immer wieder eine neue Stadt hinterher hier bauen können. Das sollten wir auf jeden Fall auch nicht außen vor lassen. Wenn wir das dann hier oben bauen, haben wir denn das Gebäude hier gebaut, das Jägerlager? Ja. Das heißt, wir setzen hier das Jägerlager hin. Hunting Limit lassen wir mal bei 10. Krieg! Jetzt gibt es hier gerade keinen Krieg. Aber wir können uns schon mal das hier in der Mitte holen. Mit Einfluss beanspruchen? Ja. Damit uns das hier nicht die KI noch wegschnamen möchte auf einmal. Heute Morgen zwei Biber beim Fressen beobachtet. Es gab Steak. Mr. Grimlock, grüß dich. Mein PC ist aber auch kein Maßstab. Das muss man aber wirklich dazu sagen. Der ist schon overperforming. Sag ich mal. Danke an Case King. Also wir haben hier wirklich einen zu großen Marktplatz gebaut. Ihr könnt euch jetzt schon mal merken, bei einer Stadt mit 225 Einwohnern braucht man ungefähr viele Marktstände haben wir jetzt hier. 60 Marktstände kann man hier, glaube ich, lassen. Den Rest könnten wir tatsächlich schon wieder vollbauen. Wisst ihr was? Auch wow einfach. Warum sollen wir das nicht machen? Ich mache es einfach. Ranger macht es einfach. Wow, weil er so krass ist. Wir bauen das zum Beispiel mal hier hin. Und hier hin. Dann sieht das nämlich noch cooler aus hinterher. So. Ah, Bannerlord. Ah, du weißt doch, dann äh... Ich guck mir das doch... Ich guck mir das doch nie an. Guck mir das doch nie an. Da muss ich mir ja wieder was ausdenken, ne? Okay, wenn wir heute 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen, dann werde ich ein Gedicht aufsagen, das über die Schönheit von euch als Chat handelt. Ja? Ist das ein Deal? Kaka, dankeschön für deinen Follow. Wenn wir über 1000 kommen, gibt es ein Gedicht über die Schönheit von euch als Chat. Und ich darf das... Ich muss das ernst meinen. Ja? Also nicht hier irgendwie... Hohoho. Lied. Ne, Lied nicht. Gedicht. Haha. Kaka und Haha folgen nacheinander. Ja, dankeschön für eure Follows. Ne, lass mal. Okay, dann nicht. Aber nicht von KI. Ne, ne, selbst gemacht. Handelt, guten Morgen. Lasst euch nicht... Ja, da gibt es ja kein Gedicht von mir. Okay. Ja, also da will mal Ranger mit Poesie und Literatur glänzen. Poesie und Literatur. Und dann kommt sowas. Zani, dankeschön für deinen Follow. Da trauge ich dir drüber, wirklich. Heller nur wunderschön, guten Morgen. Und dann werden wir also... Wir werden auf jeden Fall hier unseren kleinen... Unser kleines Dörfchen reinbauen. Das hier wird sich versuchen... Also während das hier eine Großstadt werden soll... Das ist ja auch ein bisschen so angelegt. Ist ja auch ein bisschen gerader gezogen. Wird das hier wirklich eine natürliche Waldsiedlung werden. Ähm, ja, genau. Ne, ihr dürft nicht entscheiden, was ich mache. Das ist ja hier... Hier ist ein Gedicht zu Menelords. Die Ziege. Eine Ziege stand einsam auf einem Feld und blickte traurig in die Welt. Sie rief eine zweite Ziege dann herbei und gründete eine Ziegelei. Ich muss gerade meine Emotionen ein bisschen zurückhalten. Es könnte nämlich sein, dass ich... Dass ich sonst weinen würde. Ich habe gerade die Tränen nämlich verdrückt. Aber die liegen immer noch hier, ne? Also die brauchen schon länger, bis die da oben hingelaufen sind. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, wenn sie die toten Körper von hier aus durch den Wald einen Berg nach oben schleppen müssen. Und dann hier oben in der Leichengrube verscharren, warum die noch nicht so viel schneller durch sind. Und Wuchtbrummel. Dankeschön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb von dir. T-Roc, hi. Grüß dich. Wunderschönen Sonntagmorgen auch an dich. Hallo. Wir schauen nochmal. Wir müssen hier hinten das Banditenlager auch noch platt machen. Das können wir eigentlich auch nochmal jetzt machen. Wenn wir gerade schon dabei sind, können wir eigentlich jetzt nochmal unsere Armee mobilisieren. Weil das ist ja sowieso in unseren Gefilden drin. Und bringen die dann einmal hier vorne hin. So. Oh, Jax, moin. Jetzt möchtest du in Ranger-Lure spezialisieren. Äh, Ranger-Lure werden wir auf die Forstwirtschaft spezialisieren. Hier sind wir auf die Felder spezialisiert. Hier gehen wir auf die Forstwirtschaft, weil wir nämlich hier ein wildes, üppiges Vorkommen haben. Ich muss aber nochmal ganz genau schauen. Kann auch sein, dass wir vielleicht was anderes machen werden. Also hiermit hätten wir dann die Forstspezialisierung. Und hiermit war ich... Ach, hier haben wir halt unendliches Lehmvorkommen. Ich kann es noch nicht zu 100% sagen, muss ich auch irgendwie dazu gestehen. Das müssen wir nochmal schauen. Auf jeden Fall wird das hier keine allzu große Stadt werden. Vielleicht machen wir das mit dem Lehmvorkommen noch irgendwie. Honig incoming. Ja, wir dürfen aber nicht zu spät auf tiefe Schächte gehen. Weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass die Lehmvorkommen und Eisenvorkommen weg sind. Und das müssen wir vermeiden. So, wir setzen uns dann nochmal hier oben hin. Wir gehen auch hier hin. Und die bewegen wir dann dorthin. Die Armee ist übrigens immer noch nicht sonderlich groß, die VR. Also da geht noch ein bisschen mehr. Und zwar wollen wir nochmal kleine Schilde herstellen. Aber machen wir gerade gar nicht, weil die Tischlerei nicht arbeitet. Doch. Warum hat die denn dann so wenig kleine Schilde hergestellt? Seltsam. Arbeit Einhorn, grüß dich. Stratege macht's gut. Einen angenehmen Sonntag auch. Schön, dass du da warst. Was ist denn das hier für ein wildes Durcheinanderrennen? Ich hab mein Pausenbrot vergessen. Wo ist der Spieß? Ich hab meine Anzugschuhe nicht gefunden. Schnell, schnell. Sonst müssen wir nochmal extra Runden drehen um Sportplatz. Die Kamera dreht sich schon wieder wild. Ja noch, moin. Oh Gott, ich hab rausgedrückt. Entschuldigung! Was ist denn jetzt los? Die Maus ist nicht an den Bildschirm gebunden, wenn ich das angemacht habe. Also nicht wundern, wenn auf einmal Ton weg ist und ich rausgetappt bin und irgendwo anders fliegen wir auf einmal hin und weiß ich nicht was. Ei, ei, ei. Aber Gewalthaufen war ja eine richtige Taktik, glaube ich, ne? Gewalthaufen war gar nicht so, ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Da war ja richtig, da war ja richtig was hinter. So. Alter Mann am Zocken, grüß dich. Hast du den Farbfilm vergessen, mein Michael? Mit extra Runden um den Platz kennst du dich ja aus. Nee, ich war immer nett und lieb. Gott sei Dank, die Ziegelei-Elite eilte auch schon Ranger herbei. Mit der Ziege in der Hand schreitet er nun durchs Land. Bietet Feil seine Ziegen und gönnt sich auch ein Müsli-Riegel. Das Geschäft sogar kein Flop, gesponsert auch bei Waterprop. Ersteck werden. Wir hätten gar nicht alle mobilisieren müssen, da ist gar keiner. Dann können wir dich ja wieder zurückbewegen. Das sind die, die angegriffen haben mit uns gemeinsam. Kiosho, danke schön für dein Start im siebten Monat. Immer wieder unterhaltsam. Vielen lieben Dank, sehr lieb von dir. Du bist auch immer wieder unterhaltsam. Ich wollte ein Kompliment zurückgeben. Man wird eigentlich Frühling. Da fällt mir ein, wann wird es wieder richtig Sommer. Sommer, wie es früher einmal war. Mit Sonnenschein von Juli bis September. So ungefähr. So, die bauen dann auf jeden Fall jetzt hier noch raus. Das wird aber auch ein bisschen dauern. Ihr wisst ja, wie lange das am Anfang bei uns im ersten Dorf gedauert hat. So lange wird das natürlich auch hier drin dauern. Also es wird jetzt nicht auf magische Weise auf einmal deutlich schneller hier vonstatten gehen. Das ist ja wohl ganz klar. Und hier werden wir uns dann nochmal ein Forst-Wirt hinbauen. Und den Forst, den werden wir dann hier durchbauen. Und dann können wir uns nämlich überlegen, wenn wir die Waldsiedlung hier durchlaufen lassen. Oh, ich habe eine Idee. Oh, Ranger hat eine Idee. Ranger hat eine Idee. Okay, und die hat auch nur ein bisschen mit Grütze zu tun. Mögt ihr Grütze? Ich weiß, das ist eine relativ random Frage jetzt hier an der Stelle. Aber seid ihr Personen, die sagen, yo, Grütze kann man sich mal gönnen? Juli, grüß dich, hallo. Aber nur rote. Ah, die rote Grütze, ja, stimmt. Okay. Ich merke, das ist etwas, was den Chat auch aufteilt. Welche Art von Grütze? Ich habe hier an herzhafte Grütze gedacht, muss ich sagen. Ich habe an rote Grütze gar nicht gedacht. Ich habe tatsächlich an herzhafte Grütze gedacht. Ein neuer Staat? Ne, 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 ne. Die, äh, unsere Siedlung ist hier drüben. Also das ist unsere Hauptsiedlung. Wir fangen aber in den anderen Territorium, müssen wir immer von vorne anfangen. Also da bauen wir immer ein neues, ein neues Dorf nochmal auf. Ne, Sülze meine ich nicht. Es gibt auch herzhafte Grütze tatsächlich. Also es gibt ja gefühlt alles herzhaft, was es auch süß gibt. So, wir beanspruchen das Land noch. Ich hoffe, dass die sich jetzt hier nicht irgendwie dagegen stellen wollen. Ähm, ich muss ganz ehrlich mit euch sagen, mit euch sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, 2000 müssen wir das? 2000, okay. Und dann werden wir auch versuchen, die Territorium für uns zurückzuholen. Wir können die ganze Karte vollbauen. Wir können die ganze Karte vollbauen. So. Es gibt auch gerade Regale, die bei Ranger Schief sind. Nein, das gibt es nicht. Bei mir ist grundsätzlich nichts, äh, Shep. Nur Bier kommt hier gerade nicht an. Ich will jetzt nochmal beim Handelsposten schauen, dass ich irgendwie, irgendwie, Äh, Ensi und Walli mal, grüßt euch beide, hallo. Dass ich irgendwie jetzt den, ähm, den Handelsvertrag für Seitenwaffen bekomme. Weil ich glaube, davon werden wir ein paar mehr herstellen, dann könnten wir die immerhin verkaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Waffenexport noch nicht so ganz funktioniert. Das ist manchmal so ein bisschen mein, mein Empfinden gewesen. Ich finde, jetzt hat es auch eine Kleinigkeit von Anno, wenn wir hier auf einmal wieder größer werden. Oh, ich, Anno auch schönes Spar. Oh, ich muss auch mal wieder Anno spielen. Naja, egal. Ich komme ja immer von, von Höchstgen auf Stöchstgen dann auf einmal bei der Spielewelt hier. Ähm. Wobei wahrscheinlich die Hälfte diesen Ausdruck gar nicht kennt. Na, egal. Äh, die bauen dann noch Bauholz hier hin. Wir werden nochmal gucken, dass wir dann noch ein paar mehr hier von fertig bauen. Ah, jetzt ist die Frage. Gott sei Dank, wir können den Brunnen hier hinsetzen. Wir können den Brunnen auch hier hinsetzen. Oder hier hin. So. Wir bauen nicht alles voll. Also das hier wird wirklich eine sehr lose Sache werden. Bei Anno würden wir einen Speicherstand weiterspielen. Ich habe einen 1800, der ist weit genug. Wieso sollte man den Ausdruck nicht kennen? Weil der, glaube ich, sehr regional spezifisch ist. Kasia, grüß dich. Äh, die Karte ist immer vorgegeben. Also das ist die eine Karte und jeden Start wirst du aber in ein anderes Territorium am Kartenrand geworfen. Ich glaube, in der Mitte kannst du nicht anfangen, aber am Kartenrand immer wieder. Und dadurch kommen halt andere Herausforderungen. Also es fühlt sich, du müsstest schon theoretisch... Ich sage mal, wenn du vier Durchgänge komplett durch hast, dann könnte es vielleicht vorkommen, dass sich die Karte dann wiederholt, weil ich habe jetzt in der Region noch nie gespielt und es hat sich komplett anders angefühlt. Ganz andere Herausforderungen, weil es hier nämlich hoch ist, weil wir hier hinten in der Mitte angefangen haben. Das Lager, das ist immer wieder zu einem anderen Punkt, genauso wie die Ressourcen. Das ist ein Unterschied. Horwitz Gude, grüß dich. Uncle Cone, grüße. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Falls ich jemanden vergessen habe, der Hallo geschrieben hat und gesagt hat, oder jetzt traurig ist, dann gerne schreiben, hier, Ranger. Du hast mir nicht Hallo gesagt, ich würde jetzt gerne ein Hallo von dir bekommen. Dann bekommt ihr eine zärtliche Umarmung noch zusätzlich. Imaginär natürlich, weil ich kann leider nicht bei euch vor Ort sein. Thunderbolt, ich habe dich begrüßt, Thunderbolt. Snowplay, hallo. Ted, auch du. Herzliche Umarmung von mir. Araki, moin. McLife, auch du. Fühl dich in den Arm genommen. Serenair, hallo. Du bist einfach ein Mann von Welt, Shesuma. Deswegen kennst du das. Drachenbändiger, wunderschönen guten Morgen. Dankeschön für deinen zweiten Monat. Vielen lieben Dank. Namaste. Serenair, hallo. Wie viel Uhr ist gerade in Indien? Jakob, wunderschönen guten Morgen. Hi. Grüße. Da haben wir den Designer hinter diesen wunderschönen Hütten, hinter diesen wunderschönen Gebäuden. Mit im Chat drin. Könnt ihr mal ein Hashtag loben in den Chat bitte reinhauen? Weil das ist einfach eine wunderbare Arbeit. Das kann man nicht häufig genug hervorheben. Moin. Ja, aber auch nicht. Sag's grüß dich. Eine wunderbare Arbeit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wunderbare Arbeit, mehr aber auch nicht. Das ist ein Insider, nicht falsch verstehen. Ja. So. Okay, meine werten Damen und Herren. Das heißt, für uns, wir werden hier weiterhin den Blick drauf behalten. Aber mit den Brettern ist wirklich ein Problemchen bei uns, ne? Mit den Brettern ist wirklich ein Problemchen bei uns. Wir werden auf jeden Fall ein Ochsen mal fest zuweisen bei dem Sägewerk hier. Ja, Regen ist gar nicht so häufig. Das kommt, glaube ich, häufiger vor, als es wirklich ist. Weil der Regen halt so prägnant hervorsticht. In den jeweiligen Situationen. Guckt euch mal an, wie schön das jetzt aussieht, wenn die im Wald... Guckt euch das mal an, ey! Das ist unfassbar. Tyrael, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich würde auch am liebsten die ganze Zeit immer so hier im Wald schauen. Da kann man sich fast schon selber den Waldspaziergang sparen, wenn man das hier sieht. Da müsst ihr euch nicht mal bewegen. Könnt ihr zu Hause Chips essen, zuckrige Getränke trinken und dabei einfach zugucken, wie andere im Wald arbeiten. Und dann haben wir nämlich hier eine kleine Lichtung. Und dann geht's mit dem Weg, den wir selber gezogen haben, hier durch das enge Buschwerk durch. Hoppala. Da war wir mit dem Auto speichern. Ah, toll. Humboldt-Syndrom. Heute werde ich wahrscheinlich die zweite Stufe des Kornspeichers nochmal überwarten. In der aktuellen Version kann man nämlich, wenn man ganz genau hinschaut, Textur der Balken noch Kreuzschrauben finden. Was? Echt? Okay, wir gucken jetzt ganz genau hin im Kornspeicher. Jetzt hat Jakob es gesagt. Man kann noch Kreuzschrauben finden, wenn man ganz genau hinsieht. Wo sieht man hier Kreuzschrauben? Ich bin handwerklich unbegabt. Wo sieht man hier Kreuzschrauben? Wo schraubt man Sachen? Martinas, Dankeschön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Nur bei der erweiterten Version. Aha. Also, wir wollen uns auf jeden Fall den Kornspeicher erweitern. Jetzt hast du uns auf was gebracht. Investigativ Journalist Ranger ist jetzt hier wieder mittendrin statt nur dabei. Beim Handelsposten glaube ich auch. Gucken wir uns gleich direkt mal an. Das kann hier so nicht gehen. Ne, ne, ne. Dann müssen wir dem Spiel leider direkt eine Abwertung geben. Natürlich. So. Tischler ist auf jeden Fall drin. Und Rani, Dankeschön für deinen Sub im vierten Monat. Vielen lieben Dank. Nehmen wir mal die Tischlerei kurz raus. Das sollte ein Wimmelbild-Feature werden. Bei dem Handelsposten sieht man das noch, wenn man ganz genau hinschaut. Jetzt hat man wirklich ein Wimmelbild-Spiel bei mir. Wo? Wo, 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 wo? Ja, komm, jetzt mach mich nicht fertig. Wo ist das ungefähr? Kannst du mir einen Tipp geben, bitte? Sonst wird mich das die ganze Zeit nicht in Ruhe lassen. Nicht reden, Chat. Nicht reden. Wir suchen gerade Kreuzschrauben. Ich bin wohl in den Balken. Hier holt sich regelmäßig. Ist aber im Winter kaum zu sehen. Okay, dann müssen wir im Sommer warten. Singen oder Poesie? Gedicht, bitte. Es wurde sich doch gegen das Gedicht entschieden. Okay, dann werde ich die Zeit nutzen und ein Gedicht für euch, liebe Leute im Chat, einmal improvisieren. Ich muss euch sagen, wie wunderbar ihr seid und wie schön ihr seid und wie toll ihr seid. Ich darf das nicht ironisch meinen. Ich werde gequält hier. Oh, Schett, oh, Schett, ihr kleidet euch nicht nur adrett. Manchmal, wenn auch nicht immer, seid ihr selbst ganz nett. Ihr seid so toll, so wunderschön. Manchmal könnt ihr mich auch literarisch verwöhnen. Ihr seid die beste Community der Welt. Zumindest, wenn es dem Creator auf diese Art gefällt. Ich bin ganz ehrlich und ganz sachlich. Ihr seid schon ziemlich beachtlich. Aber wenn ich auch was sagen kann, dann wirklich nur, aber auch nur dann. Ich würde gerne mehr wie ihr sein. Weil momentan ist bei mir alles nur Schein. Ihr, oh lieber Schett, Ihr seid richtig fett. Aber nicht im körperlichen Umfang gemeint. Sondern viel eher im geistigen und literarischen gemeint. Ich mag euch wirklich gerne. Und das, obwohl ich komme südlich von Herne. Daher, meine lieben Leute. Ich freue mich, dass ich euch unterhalten kann heute. Ja, ihr seid die Besten. Das ist gewiss. Bevor ich mich jetzt gleich selbst... Ja, lala. So, das war kulinarisch. Das war super. Vielleicht doch beim Gaming bleiben. Moment. Also dafür, dass das spontan rausgekommen ist bei mir, fand ich das aber schon gut. Das ist ein Spontan... Ja, also jetzt mal aber hier. Wer kann so spontan so tolle Sachen dichten? No? Everybody clappy clap. Das war... Ich arbeite daran, fett zu werden. Verdichtungsphase. Eminem. Deutscher Eminem. Deutscher Eminem. Das ist der Karlsquelle. Moin. Allzeit, Sir Olaf. Ich, Strategie Gamster. Wer sind Güte und Schiller? Schiller, hinfort mit diesen Amateuren. Ranger versüßt uns die Ohren. Ich hab das seit Monaten vorbereitet. Stimmt eigentlich. Zwei von zehnmal spontan war. Mehr aber auch nicht. Ja, okay. Super. Dankeschön. Ja. In der Zeit haben die übrigens gar nichts gebaut bekommen. Guck mal, wie schnell die hier abholzen. Also die sind ja wirklich wie Biber. So. Themenfremde Frage waren genehm. Hooded Horse Kontaktmann, das neue DLC von der langfristigen... Haben sie als Hooded Horse Kontaktmann das neue DLC von Old World auf der langfristigen Agenda? Äh, ja. Also ich weiß, dass es da ein neues DLC geben wird von Hooded Horse. Ähm, beziehungsweise zu Old World. Das hab ich auf dem Schirm. Müssen wir mal gucken, ob wir das unterbekommen können dann auf jeden Fall. So. Wir wollen nochmal gucken. Nahrung und Brennstoff. Warum wird die Nahrung so knapp? Warum wird die Nahrung so knapp? Weil gefühlt 18 Jahre lang Winter ist. Der Winter ist länger als sonst. Und wir dann hinterher noch die ganzen Weizenbuffer brauchen. Naja, komm. Okay. Wir lassen jetzt mal weiterlaufen. Das könnte sonst ein bisschen knapp hinterher für uns werden. Gebäude ist fertig. Forsthaus. In Rangerlohe. Das Schöne ist, dass halt immer dazu der Name noch angezeigt wird. Das ist schon relativ gut für uns. Das bedeutet also auch, wenn wir jetzt hier... Nee, komm. Wir lassen das. Wir lassen das. Wir machen da jetzt keine Experimente mit. Nicht, dass wir uns da hinterher mit ins Aus manövrieren. Wir machen das lieber so, dass wir dann hier noch ein Gebäude hinsetzen werden. Also einmal hier eine große Front dran. Was ich noch cool finden würde bei den jeweiligen Gebäuden... ...ist, wenn auch ein Feld hier dran gepackt werden könnte. Wenn es nicht nur nach hinten geht. Also, dass man zum Beispiel sagen könnte, ich will eine Hauserweiterung oder ich will hier... ...einen Acker hinbauen oder so. Das wäre auch noch ganz schön. Wir bauen das da hin. Svensa, grüß dich. Hi. Dankeschön. So. Okay. Winter is staying. Ich glaube auch. Der Preis vom Spiel weiß ich leider nicht. Ich schätze jetzt im Moment mal 39,99. Äh, ich kann es euch da aber noch nicht genau sagen. Es wird auf jeden Fall von Gamesplanet, das weiß ich, einen Rabatt geben. Vielleicht von bis zu 25%. Ich beschleunige mal ein bisschen, damit wir endlich mal aus dieser Winterphase rauskommen. Und das Gebäude ist fertig. Fertig. Ranger-Lore wieder. Jetzt muss man natürlich nur noch die Sachen unterscheiden können. Iman Ranger, Ranger-Lore. Oh, Gottes Willen. So viele Namen hier. Wenn wir jetzt nochmal neun Gold zusammenbekommen, dann könnten wir auch hier drüben anfangen... Ähm... Dann könnten wir hier... Oh, hier können wir Handel reinpacken eigentlich. Weil die Straße eignet sich natürlich perfekt, um Handel zu betreiben. Wobei die Straße im Nirgendwo endet. Warum endet die denn... Warum endet die denn einfach im Nirgendwo, die Straße? Äh, wir machen mal folgendes. Wo ist sie? Da. Alex, the Raccoonist. Dankeschön für dein Follow. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Und wir gehen jetzt mal hier entlang. Und jetzt haben wir quasi diese beiden Territorien miteinander verbunden. Und jetzt könnten wir dieser Straße hier folgen. Folgen, folgen, folgen. Bis wir dann irgendwann... Karre sagt Moin. Bis wir dann irgendwann in den anderen Bereich hier reinkommen. Und dann bei unserer Hauptstadt sind. Das heißt... Oh, wir sind immer noch auf Stufe 3. Fällt mir gerade mal auf. Das heißt, jetzt haben wir es geschafft, dass sich diese Bereiche miteinander verknüpfen können. Sehr cool. Haben wir noch ein Barditenlager irgendwo in der Nähe? Nee, da hinten nur. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall sagen... Bad Spencer auch an dich. Dankeschön für dein Follow. Wir werden jetzt auf jeden Fall sagen... Da. Jakob, falls du noch da bist, weißt du, ob die Speicherstände nach dem Update denn noch verfügbar sein werden? Weil das wäre natürlich cool, wenn diese Stadt hier dauerhaft von uns weitergespielt werden kann. Der Raccoon ist Moin. Stein der Sauer, dich ein wunderschönen guten Morgen. Kann die Straßen auch pflastern irgendwann? Nee, bislang ist es nur eine Dreckstraße. Beziehungsweise so ein Ackerweg, sage ich mal. Guckt euch das mal an. Das ist schön. Und Chat Prisma, Moin. Mega sympathisch. Freut mich sehr zu hören. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank für die Blumen. Ich mag es ein bisschen mehr, wenn es im Winter ist. Das ist aber persönliche Präferenz. Aber im Sommer hat das... Also im Frühling ist das ja jetzt hier, hat es auch irgendwie was, ne? Ach, schön. So eine schöne Waldsiedlung. Herrlich. Gestätti Moin. Probenprogramm für nächste Woche. Morgen werden wir wahrscheinlich Frostpunk spielen. Also morgen ist der Plan, dass wir von 17 Uhr bis 19 Uhr Männerlords und von 19 Uhr an Frostpunk spielen. Dienstag von 16 Uhr bis 18 Uhr Frostpunk und dann ab 18 Uhr Content Warning mit Strategie-Ecke Ivraldes und Rino. Und nächste Woche Samstag, Sonntag kann ich euch noch gar nicht sagen, was der Plan ist. Ranger ist noch nicht pleite gegangen. Ja, weil ich gut bin. Weil ich gut bin. Okay. Dann wollen wir die auch direkt schon mal auf Stufe 2 weiter upgraden. Weil das hier muss auf jeden Fall Stufe 3 Gebäude werden. Kreuzschlitzschrauben suchen nicht vergessen. Okay, wir gucken nochmal. Also, wir wollen uns das jetzt nochmal genau anschauen. Fällt uns ein freundliches, fröhliches Huhu auch an dich? Ich grüße dich. Hallo. Da! Da! Ich hab sie gesehen! Hier! Ich hab sie gefunden! Da sind sie! Die Kreuzschlitzschrauben! Haha! Und das wird jetzt ausgebessert. Ja, unspielbar das Spiel. Jakob, wie ist das aufgefallen? Ich glaube, Jakob ist nicht mehr da. Aber wie ist das bitte schön aufgefallen? Wie kann das denn auffallen? Gut, aber Jakob ist ja auch der Gebäudedesigner. Also, das muss ja genau so aussehen. Was waren damals nur Nägel, oder? Oder hat man... Nee, Schrauben hatte man noch nicht, ne? Während der Demo haben das ein paar Streamer gefunden. Was? Wie? Zur Hölle! Ich guck mir dieses Gebäude an. Geh langsam hoch. Und seh hier so ne... Ja gut. Manche haben Talente. So grob zusammengekloppte Eisennägel. Ah, da kam man viel besser nah dran. Okay, verstehe. Holz kannst du nicht bieten. Ja, Schmiede oder so Holzbolzen. Okay. Ich wollte nochmal kurz hier schauen. Insgesamt. Was fehlt uns noch? Ja, uns fehlt natürlich noch einiges. Wir gehen aber trotzdem mal hier durch. Schmiede. Werden wir jetzt auch nochmal zwei Familien hinpacken. Und hier drüben könnten wir dann... Aber die können wir später dazu packen. Okay. Also, noch sieht alles gut aus, was wir hier haben. Aufnung, Moin. Wir warten jetzt einfach mal, bis wir 250 haben. Und dann werden wir... Ich weiß nicht, ob wir hier in die Mitte das dann reinbauen. Oder ob wir es woanders hinbauen werden. Ja, wir haben übrigens ein üppiges Bären... ähm... Sammelsorium. Üppige Bärenbüsche. Alles mit Soße. Vielen lieben Dank für dein Follow. Wie komme ich eigentlich zu deinem Podcast? Ja genau. So wie wenn man das reingeschrieben hat. Das können wir dann auch für uns immerhin benutzen. Dann haben wir hier oben noch ein großes Eisenvorkommen. Also, wir werden das schon hier hinpacken dann. Ja, sagen wir mal bitte Bescheid, sobald wir 250 in der Schatzkammer haben. Ja, das wäre super lieb von euch. Nora, kaum, Moin. Falls mir das nicht auffällt. Aber ich sehe schon, es brauchen noch mehr große Hausmodelle für Stufe 3. Da wiederholt sich noch einige stark. Ja, tatsächlich ist das auch... Also, das ist mir dann eher aufgefallen, dass die Stufe 3 Häuser, die großen, sich dann doch stärker wiederholen an der Stelle. Aber ist... Also, für mich ist es jetzt nicht allzu schlimm. Für mich ist es jetzt nicht allzu schlimm. Was ich allerdings schön finde, und das muss ich auch mal ganz klar sagen, ist, dass es wirklich eine Häuserfront bildet. Weil ich dadurch wirklich dieses Altstadt-Feeling bekomme. Dieses Fachhandwerkhaus. So ein bisschen dieses Aachener Feeling. Aachener Hauptstadt. Äh, Aachener Innenstadt. Dass wir hier auf dem Marktplatz sind. Dann haben wir hier vorne eine Kirche. Und dann ist dann so eine dichte Häuserfront dicht an dicht. Das finde ich schon cool. Das finde ich schon cool. Das ist schon was für mich, muss ich sagen. Ups, ich habe ausgesehen. Das hier nochmal gedrückt. Zack. Wir können in dem Menü sehen, wie viele Jahre man gespielt hat. Wenn du hier unten drunter gehst, dann siehst du, wir sind gerade momentan in Jahr 8. Coppelius hat gestern gesagt, das ist ungefähr von 1360 bis 1400. Kälte, Brennstoff fehlt. Ja, wir müssen natürlich noch einen kleinen Marktplatz bauen, ne? Den haben wir noch nicht gebaut. Das heißt, wir werden hier mal eine Straße hochziehen. So. Und jetzt werden wir einmal rund. So. Und jetzt können wir nämlich daraus einen Marktplatz machen, der dann ein bisschen spezieller aussieht, sage ich mal. Mit? Ah. Jetzt sehen wir nicht, wie viele da dran passen. 35. Ja, das reicht erstmal. 35 Marktstände. So. Kolonie Waldfrieden. Ja, genau. Das muss ja auch mal schön aussehen. Dann könnt ihr nämlich hier drauf das Brennholz hinterher verkaufen. Das ist ja im Moment das große Problem. Obdachlosigkeit haben wir jetzt gleich gelöst. Beschleunige mal kurz ein bisschen Zeit, damit das hier jetzt fertig wird. Das Lager ist voll. So. Siedlungsstufe haben wir erreicht. Das heißt, ungeschützte Waren. Wir müssen noch ein Lager bauen und wir müssen noch, ja, wir müssen noch mehrere Lager bauen. Leider Gottes. Das Lager bauen wir dann am besten dort in die Mitte rein. Da haben wir einen Speicher. Ja, leider, leider brauchen wir dann damit die Bäume weg. Das will ich eher ungerne. Oder wir setzen die... Oh. 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 Ich hab ne Idee. Wir setzen die hier rein. So. Da kommt ein Lagerhaus hin. Das hier wird jetzt so eine richtig schön gestaltete Siedlung, Leute. Und dann haben wir nämlich hier, dann ist hier alles Wald und wenn wir dann zu den Lagern müssen, sehr schön war die mal, dann können wir nämlich hier hinten in die Wälder... Oh, geil. Das kennt ihr, moin. Es gibt Spiele, die haben ja, äh, äh, je nur ein Modell. Von daher ist es schon ein großer Schritt bei Männerdords. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh. Das... Und man muss immer dazu sagen, das hier ist eine Preview-Version einer Early-Access-Fession. Das bedeutet also auch, dass das Spiel noch nicht full-released wird oder ähnliches. Oh. Was mich natürlich wundert ist, dass, äh, dieses Spiel scheint so sehr zu begeistern. Ich will es eigentlich nicht beschwören, aber trotzdem muss es einmal erwähnt werden, dass noch nicht mal eine Person hier reingekommen ist und gesagt hat, ja, Spiele kommen heutzutage gar nicht mehr fertig raus. Early-Access ist ja absoluter Müll. Das heißt, das Spiel ist so gut in dem, was es macht, dass man selbst dort die Kritiker anscheint, nicht... Zumindest nicht in die Streams lockt. Bislang hat es keiner gesagt. So, dann bauen wir natürlich... Oh, wir können das sogar hier hochbauen. Ja, nee, das müssen wir nicht machen. Das sieht hinterher doof aus. So, ein bisschen Grünfläche dazwischen bleiben. Uppel Nils hier, moin. Wie es gesagt ist. Ja, war da harm. Grüß dich. Da hinten kommt das Klo hin. Ja, aber neben das Klo des anderen, äh, der anderen Partei wäre das dann gewesen. Das ist ein bisschen doof. Dann kommen die Römer. Was haben uns die Römer je gebracht? Frag ich dich, Zwergling. Was haben uns die Römer je gebracht? Außer Krankenversicherung. Bildung. Aquädukte. Gibt es noch Brände in der Siedlung? Angeblich ja, aber ich habe bislang das Glück gehabt, noch keinen einzigen Brand zu haben. Das Aquädukt. Wein. Ja, stimmt. Lazeimunterricht. Ich habe kein Latein gehabt, da ich, ähm, da ich, ähm, auf der, äh, Realschule vorher war. Bevor ich Abi gemacht habe. Dann müsst ihr zahlen. Ist euch übrigens diese sprachliche Verwirrung mal aufgefallen? Vielleicht haben wir ja einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin hier. Oder Germanisten oder ähnliches. Das ist mir bei voll vielen jetzt in letzter Zeit, bei voll vielen, ist mir bei voll vielen aufgefallen, weil mich nämlich jemand selber darauf angesprochen hat, dass, dass ich das nutze. Und dann habe ich in den Streams angefangen zuzuhören und habe gemerkt, dass nahezu 95% aller Content-Creatorinnen und Content-Creator das benutzen. Auch die sehr Belesenen. Und zwar, hab gehabt im selben Wort. Und now you can't unsee it. Und über, ähm, ähm, äh, achte mal da drauf, ob das bei euch genauso ist. Ich habe das so nie gehabt. Ui. Ui. So, das dauert hier noch ein bisschen. Da haben wir noch, da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Ranger triggert jetzt einfach alle 10 Zuschauerinnen und Zuschauer hier, äh, dass sie nie wieder in den Stream in Ruhe, äh, in Ruhe schauen können. Solche Blobber gibt es ja häufig, wenn sie Deutsch sprechen. Ja, das ist ja auch irgendwann einfach, ne? Einfach, äh, wer spricht schon von uns perfektes Deutsch? Also ich auf jeden Fall nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Kopelius, grüß dich. Und weiter geht's. Konntest du gestern noch dein Internetproblem, äh, lösen? Wir wollten eigentlich zu dir rüberkommen und plötzlich hieß es, dass du, dass du absagen musstest. In Stream. Der Rai, sie, danke schön für deinen, äh, für deinen Sub. Nee, schreiben, schreiben tue ich es auch nicht. Konnte noch, okay, dann hoffe ich, dass du einen sehr schönen Streamlisten dann noch hattest. Wir haben angefangen, unsere zweite Siedlung zu bauen. Wunderschönes, kleines Ranger-Lohr. Ritten in den Wald rein. Eine kleine Waldsiedlung, bei der wir uns richtig schön, äh, positionieren können. Arbeiten hier nicht so viele Leute? Doch. Okay. Wollte leckeres Frühstück gehabt? Ja, schreiben würde man es wirklich eher weniger. So, äh, und wie läuft's, äh, steht's bei der Brauerei? Äh, bedingt gut, sag ich mal. Wir müssen jetzt erstmal wieder das Feld hier rekultivieren. Die Fruchtbarkeit erhöhen, weil die Gerste leider nicht mehr produktiv war. Ich hab das Feld hier einmal auf Gerste umgestellt, damit wir hier dann die Gerste herbekommen. Aber leider produzieren wir im Moment noch zu wenig Bier. Das seht ihr jetzt hier. Also Bier ist absolut ein fehlender Bedarf bei den Ganzen. Ähm, ich hab versucht, das jetzt ein bisschen auszugleichen, indem ich beim Handel Bier eingestellt habe. Ich überleg mir aber auch, ob ich einfach Gerste stattdessen hole. Weil ganz ehrlich, Bier kostet drei mehr. Und wenn wir uns Gerste holen würden, äh, das kostet zwölf. Und Bier kostet 18, also sechs mehr sogar. Das hat schon viel, ne? Natürlich perfekter Zeitpunkt für sowas. Ich sag's dir. Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Wie mir ist am Freitag auch das Interneteimer komplett abgestürzt. Äh, mitten in der Blütezeit, als alle reingestürmt sind und man quasi das Spiel dann anschauen wollte zusammen. Da kannst du, da steckst du nicht drin. Das ist einfach, aber das ist absolut ärgerlich. Da kannst du auch keinen Kühlkopf bewahren, weil man einfach nichts dran machen kann. Also ich zumindest nicht. Wir werden jetzt mal Gerste freischalten für uns. Wenn wir das schon haben, established. Und dann werden wir einmal den Handel durchführen. Und zwar importieren wir so lange, bis wir... Zehn. Zehn. Und wir versuchen mal zehn. Zehn erstmal, ob wir das halten können. So. 30 können wir uns nicht leisten. 30 sind 360 und wir haben jetzt gerade mal Regionsvermögen 58. Wir kommen gerade so über 100, würde ich jetzt mal schätzen momentan. Wir brauchen irgendeinen Gegenexport. Ähm, also Gegenexport. Wir brauchen irgendeinen Export stattdessen. Zum Beispiel... Wir handeln übrigens immer noch Bretter, deswegen haben wir wahrscheinlich auch so wenig Bretter. Ha! Gerste, we're in coming. Wir könnten Steine handeln, aber die sind halt endlich auf den ganzen Felden. Ne, also außer Waffen fällt mir hier echt wenig ein. Ah, wir haben übrigens... Ihr habt nicht gesagt, dass wir 250 haben. So, Shad. Ne, damit ist das Gedicht von gerade hin fällig. Zack. Ja, wir sind 8.52 Uhr sowieso nicht mehr schlafen. Ich hab heute verschlafen, ne. Normalerweise sind wir ja immer ab 9 Uhr live. Und ich bin erst um 8.45 Uhr wach geworden. Das heißt, ich bin wach geworden, verschlafen hier hingekommen. Und dann hab ich einen Stream gestartet und hab mich dann im Hintergrund noch fertig gemacht. Wir haben auch nicht 250, sondern über 250. So, und hier werden wir aber auch wieder in die normale Stadt. Weißt du, also Coppelius oder Jakob, wisst ihr, wann die hier freigeschaltet werden können? Also die werden... Die sind wahrscheinlich jetzt in dem Moment nur Platzhalter, oder? Wie viel es kosten wird, wissen wir noch nicht, offiziell. Ähm, ich schätze jetzt mal 39,99. Wenn du ein neues Gebiet beansprucht hast... Das verstehe ich gerade noch nicht so ganz. Wenn ich ein neues Gebiet beansprucht habe... Also das Gebiet habe ich jetzt hier beansprucht. Das heißt, ich kann jetzt hier... Kann ich ja die Siedlung hinbauen. Aber ich kann leider die anderen nicht wählen. Sehe die gerade zum ersten Mal. Ah, okay. Weil die... Die Bauer... Bauerndorf, Walddorf, Bergbaudorf... Ähm... Die konnte ich bislang noch nie wählen. Auch wenn ich hier genug Startvorräte hatte. Ich denke mal, die sind... Ne? Stadt... Äh... Platzhalter? Stadthalter. Am fast Gaming. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Bei der Ecke habe ich die vier Optionen schon auswählbar sehen. Okay. Zentrum der guten Laune. Moin. Ach, die sind noch nicht drin. Okay. Gut. Dann hat... Vielleicht war es ein kleiner Bug bei der Ecke dann. Weil ich hatte zum Beispiel auch schon den Modus, ob ich Friendly Fire einstellen möchte oder nicht. Und, äh... Slimy, danke schön für dein Follower und Blumenkohl. Servus. Okay. Wir werden mal die Stadt dann nehmen. Und wählen das dann hier einmal aus. Und werden dann auch hier wieder die grundlegende Produktion erstmal aktivieren. Grundlegende Produktion ist dann im Regelfall... Glaub ich, alles gut. Alles gut. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Ist ja jetzt kein Weltuntergang. So. Und hier kommt einmal unsere ganze Produktionslinie hin. Friendly Fire ist gar nicht so friendly. Mr. SunGod, grüß dich. Ich war eine Weile nicht mehr online. Weiß einer von euch, wann es mal wieder ein MP-Event gibt? Bin langsam mit allen Wrestle-Lord-Perspektiven durch. Neues Multiplay? Also das letzte war vor zwei Wochen am Donnerstag. Wahre, danke für dein Follower. In Dune Spice Wars. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn das hier fertig gebaut ist, ne? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das wird schon ein cooles Ding werden. Ach, schaut euch das mal an, wie schön das aussieht. Mann, ey, ich könnte hier die ganze Zeit durchfliegen. Man kommt hier als Herrscher, geplagt von all den Leiden, was um einen herum existiert. Die Dorfbewohner können total glücklich sein. Die wissen gar nicht, was ihnen hier überhaupt blühen könnte. Wir regeln alles für sie. Und dann kommt mal langsam hier rum und dann... Die Wunder von Ranger Star. Ne, Iman Ranger, so heißt das hier gerade. Ankeri, moin. Nur die Preview-Version momentan ist draußen für die Content-Creator. Am 26. kommt für euch raus. Zogucker, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Jetzt jeden Fall lang, wenn ich da rumlatschen muss. Wir haben gerade schon 50% genommen. Äh, ja. Guckt euch mal an. Mein Gott, das könnte hier 1 zu 1, könnte das ein RPG sein. 1 zu 1 Kingdom Come Deliverance 1. Äh, Deliverance immer. Doch, ist doch richtig. Deliverance, ja. Delivery, wollte ich sagen. Kingdom Come Delivery. Das ist die Königsreich-Lieferung. Ja, das Gesicht des Lords kann man nicht zeigen. Also zumindest habe ich da noch keinen Weg gefunden dafür. Hoppala, jetzt habe ich das in den Kopf gedreht. Krankheit oder sowas wird es erstmal nicht geben. Ich könnte mir vor... Doch, Krankheit gibt es, glaube ich, schon. Ich habe schon mal eine kranke Person bei mir gehabt. Ähm... Aber... Wir haben auch beim Wildbeuter zum Beispiel eine Möglichkeit, Kräuter zu holen. Die Kräuter werden momentan nicht anders verarbeitet. Wie lange das Spiel im Early Access bleiben soll, nee. Das wird meistens geben, dass die Entwickler unten drunter... Also die müssen das unten drunter angeben bei Early Access Spielen. Ich denke aber, da wird Steen so lange, wie sie Zeit brauchen. Ich glaube, da wird Hude Tors auch sagen, jo, ist in Ordnung. Ja, jetzt ist halt auch der Kampf da drin, also es ist vieles geändert. Jetzt haben wir hier ein gutes Spiel eigentlich schon. Genau. Bei dem dann hinterher, wenn wir dann Richtung, ähm... Richtung Late Game gehen, natürlich da ein bisschen weniger Content drin ist. Aber das Early Game, also die frühe Spielphase, die mittlere Spielphase, die sind schon gut gefüllt. Und wir sind jetzt in der späteren Spielphase. Wir gucken uns jetzt die späte Spielphase des Spiels momentan an. Hier würde ich jetzt gerne mal durchlaufen als Lord. Guten Morgen, eure Lordschaft. Eigentlich baut Ranger gerade die neue Map für KCD 2. Für Kabel, äh, Kabel, äh, Chaos. Da ist es 4. Also, das sieht ja mal richtig cool aus. Die Waldsiedlung. Da stecke ich aber noch viel mehr drin. Wenn wir jetzt hier rumgehen, sieht aus wie ein Freilichtmuseum. Ähm, krasses Hallo. Willst du einen Multiplayer-Modus geben? Also, stand jetzt nicht, aber die Möglichkeit bestünden theoretisch. Man muss da halt ein Netzwerk hinten drum bauen. Netzwerk-Code. Sieht aus wie bei mir um die Ecke. Und jetzt haben wir nämlich hier unseren kleinen Marktplatz. Und dann hier, hinter diesem Buschwerk, sind dann unsere Lagerflächen. Ah, geil, ey. Mega, 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 mega. Also, man muss bei diesem Spiel, das muss man natürlich schon dazu sagen, ihr müsst bei diesem Spiel Bock da drauf haben, solche Landschaftsflächen zu gucken, äh, anzusehen, zu gucken. Mein Gott. Ja, ist auch für mich die 6. Stunde. Ihr müsst natürlich Spaß da dran haben, äh, mittelalterliche Landschafts, beziehungsweise Landschaftsflächen anzuschauen und vor allem auch, ähm, Interesse am Mittelalter-Thema haben. Das ist jetzt hier kein High-Competitive-Stronghold-Gameplay, bei dem wir gegeneinander antreten werden oder ähnliches. Auch wenn hier Multiplayer hinzugefügt werden sollte, ist das etwas, was ein langerer Prozess ist. Ja, also, wo ich mich mit 3, 4 Freunden zusammensetze. Wir gehen dann in das Spiel rein und dann spielen wir dieses Spiel über mehrere Sessions hinweg, über mehrere Wochen und Monate hinweg. Weniger im Sinne von, jetzt, äh, gucken wir mal, wie wir einen auf die Mütze rauchen. Auch das, auch der Kampf, der ist meiner Meinung nach gut etabliert. Davon kann sich auch Stronghold eine Scheibe abschneiden, äh, Stronghold, davon kann sich auch Total War eine Scheibe abschneiden, ja. Das will ich auch ganz klar einmal angemerkt haben, auch wenn ich die These nicht unterstütze, das ist hier der Total War Killer, das war eine der undankbarsten Thesen, die man, glaube ich, aufstellen konnte für das Spiel. Ähm, ja, genau. Das hier ist halt wirklich City Building. Village Building. Eigentlich müsste es eine neue Kategorie geben, abseits von City Building, Village Building. Weil es mittlerweile eigentlich mehr Village Bilder gibt als City Builder. Aber ja. Dalk und, äh, George Wermann, vielen lieben Dank für eure Follows. Sehr, sehr lieb von euch. Wo bleiben die Village People? Die wohnen bei uns schon drin. Das sind ja die Village People. Wer soll es sonst sein? So, und das einmal aufrüsten. Ähm, jetzt können... Nee, können wir nicht. Wir haben gerade nicht genug Wealth. Wealth bei MC Ranger. Genau. MC Ranger. Das ist ein guter Hinweis. Und das Schöne ist, jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Leerlaufphase, jetzt haben wir hier ein bisschen Leerlaufphase und jetzt kommen wir aber hier rüber und müssen hier bauen. Also wir bekommen jetzt langsam diesen Bereich rein, ähm, bei dem es halt immer irgendwo etwas zu tun gibt oder irgendwas anderes zu tun ist. Natürlich ist es auch so, das muss man auch dazu erwähnen, der Bau eines Dorfs ist im Moment, gerade am Anfang, relativ gleich. Ja, er ist, äh, da gibt es jetzt noch nicht so viele Unterschiede. Da gibt es jetzt noch nicht so die großen, weiß ich nicht was. Ich glaube, wir werden hier unser Bergfried in die Mitte packen. Aber, äh, nichtsdestotrotz... Guck mal, hier ist ein kleines, hier ist schon ein kleines Ding. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn es dann hinterher die Spezialisierung des Ganzen geben wird, dann ist das schon eine, das ist schon eine runde Sache, kann ich sagen. Wir werden hier eng bauen. Eng bauen, hier werden wir in die Mitte, werden wir einen Bergfried bauen und dann werden wir hier die Straßen eng zubauen. Das heißt, das hier wird auch eine relativ dichte Besiedlungsfläche werden. Dafür haben wir leider gerade nicht genug. Zwei vielleicht. Jetzt mal hier rüber gehen. Eins, zwei, drei. Ne, wir müssen erstmal ein bisschen Holz sammeln. Ja, wir haben aber noch gar keinen zugewiesen. Das erklärt natürlich einiges. Und wir brauchen nochmal einen Bärensammler. Zack. Dann nochmal hier lang. Dörfer ums Herrenhaus herum kommen meist recht gut. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich werde hier oben das Dorf nochmal erweitern bis zum Herrenhaus und ich will hier dann in die Mitte von der Gabelung dieses Herrenhaus dann reinpacken und dieses Dorf soll aber hier an der Straße, an der Hauptstraße, das sieht mir so ein bisschen aus wie so eine der Haupthandelsrouten, soll hier dann hinterher Stufe 3 Häuser bieten und dann außenrum eher die kleineren Stufe 2 Häuser, die dann so ein... Ja, das hier wird dann unser Handelsposten. Also bei Waldbrand könnte ich mir vorstellen, ähm... Das hier wird natürlich Ranger-Brand. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier sogar den dritten Sektor angehen. Dass wir den Bereich hier angehen. Und dann haben wir das in der Hauptstadt. Das hier. Und dann werden wir den anderen Bereich wahrscheinlich zur Forst machen. Dann haben wir jetzt nur keine Industrie. Wobei... Oh, es ist immer so schwierig. Dekolitian, äh... August, vielen Dank für dein Follow. Und Sleepy Jeppi auch an dich, danke. Wo soll das Fußballstadion hingebaut werden? Nehmen die Eishalle da hinten. Der kommt auch im Bahnhof hin. Sehr cool. Okay, warum haben wir denn jetzt gerade nur 60? Wegen der Besteuerung. Ist die Besteuerung noch aktiv oder war die einfach noch in diesem Monat? Ne, die war noch in diesem Monat. Ranger-Brand klingt nach Weinbrand. Eishalle, Schoko oder Vanille? Äh... Erdbeer. Was ist mit dem Flughafen? Ähm... Wir haben noch keine Drachen gefangen. So, Reg, grüß dich. Das gute Ruhrstadion mit 100.000 Zuschauern. Ja, dann haben endlich mal alle Platz, um in Ranger-Stream zuzugucken. Ja? Ich würde hier schon noch mal das nächste Haus irgendwie bauen, aber jetzt frage ich mich, wo ich das hinbaue, ohne was kaputt zu machen. Vielleicht sogar hier? Wo ist denn der Weg? Da. Dann kommt man nämlich hier. Hier hat man dann sein kleines Dorf. Dann kommt man von hier aus zurück. Und das einmal weg, das Buschwerk hier. Dann kommt man hier raus. Dann kommt man hier hin. Kann man entweder hier hochlaufen, oder einmal hier rechts rüber. Hier hin. Sehr schön. Einer der Woe grüßt dich. Hallo. Brett haben wir genug. Soll auch eine Kampagne kommen? Also es gibt im Moment ein Missionsziel, das ihr erreichen könnt. Aber eine Kampagne weiß ich jetzt nicht. Wir hören mal auf Seitenwaffen zu produzieren. Also sonst wäre das vielleicht ein bisschen zu viel für uns. Muss man eigentlich eine Straße zwischen seinen Dörfern bauen und da handeln? Ja. Dafür gibt es den internen Handel, Packstation, an der dann Esel von euch, beziehungsweise Packesel von euch genutzt werden. Und ihr dann sagen könnt, welche Ressourcen ihr senden oder welche Ressourcen ihr bekommen möchtet. Und zum Beispiel auch mit wem ihr das machen möchtet. Also diese Möglichkeiten gibt es schon hier drin. Das ist auf jeden Fall hier drin. Gibt es schon eine Roadmap für das Spiel? Nee, das ist ja noch nicht mal rausgekommen. Deswegen gibt es noch keine Roadmap wahrscheinlich. Der Wald sieht sehr aus wie eine Baumplantage. Kein Unterholz, keine umgestürzten Bäume, Moos, Wützen, kleine Bäche. Für ein Game, das so fett ausschaut, wäre das auch noch ein Next Level gewesen. Vielleicht ist es geplant. Vielleicht ist es noch nicht möglich. Weiß es nicht. Wenn ich jetzt hier so durchgehe, vielleicht kann es natürlich auch sein, dass es dann einfach die Grafikkarte schon komplett ausreizt. Ich meine, hier sieht es schon wieder eher dichter aus. Der andere Bereich, in dem wir da was bauen, der, klar, der sieht ein bisschen mehr aus wie Forst. Das hier sieht ja schon ein bisschen dichter aus. Ich denke, das unterscheidet sich einfach ein bisschen je nach Fläche, wo man hingeht. Okay. Ähm... Bier. Bier, 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 Bier. Hier wächst gerade Gersten. Hier wächst gerade Flachs. Flachs ist auch so ein Ding, da braucht man echt nicht, ne? Naja. Wir können uns auch noch mal ein paar Tiere holen hinterher. Ich werde mal eine Familie beim Viehhandel hinzupacken. Wo ist der Hanf? Dann könnten wir uns überlegen, ob wir uns Schafe holen wollen. Black Crip, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Haben wir schon das Fortpflanzen der Schafe? Ja. Die vermehren sich langsam. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, Handel, zwei Schafe, importieren, zwei Stück. Bam. So. Gibt es auch eine Möglichkeit, eine Burg zu bauen? Nur ein Herrenhaus. Das hier muss noch gebaut werden. Warum das nicht gebaut wurde? Esel wäre doch klüger. Ja, aber wir wollen ja auch... Nee, wir wollen jetzt keine Packesel hier für holen, weil wir uns noch nichts schicken intern. sondern wir wollen Schafe auf die Weide bringen, damit die sich langsam vermehren, weil die sich wirklich langsam vermehren. Das hier ist das Herrenhaus. Das ist das Einzige, was das momentan geht. So. Wir gucken noch mal hier nach unserer... Ach, guck mal, wie schön. Ach, wie toll. Ach, wie toll. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Ranger-Stilschen heiße. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Brennstoff. Warum brauchen die mehr Brennstoff? Die haben 63 Brennstoff. Das reicht für 10 Monate. Hä? Ist das gerade verbuggt? Kann das sein? Ich glaube, das soll so nicht sein. Kann man die Dörfer dann auch zu einer Stadt ausbauen? Also richtig mit Stabmauernziegeln? Nee. Also Stand jetzt nicht. Und die Territorien sind auch voneinander getrennt. Anno Alex, danke schön für deinen Sub. Ich muss mal einmal aufstehen. Oh Gott. Man wird nicht jünger, ne? Man wird nicht jünger. Aber wir sind doch schon wieder zwei Stunden am Stream. Wie die Zeit vergeht, ey. Also kein Burgbau möglich. Es bezieht sich halt mehr auf Dörfer, das Spiel. So viel kann man schon sagen. Die zweite Stufe des Herrenhauses wird schon hauptsächlich aus Stein bestehen und Steinmauern haben. Da kann man dann schon von einer kleinen Burg sprechen. Ach, guck mal an. Ist das Herrenhaus rein dekorativ? Nee. Hier drin geben wir zum Beispiel Steuern an mit dem Steueramt. Hier haben wir aber auch zum Beispiel unsere Leibgarde drin, so nenne ich sie mal. Die aus zwölf Personen besteht, die halt Elite-Ritter sind. 1970 Hugo, danke für dein Follow. Es kommt, grüß dich. Zusehen scheint weniger anstrengend zu sein. Ach. Ja. Es macht halt Spaß. Ich habe halt viel Sitzfleisch jetzt bei dem Spiel. Ich meine, Freitag, Samstag und heute spielen wir das Spiel. Schon einiges, ne? Ja, das braucht noch ein bisschen. Aber man kann nur ein Herrenhaus erstellen oder kann man pro Territorium ein Herrenhaus bauen? Man kann pro Territorium ein Herrenhaus bauen? Äh, was ist der Burgplaner? Damit, das ist quasi das modulare Bauen deiner Burg. Damit kannst du zum Beispiel hier reingehen und dann kannst du sagen, ich will jetzt, äh, wo will ich jetzt meine Mauer ziehen? Will ich eine neue Mauer ziehen? Äh, will ich das Steueramt bauen? Ähm, will ich, äh, warum ist eigentlich das Steueramt hier so komisch dargestellt? Will ich noch einen Garnisonsturm bauen? Straßenverbindung versperrt? Also solche Sachen. Eins pro Gebiet, okay. Steph und Kills, dankeschön für, äh, für eure Follows. Sinn. So, wir halten mal den Blick hier weiter drauf. Ich glaube, wir holen uns noch einen Ochsenstall. Wir holen uns noch mal Ochsenfurt. Ich bin echt überrascht darüber, dass die hier niemanden hingepackt haben. Skills, guten Morgen. Und dann sollen wir einen Ricardimax. Johnny, moin. Ganz schön Engi gewonnen. Hast du noch Platz in der zweiten Reihe? Du kannst auch gerne mit auf die Bühne kommen. Grüße dich. Hi, Johnny. Wunderschönen, guten Tag. So, einmal wieder hierhin. Jetzt müssen wir irgendwie die Übersicht behalten zwischen all dem. Jetzt müssen wir irgendwie die Übersicht behalten. Aber unser Haupt, unser Hauptterritorium, das werden wir auf jeden Fall immer priorisiert behandeln in dem Fall. Charpy, grüß dich. Schau mir das Spiel jetzt schon ein paar Stunden an. Das holt mich nicht ab. Ja, aber das ist ja normal. Ich kann ja nicht jedes Spiel alle abholen. Das ist ja ganz normal. Es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel auch nur durch Survival-Spiele abgeholt werden oder nur durch Shooter oder ähnliches. Also das ist ja das ist ja auch ein anderes Genre, wenn man so möchte. Hier. So, da bauen wir uns dann jetzt unser Dorf hier mal. Sie, äh, Stadt neu oder hast du schon im letzten Stream mal gespielt? Die Stadt, die ist, äh, die haben wir schon im letzten, die spielen wir seit Freitag. Das hier ist ein neues Territorium, was wir besetzt haben. Genauso wie hier drüben ist ein neues Territorium, was wir besetzt haben. Wir sind jetzt quasi im Late Game angekommen, beziehungsweise der momentane Late Game Stand, den Männerlords, bietet und haben hier drüben aber noch unsere Hauptstadt. Also das ist noch die Stadt, die wir vom Freitag kennen. Bengeli, moin. Das geht, genau. Ihr müsst euch also nicht, wenn ihr eine neue Stadt bauen wollt, ein neues Spielstand anlegen, sondern ihr könnt einfach neue Territorium dann dazu holen. Und jetzt als nächstes werden wir die Territorien von den anderen, von Hildebold, von Bärenäute zum Beispiel, angreifen. Bengeli, danke schön für deinen Sub im elften Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr lieb von dir. Und nachts denke auch an dich, danke schön für deinen Follow. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch ein Spiel ist, das bei dem viele einfach nur sehr gerne zuschauen, aber selber wahrscheinlich nicht spielen werden. Auch an dich, danke für deinen Follow. haben Fast Gaming. Weil das hier natürlich auch ein bisschen entspannter ist. Und zum Beispiel, das ist so ein Spiel, da könnte ich mir vorstellen, man lehnt sich zurück, man schaut sich das ganze Spiel an, denkt sich, ach, das ist ja mega, das ist sehr interessant. Für mich selber wäre das nichts. Und ich muss dann in der Zeit halt überlegen, was ist jetzt wo, wo bauen wir ja sowas als nächstes, was können wir machen, damit das auch ein bisschen Progress hat, damit es auch ein bisschen unterhaltsam ist, ne, und wenn ich die ganze Zeit nur auf eine Stelle drauf schaue. Endlich sehe ich Ranger Mal live. Nur auf YouTube gesehen. Rain, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier. Hallo. Wäre Zeit beim Modden als beim Spielen brauchen. Ja, aber Modden ist halt auch super, ne. Und zwar viel Spaß im Lörg. Genau, dafür sind ja auch die Streams, gerade meine Streams sind ja dazu da, dass wir Strategiespiele von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung kennenlernen, ne. Mal gibt's Spiele, die gucken wir ein bisschen intensiver an, damit wir halt sehen, wie ist das Spiel denn so im weiteren Spielverlauf. Mal haben wir dann auch Spiele, bei denen müssen wir dann, äh, sind wir dann nur ein oder zwei Streams drin, ne. So muss das. Ja, aber ist ja meine Arbeit. Ist ja meine Arbeit, ne. Ist ja jetzt hier nicht einfach nur vor mich hinzocken, sondern ich muss ja auch hier und dann fortstehen mit all dem, was wir hier machen wollen. Warum haben wir so wenig davon? Ich glaube, zählt der noch als Obdachlosigkeit? Also, es würde mich wundern, aber wir behalten das mal hier im Auge. Wobei, wartet, ich habe ja schon gesagt, wir gehen hier auf Forstwirtschaft, ne. Äh, nee. Das aktualisiert sich manchmal noch nicht so. Hoppala. Jetzt haben wir wieder. Was sagst du zu dem Game bislang? Hier macht es viel Spaß. Hier macht es viel Spaß. So. Ermöglichen das geschickte Auslegen von Fallen im Wald. Permanentes, passives Fleischeinkommen. Genau das ist perfekt. Aber das hier stört mich jetzt gerade mit dem Brennholz. Vor allem, die sind mit Brennholz versorgt. Okay, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Solange der nicht auf die Unzufriedenheit geht, ist es eigentlich vollkommen egal. Ich will mir unbedingt das Szenario ins Frühmittelalterliche Mon. So Wikinger-Style. Angelsächsisch. Da gab es mal ein Spiel, das wollte Mannerlords 1 zu 1 kopieren. Vom Playway übrigens. Ist das eigentlich hauptberuflich? Seit Anfang des Jahres, ja. Ziegelsteiner Hai. Seit Anfang des Jahres mache ich das hauptberuflich. war quasi die Wahl Elternzeit oder hauptberuflich machen und dann habe ich mir gedacht, ja komm. Jetzt habe ich die Zeit, jetzt kann ich es nutzen. Dagosso, danke schon für deinen Follow. Wir haben leider gerade nur ein Holz. Da können wir leider nicht mehr reinpacken. KI kommt auf jeden Fall rein. Bei Release, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Ich denke eher weniger, dass es schon bei Release drin sein wird. aber es kommt auf jeden Fall rein. So, das Gebäude werden wir dann auch noch gleich frühstücken. Ich muss mir häufiger angewöhnen, Tab zu drücken. Ach, guck mal einer an. Hier, wir können das wirklich machen. Familie leidet Hunger. Welche? Die. Real Op. Dankeschön für deinen Follow. Das ist doch schon mal gut. Zerstörte Windmühle. Wir können die also für uns benutzen hinterher. Die können wir leider nicht. Ich kann die nämlich nicht anklicken. Das heißt, ich kann die auch nicht reparieren. Aha! Scammer Lords. Ne, das Spiel von, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ist auch eingestellt worden, deswegen sage ich es am besten gar nicht. Stillschweigend verlassen worden. Sag mal, Wolf, Moin. Genau, Viking City Builder. 1 zu 1. 1 zu 1 Kopie. Alex Meissen, dankeschön für deinen Follow. War schon wild. War schon wild. So, wir kommen zufriedenheitstechnisch wieder nach oben. Senior Jalapeño, Ay Gude. Und Rolf, dankeschön für deinen Sub. Im neunten Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Okay. Ich bin hier sehr zufrieden damit. Das hier läuft eigentlich schon autark. Abseits davon, dass wir halt kein Bier brauen. Richtig. Aber sonst läuft das hier recht autark. Und dass wir noch keine Ziegen haben. Oder Schafe. Gut, da können wir ja zwei Stück hier zu packen. Das ist immer noch das Dorf von gestern. Genau. Jetzt ist es auf Stufe 3. Das ist jetzt quasi, das ist jetzt quasi im Ende angekommen, das Dorf. Und jetzt fängt es an, dass wir dann zwei weitere Dörfer drumrum haben, mit denen wir dann bauen können. Einmal das hier, Rangerlohe. Und einmal, auch wie schön, wie sich, wie sich der Kreis hier reinfräst, ne? Und einmal Ranger Brandt haben wir. Burgen bauen kann man leider noch nicht. Aber die zweite Herrenhaus soll in der Serne-Arne-Burg rankommen. Thorstein, hi. Ne, wislang ist es nicht koopffähig. Teppich, grüß dich. Joker, guten Morgen. Kein Bier und keine Kräuter. Rebellion in zwei Runden. Okay. Ob ich Erfahrung habe mit der maximalen Schwierigkeit im Spiel? Ne. Weil ich die eher weniger ausprobiere. Also es gibt pazifistische, es gibt einen Hardcore-Modus, der wirklich an Survival angrenzt. Ich würde jetzt allerdings erstmal sagen, dass Farthest Frontier sich mehr auf den Survival-Aspekt stürzt als Männerlords. Vorsichtig. Formuliert. Ohne jetzt den Hardcore-Schwierigkeitsgrad angeschaut zu haben. Weil ich schon bei meinem rudimentären Gameplay ja ungefähr erkennt. Ne. Also das hier ist ein Spiel, da kann man ja, ich weiß nicht, ob die Leute verhungern können. Dass es da so einen kleinen Puffer gibt. Hört den Hardcore-Modus mit dir. Mich reizt der Hardcore-Modus wenig, weil irgendwie Herausforderungen, das Leben ist genug Herausforderungen, sage ich. Wie der Zugucker auch. Da, ähm, da, ähm, schaue ich mir das auch immer ungerne an. Moment mal. Warte mal. Guck mal, wir können da die Grenzen hinwegbauen. Ein und dasselbe Gebäude. Das ist ja cool. Wir haben jetzt neue Gebiete annektiert. Cool. Das ist super. Das ist super. Ja, ich denke auch, dass das Spiel ein paar Preise gewinnen könnte. Stopp Mauer. Ne. Kann sein, Skittles. Kann ich noch nicht versprechen, weil viele Releases, äh, anstehen, aber, ähm, könnte durchaus sein. Magst du mal ausprobieren, ob das... Äh, das geht nicht. Also ich kann das nochmal ausprobieren, aber das, ähm, geht nicht. Das habe ich schon ausprobiert, äh, gestern. Ja, da wird gesagt, Fläche zu klein, sagt er mir dann standardmäßig. Er sagt dann zwar nicht, kannst du da nicht bauen, aber die Fläche zu klein, sagt er dann. Die Hofstätte werden wir dann auch nochmal auf Stufe 2 bringen und wir wollen dann nochmal gucken, dass wir die hier auf... Wealth, 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 Wealth. Das müssen wir nach vorne bringen. Wofür haben wir jetzt so viel Wealth, Wealth, Wealth ausgegeben? Ähm, ich werde nochmal den Kauf von Schafen kurz runterbinden. Wir gehen nochmal raus. Wir werden nochmal sagen, kein Hand... No Deal. Deal or no Deal. No Deal. No Deal. Bier handeln wir nicht. Brennholz. Wie viel Brennholz haben wir? Wisst ihr was? Wir handeln Brennholz. Wir handeln Brennholz, weil Brennholz haben wir jetzt hier... Exportieren. Bringt uns zwar nicht viel, aber wir gehen auf 100. Bam. Und dann kriegen wir immerhin 100 dazu. So. Hier haben wir jetzt auch nichts, was wir uns holen. Gerste werden wir sagen, kein Handel. Habe ich jetzt auf Exportieren geklickt? DL Hof, danke schön für deinen Follower. Habe ich jetzt auf? Habe ich jetzt auf? Ja, habe ich. Okay. We're gonna rule and make the sheep's pay for it. I'm gonna say we're gonna get a rule and we let them pay for that. I like that one. Okay. Zoom. Und nochmal drei Gebäude. Zack. Einmal reinsetzen. Dann haben wir doch hier schon mal ein paar schöne. Auch wenn die jetzt natürlich nicht symmetrisch gegenüber sind. Aber wir sind ja auch nicht Frank Symmetra. Ne? Ne? Ja. Ja, 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 ja. Boah, hört auf mit diesem, hört auf mit diesem, mit diesem Trump-Sprich. Ich muss dann immer lachen. Dabei, ey. Oh, Mann, ey. Da muss ich immer bei lachen. I'm the, let me say, I'm the least racist person. Oh, ich hab was zu essen bekommen. Oh, wie viel. So, okay. Wer glaubt mal, moin. Fallout 76? Kommst du jetzt da drauf? Hab ich noch nie gespielt. Keine Ahnung. Honey Red Eye, moin. So. Ich hab was zu essen. Das heißt, ich werde jetzt was zwischendrin essen. Okay. Das ist lecker. Ich weiß nicht, das ist so ein herzhaftes Gebäckteidchen vom Bäcker. Ich weiß nicht, was das ist. Da ist irgendwie Paprika drin und so. Ich weiß wirklich nicht. Aber lecker. 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 Das wäre eigentlich so ein eins zu eins Ding. Als hätte man, als hätte Jan Böhmermann irgendwo jemanden reingebracht ins amerikanische Parlament. Oder, wisst ihr, woran mich das noch mehr erinnert? Wisst ihr noch, als Horst Schlemmer sich als Bundeskanzler beworben, äh, ähm, beworben hat? Bitteschön. Da hat Horst Schlemmer durchgezogen. So. Ich kandidiere. Ja. Wissen Sie, ich habe Rücken, ich habe, äh, wie hat er, was hat er nochmal gesagt? Das dauert hier noch ein bisschen länger. Wir wollen nochmal hier drüben hinschauen. Wissen Sie, länger als vier Jahre kann ich das auch nicht machen. Ich habe alles. Ich habe Rücken, ich habe, äh, Zähne, ich habe Augen, ich habe, äh, Knie habe ich. Ich, ich habe, äh, ich, ja, ich habe Erhusten, ich habe Lunge, ich habe, äh, eine Finger. Das war super. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Wealth. Man kann schon Screenshots machen, klar. Besteuerung C kommt man in diesen Modus rein, kann Screenshots machen. und schlapp man in diesen Modus rein, aber muss ich auch Töpfen sagen. Aber das war es natürlich. Ich muss es also nach whatever ausprobieren. Ich bin einig, wo es ist. Ich bin einig, dass ich mit dem Modus rein Ich bin einig, dass ich mit dem Modus rein so supuesto bin. So ist es der Knie? Ich bin einig, Ich bin mir so gut Und ich bin einig, Wird es im Spiel sowas die Kasernen geben, wo man Einheiten bauen kann oder wird das alles nur bei die Bewohner abgedeckt? Das wird alles nur bei die Bewohner abgedeckt, weil das Prinzip der Berufsarmee tatsächlich etwas ist, was einerseits sehr teuer ist und glaube ich auch gar nicht so häufig im Mittelalter durchgeführt wurde. Ihr kennt es ja vielleicht aus Crusader Kings, wie groß euer Vasallenaufgebot ist, aber wie klein eigentlich der Anteil an Kriegsvolk in eurer Armee ist. Das ist ganz einfach, Berufsarmee ist halt einfach dort, also ein stehendes Terz zu haben ist unfassbar teuer, deswegen wird es hier dieses Milizsystem geben und dann einmal diese Leibgarde, die wir oben bei uns haben. Wie will alle anderen werden am 26. das spielen können? Das hier, bin ich gespannt. Mit Tapp. Entschuldigung, dass ich jetzt hier nebenbei so viel esse, aber ich habe Hunger. So, okay. Ich glaube ich werde den Förster hier nochmal, ach da ist gar keiner drin, ne? Ich nehme den nochmal aus der Sägegrube raus. Wir sollen hier nochmal, wir sollen hier nochmal, äh, Sachen aufbauen. Bei den 35, die heute da sind. Bei mir? Bei mir ist kein Besuch. Hier später ist es zu den Schwiegereltern. Wahrscheinlich habe ich irgendwas nicht verstanden. Man muss auch groß und stark werden, so sieht es aus. Ich will hier wirklich auf Stufe 3 weiter hochgehen, ne? Das ist so, das ist so mein, mein Kernziel. Ich brauche mehr Gold. Was könnten wir besonders gut verkaufen? Ja gut, Waffen. 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 Wisst ihr, was wir machen werden? Ich werde einmal versuchen, ob ich meine Armee dort reinziehen kann. Und dann werden wir die hier, naja, da bringt uns ja nichts. Das wird ja alles der im Dorf hier zugewiesen. Kann ich, warte mal. Kann ich Ressourcen, kann ich, äh, Regionsvermögen rüberschicken? Hm. Es soll auch noch Kavallerie kommen. Ich glaube, es gibt ein Artwork mit Kavallerie. Ich glaube, es gibt sogar ein Artwork mit Kavallerie. Also ja, könnte ich mir gut vorstellen. Das heißt, wir müssen gucken, was wir mit dem Gold hier machen wollen. Na egal. Ja, schade, dass ich nicht einfach selber was aus meiner privaten Schatzkammer dann rübergeben kann. Das ist ein bisschen doof. Man kennt sich auf meinen wunderschönen Sonntag auch dir. So, wir werden uns jetzt mal hier höher bauen. Wir haben jetzt sowieso Wohnhäuser noch und nöcher. Wir bauen einmal hier eine Straße lang. So. Auch schön, wie die Straßen sich einfach verbinden können, ne? Einfach toll. Deutsche Sprachausgabe? Das weiß ich nicht. Ja, aber ich stehe bereit. Ich stehe für euch bereit. Wenn ihr deutsche Sprachausgabe braucht, ich mache alles. Mach alles, bitte. Also, wir könnten jetzt hier elf Hofstätten bauen. Ich glaube, das ist aber ein bisschen... So. So. Okay. Erzähler. Der alles dann erzählt. Immer ein Ranger. Ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an. Eine neue Familie ist eingezogen. Neue Söldnerkompanien verfügbar. My Lord. Ja, klar. Warum nicht? Oder ein Minesänger. Hm. Der zu der Musik im Hintergrund was erzählt. Den Erzähler kann man dann aber nicht abstellen, genau. Ranger von der Vogelweide. Jagen die hier nichts? Doch. Die haben aber einfach so viel zu essen schon. Glaubt, das hier bleibt nur so lange, bis es komplett weg ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber bis das Gebäude abgerissen ist. Scheute Erfindung. Donkanalier, grüß dich. Hallo. Kannst du kölsche Dialekt? Ja, aber ich komme nicht aus Köln. Ich kann ein bisschen rheinländisch. Startst du gerade deine Bewerbung als Synchronsprecher? Ich werde mich heute auf einer Plattform anmelden. Also was heißt auf einer Plattform? Bei so einer Agentur anmelden. Beziehungsweise morgen, heute Sonntag. Äh, wodurch das vielleicht möglich wäre. Aber das hier, das sind ja die Franken. Das ist ja nicht Kölschland hier. So, jetzt so. Dankeschön für deinen Follow. Warum brauchen die hier so lange mit dem Bau? Das ist etwas, was ich noch nicht so ganz, so ganz durchschaut habe. Lass uns mal das hier erweitern. Mit zwei. Das heißt, ich werde einmal die Sägelgrube nach vorne bringen. Ich packe hier einmal zwei rein, dass wir uns einen Ochsen noch dazu holen können. Mhm. Mhm. Spock, ja, danke für dein Follow. Wie läuft der Handel? Handelst du mit den anderen Parteien auf der Karte oder wird das nur simuliert mit externen Preisen? Das wird eben simuliert mit neutralen Händlern, die bei uns in die Stadt reinkommen. Also da gibt es irgendwie keine Partei, mit der wir handeln oder ähnliches. Rheinländisch-Zetel und fränkischen Dialekt? Echt? Ja, guck doch mal an. Nicht, dass das nicht gut ist, aber das ist schon ja ganz schön. Aus dem Mittelhochdeutsch sprechen. Der Holzstapel ist der Leere. Na gut. Glaubt man, mit dem Bier hier wird nichts mehr, um ehrlich zu sein. Zumindest nicht, solange die Ernte hier nicht durch ist. Also erst in der nächsten Saison wird das hier wieder was. Das ist ja kacke. Entwicklung, was noch alles so kommen wird. Ich auch. Das ist mit Hamburger schnackt. Das kann ich nicht so gut. Das wäre so cool, wenn es irgendwie 100 Voice Actors gäbe, die für die Bewohner Voice Lines aufnehmen. Gerade für die Schlachten bestimmt geil. Bei Tollower fand ich es auch nervt, dass alle die gleiche Stimme hatten. Ja, Voice Acting ist halt teuer, ne? Also wenn die da 100 Voice Actors dazu packen wollen, dann kann er schon mal ein bisschen nach hinten losgehen, im schlimmsten Fall. Jetzt haben wir hier auch noch Häuser, aber trotzdem ist noch niemand hier hingekommen. Uli, lieber Grüße, Süße, sich erheben, streben, fröhlich, zöhlich, Gott. AI Voices. Ja, aber das ist verpönt meistens, AI zu nutzen. Mittlerweile. Habe ich so mitbekommen. Akko, hi. Danke für dein Follow. Ähm, die Beeren wollte ich noch holen. Berit! Berit! Dankeschön. Und Lucky Punch auch an dich, danke. So. Kommen wir hier hin? So, und dann haben wir das jetzt auch noch mit verbunden bekommen. Oh Gott! Ich habe einen Stehtisch, ne? Ich würde den Stehtisch eigentlich auch gerne nutzen, aber ich habe jedes Mal Angst, dass mir da das Internetkabel dann auf einmal rausfliegen. Mhm. Ich bin gerade am überlegen, ob wir irgendwie anderweitig eine Möglichkeit haben. Ich glaube, es gilt nur warten momentan. Okay. Pass auf, dann lassen wir einmal das Jahr durchlaufen, damit wir vorankommen. So, jetzt kommt eine feindliche Einheit auf die Karte. Apropos feindliche Einheit, ich habe ganz vergessen, hier haben hier oben noch unsere Einheiten. Das heißt, wir gehen jetzt einmal komplett rüber mit denen wieder. Dann lassen wir das jetzt mal weiterlaufen. Alter! Junge, 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 Junge. Oh, Junge! Ja, ich schicke mal meine Armee lieber dahin, ne? Würde ich mal sagen. Los geht's! Oh Mann, das wird was werden. Dass die aber auch so plötzlich kommen, ne? Da sind sie. Sehr gut. Ach Mann, jetzt habe ich schon wieder Leertaste gedrückt. Einmal dorthin, einmal dorthin. Jetzt wird's interessant werden. Uiuiui, ich hoffe, ihr seid bereit. Habt ihr alle eure Axt geölt? Ja, ich hoffe, ihr seid bereit. Wo ist er? Zwischendrin noch mal gucken, ob wir hier wieder genug Bier haben. Weil Bier ist alles. Bier ist alles. Bier ist alles. Bier ist alles, was wir brauchen. Lass es Biere sein. Und da sollte jetzt gleich wieder positiv was hervorgehoben werden. Wir sind irgendwo in diesem Wald. Aber wo, wissen wir nicht genau. Jetzt genau, wenn ich mir was zu trinken einschütte, ne? Mir Rosenstolz nicht kaputt. Wo sind die anderen? Geil, direkt frei weg. Aber die KI teilt sich auf, seht ihr? Sehr schön. Wir gehen jetzt hier rüber. Entschuldigung, ansturm. Rein in die Olga. Wir gehen jetzt hier raus. Ja. Ja. Sehr gut. Okay, wir haben zwei Sperrträger verloren. Also, zwei Schwertkämpfer. Okay. Nee, Friendly Fire ist noch nicht drin. Wir haben aber gestern noch den Optionsbutton hier gehabt, dass wir Friendly Fire aktivieren können, falls wir wollen. Nein, jetzt haben wir schon wieder welche verloren. Vier unnötige Verluste. Beziehungsweise, also wenn die vier gestorben sind, dann haben sie das aber auch verdient. Jetzt mal ganz ehrlich. Gewonnen. Easy peasy, lemon squeezy. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Sire. So, Regiment, da geschöpft, dann verloren. Wir werden natürlich unsere Armeen hier hochbewegen. Die sollen sich das dann einmal schnappen. Der heilige Georg? Der heilige auf meinem Banner? Hier? Oder was meinst du? Ach, der da. Der heilige Schorsch. Das ist nicht der heilige Gereon? Schöne Flagge. Ja, die ist gut dargestellt. Die ist richtig gut dargestellt. Allgemein alles in dem Spiel ist schön dargestellt. St. Patrick. Ja, ungefähre Preis. Preis weiß man noch nicht, liebe Leute. Preis weiß man noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten. So. Wir lassen das mal beschleunigt. Muss man ja weiterhin immer eine neue Stadt gründen, oder geht da auch was anderes? Hobby, Funstertransfer zwischen den Gebieten. Äh, wenn du ein neues Territorium willst, stand jetzt musst du immer eine neue Stadt gründen. Schaffen wir meine Schatzkammer damit. Können wir dann schon mal auflösen? Dragon, guten Morgen. Das ist Unreal Engine 4. Ja. Und das auch in ihrer Schatzkammer. Eine Million Verkäufe zu 30 Euro mal 70 sind viel. Aber ich tippe darauf, dass er vielleicht 250.000 Sales machen wird. Ne, das, äh, so ist das nicht mit der Rechnung. Die ist tatsächlich deutlich komplexer. Die habe ich einmal komplett aufgeschlüsselt im Discord. Warte mal, ich gucke mal kurz, wenn das im Hintergrund hier eh gerade läuft. Und wir lassen die jetzt gerade eh wieder zurücklaufen. Ich gucke mal kurz, ob ich das finde. Mein Gott. Ich gucke mal kurz, ob ich das finde, wie weit, ich weiß nicht mehr, wie weit das oben ist. Ich glaube, das finde ich nicht mehr so schnell. Doch, da habe ich es. Ich habe mal, ich habe mal auf Discord, ähm, ich habe mal auf Discord eine Rechnung aufgestellt. Eine ganz vereinfachte Rechnung. Wie sich das alles definiert, was wir für, äh, für Geld und Ähnliches haben. Also, was da für Geld dabei ist. Wir. Ich bin ja kein Teil vom Entwickler-Team. Eine vereinfachte Rechnung ohne alle Abzüge, ohne detaillierte Zahlen aufgerundet. Weil manchmal ein falscher Eindruck entsteht, wie viel man dafür hat. Annahmen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, äh, ich habe jetzt hier High-Rise City als Beispiel genommen. High-Rise City habe ich als Beispiel genommen. Annahme von ca. 30.000 verkauften Exemplaren vergleicht Steam-DB zu durchschnittlich 24,99. Dann habe ich hier den Gesamtbetrag aufgeschrieben. Dann Betrachtung der Rückerstattung. Das ist im Standardsatz 5%. Manche sagen auch mal 10%. Äh, dann kommt das hier hinzu. Dann kommt zum Beispiel Umsatzsteuer, die, ähm, nach weltweit einmal gerechnet werden müssen. Im Durchschnitt mit 10% habe ich jetzt einfach mal genommen. Und dann natürlich für die in der DACH-Region werden die zum Beispiel höher sein. Dann haben wir die Umsatzbeteiligung von Steam mit 30%. Dann haben wir die Umsatzbeteiligung des Publishers, die zwischen 20 und 60% liegen kann. Je nachdem. Und das wird dann jeweils noch auf die Entwickler runtergezählt. Auf den Bruttobetrag für die Vollzeitangestellten, die da auch noch drin sind. Ja, ähm, also das heißt, wenn er für sich selber ein Unternehmen gemacht hat, kommt es ja auch darauf an, welche Unternehmensform er überhaupt für sich gegründet hat. Welches Gehalt er sich auszahlt, wie lange er bereits in der Entwicklung ist und ähnliches. Also das ist eine ganz einfache Rechnung dahinter. Der bekommt nicht so viel daraus, also der wird schon einiges dann daraus bekommen, wenn sich das viel verkauft. Aber der bekommt da jetzt auch nicht so viel, wie er vielleicht, äh, wenn man vielleicht dann denkt, ne? Ja, der wird wohl, das ist ja auch eine vereinfachte Rechnung. Der wird wohl kaum den deutschen Steuerrecht da unterliegen. Aber trotzdem braucht er Umsatzbeteiligung. Trotzdem muss der Umsatzsteuer zahlen, international und ähnliches. Deswegen habe ich gesagt, dass für die Deutschen, das wird anteilig gerechnet. Das wird anteilig gerechnet, wo der Kauf herkommt. Das heißt, die Deutschen haben dann die deutsche Steuer, ne? Also Dachregion hat Dachsteuer und ähnliches. Also das ist, äh, die Rechnung ist für jeden einzelnen verkauften Artikel nochmal separat. So. Vergiss den Game Pass in der Rechnung. Das war ja auch nicht Männerlords. Aber trotzdem ist der Game Pass in der Rechnung ist ja, äh, das ist ein Deal des, äh, Publishers, über den der Publisher die Unterstützung von Männerlords gewährleistet. Weil es da keine Abrechnung pro Einheit gibt. Das Trinken, ja. So. Okay. Ähm. Wir lassen das jetzt hier trotzdem einmal durchlaufen. Okay. Vielleicht gucken wir uns nochmal die höherstufigen Wohnhäuser an. Da kann ich eigentlich jetzt eben kurz so hier drauf packen. Das sind die hier. Äh, ne Burg haben wir nicht. Wir haben ein Herrenhaus nur hier oben. Der Ort hat sich wirklich wahnsinnig weiterentwickelt. Ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir müssen jetzt die Gerste hier einmal abgebaut bekommen. Das ist halt in der nächsten Saison. 17 Prozent, 50 Prozent. Okay. Gucken wir nochmal kurz hier drüben hin. Die wollen einfach nicht die Dinger hier bauen. Hier ist eine Familie umgekommen. Irgendwie. So, dann wollen wir hier den Anbindebalken einmal verbessern. Das wird die höchste Priorität haben. Dann einmal der hier. Der hier. Mittel. Niedrig. Sehr niedrig. Am niedrigsten. So. Die haben Ochsen dort, ja. Die haben Ochsen dort. Nochmal hier hin. Ach, guck mal. Hier ist es jetzt auch mittlerweile größer geworden. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier einmal das Forsthaus bestücken. Und wir können jetzt hier auch einmal das hier. Das hier bestücken. So. Dann wollen wir uns den Anbindebalken auch nochmal verbessern. Mit einer hohen Priorität. Und da werden wir dann auch noch eine Familie zuweisen. Dann kriegen wir das auch mittlerweile hin und her. Bierproblem ist noch nicht gelöst. Ab der nächsten Saison vielleicht. Weil wir dann nämlich Gerste hier abbauen. Wir müssten halt hier einen besseren Fruchtwechsel. doch eine bessere Fruchtfolge hier hinbekommen. Das haben wir leider noch nicht. Also. Diese Saison Gerste. Gerste. Weizen. Weizen. Gerste. Weizen. Gerste. Weizen. Gerste. Gerste. Weizen. Gerste. So. Und hier machen wir... Gerste. So. Gerstin. Das sind ja auch nur weibliche Lord-Figuren. Ja. Lady-Figuren. Wird es auch noch im Spiel hinterher geben. Aber das ist doch gar nicht mehr Männer-Lord, oder? Das ist doch Frauen-Lord. Hä? Verstehe ich noch nicht. So. Okay. Wenn wir Güter in verschiedenen Regionen in Besitz bekommen, einfach Transport überhandeln. Es gibt dafür interne... Es gibt dafür interne Packstationen. Mit Eseln. Wo wir den Packesel dann hin beordern können. Dann können wir eigentlich... Eigentlich können wir uns einmal hier einholen. So. Das brachliegen. Kann auch Schafe auf die Felder schicken, glaube ich. Ja. Das geht auch. Das haben wir schon geupgradet. Aber wir müssen jetzt erstmal Gäste ranbekommen. Wir müssen jetzt erstmal Gäste ranbekommen. Die Musik ist wirklich wunderschön. Die Musik ist herrlich. Werden den hier empacken. Und Odagon, vielen lieben Dank für dein Follow. So. Galidun. Hi. Grüße. Wir werden auch nochmal hier eine Packstation hinsetzen. Dorthin. So. Und hier dann automatisch was benötigt wird. Nee, das musst du manuell einstellen. Manuel, du musst was einstellen. Dann musst du hier draufklicken und dann kannst du sagen, wo soll das hingehen? Oder mit wem soll das überhaupt sein? Was soll man senden? Was soll man zurückbekommen? Solche Aspekte müssen alle... Muss man alle dazu in die Rechnung ziehen. Eine Roadmap weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ob es da eine Roadmap geben wird oder nicht. Okay. Mit den Hofstätten läuft das auf jeden Fall ja. Hat sich irgendwo noch ein Banditenlager gegründet? Nee. Das Problem ist halt, wir bekommen jetzt hier oben keinen Wohlstand mehr irgendwie rein. Oh Gott, meine Nase. Okay, ich muss doch nicht gießen. Dann ist gut. Dann ist gut. So. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt hier nochmal genauer rein. Ich muss sagen, mit Pulli ist das doch echt warm. Ich glaube, jetzt langsam kommt die Zeit, in der ich nicht mehr mit Pulli vor dem Computer sitzen werde. Sondern, äh, nackt. Also, wenn ihr den nächsten Ranger nackt vorm Computer sitzen sehen wollt, jetzt ein Follow hier lassen. Oh. Und ihr solltet euch dann Gedanken machen, auf jeden Fall. Also, jeder, der dann jetzt in der Sekunde nach dieser Aussage ein Follow da lässt, da werden wir mal eine intensive Therapierunde durchführen müssen. Wie Ryovan. Ja. Und danke schön, dass du dich als erster freiwillig gemeldet hast, Teil dieser Therapiegruppe zu werden. Und Temunik, auch bei dir müssen wir uns Gedanken machen. Genauso wie am PC-Spickers. Badaro. Die Ranger-Therapie, die findet dann auch nackt statt. Ja, klar. Hm. Dr. Reset, grüß dich. Grüß dich, hallo. Ich lasse das nochmal hier weiter laufen, durch die verschiedenen Bereiche. Dass ich hier nämlich in die Packstation schon mal jemanden reinpacken werde. Wir laden auch an dich einen wunderschönen guten Morgen. Genau so in die Gaberei packe ich mal zwei rein. Den Speicher packe ich mal zwei rein. Vorne ist auch an dich wunderschöne Grüße. Bislang läuft es super. Bislang läuft es super. Also wir können uns wirklich nicht beschweren. Ich finde das Spiel sehr spaßig. Sehr spaßig, sehr gut. Aber man merkt dann doch schon, dass wir jetzt auch am Endcontent angekommen sind. Und jetzt quasi wieder neu anfangen. Also was heißt neu anfangen? Neu anfangen in andere Territorien und uns dann anders spezialisieren. Anders aufbauen. Hier zum Beispiel. Wie bauen wir das auf? Was machen wir dort? Etc. Etc. Und wir können hier zum Beispiel jetzt einen Marktplatz eigentlich reinsetzen. Oh, das würde auch gehen. Wer ist denn eigentlich ein Ogre? Wer ist denn ein Ogre? Ich bin kein Ogre. Ich bin Ranger. Fünf Marktplätze. Jawohl. Genau das. Ja, moin. 35 Marktplätze. 43 Marktplätze. So, packen wir da hin. Können wir nicht. Warum nicht? Ach, jetzt machen wir mich doch nicht fertig. So, dann setzen wir es da hin. Hast du schon alle Szenarien gespielt? Es gibt nur die eine Karte, falls du das meinst. Legate Kronen. Dankeschön für deinen verschenkten Zap. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Fünf Marktplätze? Da sind ja zehn Ostmarktplätze. Um Gottes Willen. Ja, du hast ja recht. Das ist ja furchtbar. Dann müssen wir hier nur warten, bis ich wieder auf 30 hochgegangen bin. So. Der Bug macht mich fertig. Okay. Okay. Mich macht der Bug so fertig. Ihr seht ja schon. Ich fange ja schon an zu stottern, während ich das erzähle. Manolola Balboa. Dankeschön für deinen Follow. So, packen wir da hin. Wir brauchen trotzdem noch mal ein paar mehr Häuser. Da müssen wir uns jetzt auch noch mal hinsetzen, dass wir das auch noch machen. Dafür gehen wir einmal... Ich überlege gerade. Ich suche gerade Freiflächen, damit das hier auch schön aussieht. Neutronk, moin. Damit unsere Siedlung hier auch schön aussieht. Das ist ja unsere kleine Waldsiedlung. Und das hier ist ja dann hinterher die Großstadt. Die Großstadt, Baby! In dieser wollen wir gehen. Das ist die Großstadt-Gang. Bei der wir dann noch hier hinterher wieder ein paar Felderchen dazu packen werden. Ich überlege sogar, ob wir hier schon ein paar Häuser hinsetzen wollen. Die Häuser hier oben haben wir auch gesetzt bekommen. Jopp, haben wir auch. Das heißt, dann können wir hier auch sogar ein paar hin und her setzen. Ein paar Kreuz und Quer packen. Brennstoff verkauft sich immer noch gut. Aber da werden wir jetzt mal aufhören mit dem Handel zum Brennstoff. Zum brennenden Brennstoff! Es glüht am Stab. Ganz viel Spaß bei der Konfirmation der Nichte. Mach's gut. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. So. Aber wir bekommen so viele Leute hierzu. Wir haben jetzt schon wieder 90 Familien. Ein Lieberherrgesangsverein. Ein Lovely Mr. Singing Club, sag ich dazu nur. Das können wir abreißen. Genauso wie das hier. Wir haben nämlich keinen Ton mehr. Beziehungsweise kein Lehm mehr. Haben wir denn noch Lehm, den wir verarbeiten können? Nein. Immerhin haben wir noch genug Dachziegel. Das ist ja wenigstens etwas, was wir noch haben. Vielleicht einfach den Toneinstellungen hochschrauben. Danke für den Hinweis. Lehm. Lehm. Nicht Ton. Lehm. Wir haben kein Lehm. 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 War doch ein berühmtes Lied, ne? Kennt ihr das noch? Das war, glaube ich, von den Piepenbergern. Maximum der Bevölkerung, was so eine Zone versorgen könnte. Ich glaube, da sind wir noch weit von weg. Also ich habe das Maximum der Bevölkerung noch nicht ausreizen können. Nutella-Glas. Danke schön für deinen Sub. Das ist ja eine neue Preview-Ausgabe. Das sieht jetzt der Ton manchmal aus. Ach, Gottes Willen. Ich lecke mich am Zückerli, ey. Sowas nennt sich Lebensherr. Humphers Gaming, war's gut. Moment, arbeitest du auch hier in dem Spiel mit? Gut, jetzt bist du wahrscheinlich weg, aber ja. Dankeschön für den dummen Ohrwurm. War ein Krieg? Krieg in dem Sinne gibt es hier eigentlich noch gar nicht. Also naja, wir können halt die hier dann angreifen hinterher mit den 2000 Einfluss. Das lassen wir noch. So. Ähm. Wir haben acht. Acht plus zwei. Danke für den vollen Teller-Glas. Wir brauchen auf jeden Fall noch. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch. Wir setzen hier noch ein Haus hin. Ach, das ist jedes Mal so ein Abwägen. Wo packe ich jetzt noch ein Haus hin? Wo nicht? Wie viele Punkte würdest du geben? Eins bis hundert. Also eine Wertung für ein Early-Exit-Spiel wird eigentlich nicht vergeben von eins bis hundert. Weil man ja noch nicht alle Aspekte da drin anschauen kann, da drin bewerten kann. Ja, der Kuckuck ist bei mir im Spiel. Aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen und wir betrachten jetzt nur die Early-Exit-Version. Wir betrachten jetzt nur die Early-Exit-Version. Lass mich ja erst mal kurz im Kopf durchgehen. Ne 82 würde ich dem Spiel geben. Ne 83. Ne 83 würde ich dem Spiel momentan geben. Ne 83. Sehr gutes Ergebnis also. Okay, dann notariell beglaube ich die Bewertung. Ja, genau. Jetzt hast du jeder geschöpft für deinen Sub im 84. Monat. Im vierten Monat. Dankeschön. 83-Totz-Schrauben? Ja, die Kreuzschrauben haben es noch runtergedrückt. Also ohne Kreuzschrauben wäre jetzt eine 93 gewesen, ja. Was wären deine konkreten Verbesserungsvorschläge? Verbesserungsvorschläge nicht. Eher Ergänzung. So würde ich das eher sagen. Also Verbesserungsvorschläge habe ich wenige. Wenn nicht nahezu keine sogar. Aber Ergänzung halt. Weil wir reden halt über die Early-Exit. Deswegen nimmt man eigentlich keine Wertung bei Early-Exit-Spielen vor. Weil hier fehlt ja noch ein Großteil des Ganzen. Hier fehlt ja zum Beispiel noch das Late-Game. Hier fehlt das Stufe-2-Haus, dass das halt auch ein bisschen größer wird. Dass man hier im Moment sehr wenig einstellen kann, außer die Steuern und das Haus. Das muss halt noch ergänzt werden. Wir reden jetzt hier über das, was ergänzt werden muss, ja. Wenn jetzt einer in dem Moment reinkommt und sagt, Ranger ist noch im Early-Exit, dann sagt ihm bitte, dass ich jetzt darüber spreche, was ergänzt wäre oder was hinterher noch besser gemacht oder dazu gepackt werden kann, ja. Okay. Dass bei der Produktionsübersicht hier dann noch was angezeigt wird, dass noch bestimmte Fenster dazukommen, in denen ich zum Beispiel auch eine Übersicht der Häuser nochmal sehe. Auch als Liste aufgeführt, weil das hier ist natürlich sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr gut, aber trotzdem auch unübersichtlich, wenn man es jetzt mal von oben draufhaut, dass die Entwicklungen natürlich noch bis zum Ende durchgereizt werden. Vielleicht sogar noch ein bisschen spannender werden, weil manche Sachen sind halt wirklich so, ja, okay, da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Ich kenne halt die Gesetze noch gar nicht, das muss noch ausgeweitet werden. Das fehlt ja noch eine komplette Häuserstufe hier hinterher, dass man Deko-Elemente auch setzen kann. Deko-Elemente fehlen mir persönlich zum Beispiel echt extrem. Wenn ich jetzt so eine größere Hofstätte hier habe, bei der einfach nur Grünfläche da drin ist, würde ich auch gerne, dass da irgendwie noch was dazu kommt, weil hier kann ich jetzt keine Verbesserung dazu. Also es muss einfach mehr rankommen dann, dass die KI dann auf dem Spielfeld drauf ist, dass die Produktionsstufen dann vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, gerne auch noch ein bisschen komplexere Produktionen, anstatt einfach nur eine A-B-Produktion, die jetzt momentan hier drin ist, dass das noch ein bisschen mehr ausgeführt werden kann, mehr Verwaltungsgebäude, die dann hierzu nötig sind, dass man dann halt mit dem König interagieren kann. Aber das sind alles Sachen, die geplant sind. Das ist jetzt nichts, das irgendwie, das ist jetzt nichts, was irgendwie fehlen würde. Ihr seht ja, dass hier die, das ist alles geplant, das ist alles schon vorbereitet. Deswegen ist jetzt einfach Early Access, jetzt muss, jetzt ist halt abwarten, ne? Jetzt ist halt abwarten, so. Und das ist halt der Grund, warum ich es so eine 83 im Moment geben würde. Und halt auch der Grund, warum dann erst eine Wertung beim finalen Release kommt, ne? Ist Multiplayer geplant? Äh, ich wüsste nicht davon, aber es ist geplant, dass KI auf der Karte ist, also würde rein theoretisch, würde die Möglichkeit gegeben, muss nur halt ein, äh, Netcode im Hintergrund noch, äh, verfasst werden. So, aber wir haben gleich genug Gebäude immerhin. Das passt ja schon mal sehr gut. Ramo, dankeschön für deinen Follow. Und einmal neun Ochsen dazuholen. Dankeschön für den Sub, sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank dafür. Einen wunderschönen guten Tag an alle 10 Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerade hier sind. Die gerade mit mir gemeinsam Mannerlords im Late Game erleben. Ja, das Late Game des Spiels, jetzt schon gezeigt. Zwei Wochen vor Release. Netcode kann sehr kompliziert sein, ja. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Nee, also Produktionsketten wie in Anno nicht. Das wäre ja, das wäre übertrieben. Das wäre übertrieben. Genau, durchzählen, eins, durch, zwölf. Ach, haben wir die zwölf heute geknackt? Geil. Boah, ich freue mich immer richtig, wenn wir zwölf Zuschauer haben. Das ist der beste Tag meines Lebens dann. Late Game hat schon, Late Game hat schon. Ist halt nur klein bislang, ne? Weißt du, Ranger, dass dein Call mit dem Gedicht durch ist? Muss ich es nicht mehr machen? Gott sei Dank. Dann bin ich froh. Fast 13. Mia Samenströmen. Dankeschön für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Ob sich das lohnt? Also Spaß hätte ich schon da dran. Lust hätte ich auch schon da drauf. Jetzt muss man aber sagen, ich bin Content Creator. Ich kenne also eine Handvoll Content Creator, die das ebenfalls super gerne spielt. Und ein Multiplayer mit denen wäre halt Bombe. Ja. Aber ich kann ja jetzt hier nur nicht aus meiner Content Creator Perspektive herausschauen. Wie viele Menschen hätten denn Zeit und Lust und Muße, das hier im Multiplayer mit Freunden anzugehen. Das ist halt die Frage, die sich der Entwickler dann stellen muss. Weil das ist halt ein bisschen länger als ein Abend. Ich danke dir, Dramur. Sehr, sehr lieb von dir. Herzlich willkommen hier auch auf Twitch. Übrigens brauchst du neue Aboziele. Ich bin mal lieber bescheiden und bleib mal lieber klein. Und das hilft immer. So. Dann setzen wir das noch hier hin. Also ich kann mir den Korb schon cool vorstellen. Wir packen hier auch Gemüse rein. Einfach damit wir Gemüse haben. So. Das sind die ersten 50, die wir ausgeben. Moment. Nee. Und der... So. Zack. Oh, Brieselung. Und der Rest wollte eigentlich wen anders sehen und hat sich bei der UL vertippt. Genau, man muss halt so ein übergreifendes Save-Game haben. So wie es im Pioneers of Pagonia ist. Da werden wir übrigens auch demnächst mal wieder reinschauen. Pioneers of Pagonia hat ja auch ein paar Updates bekommen. Hat ja auch ein Update insgesamt bekommen. Volker Wertig wird auch im Sommer einmal bei unserem Podcast Fog of War zu Gast sein. Und ich würde gerne mit euch im Pioneers of Pagonia nochmal reingucken auf jeden Fall. Wenn es die Zeit zulässt. Jetzt in der nächsten Woche ist wahrscheinlich auch wieder viel released. Deswegen gucken wir mal, was da so möglich ist. So, Anatolio ist ein wunderschönen guten Tag. Hallo. Da fehlt noch eine Familie. Ich packe jetzt hier überall gerade Familien rein, wo gerade was übrig ist, ne? Ist ja wohl klar. Ja, die Musik wiederholt sich natürlich irgendwann. Ich meine, der spielt schon, indem wir jetzt hier drin sind. Der ist, glaube ich, auch schon 15 Stunden. Also ihr könnt ungefähr damit rechnen, 15 Stunden. Dann habt ihr eure erste Stadt am Ende rangepackt und seid schon bei den nächsten. Wo siehst du? Manner Lords neben Fathers Frontier und Pioneers of Pagonia. Die Spiele sind zu unterschiedlich von dem her, was sie eigentlich wollen. Auch wenn das Spielprinzip im Kern gleich ist. Fathers Frontier ist halt mehr Survival-Spiel, das sich auf kleine Bereiche fokussiert. Pioneers of Pagonia ist halt das Wuselspiel mit Produktionsketten, das allerdings noch sehr viel Potenzial nutzen muss, um hochzukommen. Meiner bescheidenen Meinung nach. Und, ähm... Manner Lords ist halt jetzt einfach der Städtebausimulator im Mittelalter. Bei dem dann die ein oder anderen Sachen mal dazukommen von dem Mittelalter. Aber, äh... Ein Kern... Ein Kernplatz, äh, Platz bei einer Städtebausimulation. Gott, honey, moin. Und, äh, die Alexandra ein wunderschönes Hallöchen auch eigentlich. Grüße. Harry Aslan, hallo. Genau, sowas wie City Skylands um 1350 rum. Genau. Das ist es. Ja, vor allem in Fathers Frontier muss man immer noch eckige, äh, Mauern bauen. Die kann man hier jetzt wenigstens schon rund bauen. Ach, guckt euch das mal an, wie schön. Guck mal, wenn wir jetzt hier... Ich geh mal... Ich geh mal jetzt explizit als Lord hierhin. So, und wir laufen den Weg dann hier lang. Ja, wir werden auf jeden Fall die, äh, Demo von Pax Augusta... Ich kann ja Pax Augusta schon spielen. Ich versteh mich ja gut mit dem Roger. Und, äh... Also, das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Definitiv. Wollte mir auch Bescheid sagen, sobald er eine neue Version zur Verfügung hat. Entschuldigung, bitte. So, äh, wo kommt denn das erste Haus? Sie kommt einfach aus dem Wald herausgelaufen, von links nach rechts. Das sind die gruseligen Begegnungen, die man dann übrigens im Wald hat. Ich wollte es nur angemerkt haben. So, und dann kommt das erste Bauernhaus hier. Schaut euch das mal an. Mitten im Wald irgendwo, zack, Bauernhaus. Okay, wir gehen weiter. So, und dann kommen hier die nächsten Häuser. Hier bauen sie auch noch gerade. Jetzt muss ich gucken, habe ich den Weg verpasst? Ne. Jetzt muss man hier auch noch hochlaufen. Ah, hier ist der Weg. Und dann geht man hier rein. Guten Tag, grüße Sie. Denke, dass man den Lord gestalten wird auch noch hinterher dazukommen. Ich würde ihn gerne ins Gesicht sehen. Aber man kann ihm ja nicht ins Gesicht sehen. Aber jetzt kommen wir wieder, wieder sportliche Lord. Hopp, 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 hopp. Und vorwärts wieder. Zack, 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 zack. Und rückwärts wieder. Hopp, 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 hopp. Der kann besser als seine Soldaten ist, der unterwegs. Er rennt die ganze Zeit um. Hier, da ist dann das nächste. Guckt euch das mal an. Wie geil, ey. Vor allem mit dem Sturm, der hier aufzieht. Ein Sturm. zieht auf. Geht's hier wieder zurück. Boah, ich krieg richtig Gänsehaut gerade. Mir ist richtig kalt gerade. Wenn ich hier durchlaufe und ich das Gewitter höre in der Ferne. Dann kommen wir zur Haupt, zum Hauptbereich, wo der Marktplatz ist. Ich bin mal ganz kurz eben ums Eck. Ich hole mir was Neues zu trinken. Ich bin sofort zurück. Genieß mal kurz die Atmosphäre. Wenn ihr Strategiespiele mögt, gerne einen Follower da lassen. Bei uns gibt's alles von A wie Aufbau bis A wie Zerstörung. Geht's Zeit um. Ciao. Scheiße. Ja. Ja. Alles. Ich habe den alten Dox vor dem Monthold-Drag. Er hat es in meine Gesichter und versucht mir einen neuen Kniffel zu retten. Ich muss das Geld nehmen. Diese sind heavy. Vielen Dank. Ah, ist das nicht gut? Wildtiere gibt's nicht, nee. Boah. Indie-Main-Games, grüß dich. Schön. Wupp, wupp, vielen lieben Dank für die 10 verschenkten Subs, mein Lieber. Dankeschön. Sehr, 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 sehr lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Falls ihr übrigens dann mal sagt für euch, hey, aber so ein kaltes Wetter, das ist ja überhaupt nichts für mich, ja, dann möchte ich jetzt hier mal an der Stelle aber nochmal eine Sache eben kurz sagen, ja, die ganz besonders wichtig ist, nämlich, meine werten Damen und Herren, guckt doch mal bei Waterdrop vorbei. Ach, ist das nicht super? Denn, wenn ihr mögt, bekommt ihr einerseits 10% Rabatt, aber was noch viel wichtiger ist, ihr könnt hier Tee holen. Genau das Perfekte für das Wetter. Könnt ihr euch nämlich hier mit Tee eindecken, also für das Wetter hier drin. Gibt auch Tropical Fusion Tee zum Beispiel. Schön heiß aufbrühen und dann könnt ihr euch einen Tee genießen. Gibt auch schöne Tassen dazu. Und ihr braucht auf jeden Fall eine spezielle Kanne, also ihr braucht eine Thermoskanne logischerweise. Ihr könnt jetzt nicht einfach, ich weiß gar nicht, lasst das mit dem heißen Wasser in der Glasflasche. Da könnt ihr euch ein paar Teesorten aussuchen, falls ihr wollt. Mit Ranger 10, 10% Rabatt. Gerne vorbeigucken. Ausrufezeichen Waterdrop. So. Okay. Und wir gucken weiter in den Sturm. Vielleicht kannst du dir jetzt eine Wasserwage und einen Handwerker leisten. Weißt schon wofür. Wow. Dankeschön. Astado, grüß dich. Hallo. Irgendwie kann ich die Maus gerade nicht richtig bewegen. So, jetzt aber wieder. Aber man hat den Regen, hat man gar nicht hier unten gesehen, ne? Kann das sein? Es regnet. Wenn wir jetzt so sind. Doch, jetzt. Ach guck mal, jetzt sehen wir erst den Regen. Der war gerade noch nicht da, ne? Kalter Tee in der heißen Tasse. Ne, der ist auch heiß, der Tee. Im besten Fall sollst du den Tee heiß trinken. So, aber der Bug bleibt. Der Bug bleibt. Die Person hier, die ist unfassbar kalt. Die ist cool. So, wie sieht's aus? Und? Haben wir jetzt endlich? Ah, nö. Haben wir nicht. Naja, dann halt nicht. Was ist mit Eistee? Die Eistee ist kalt, ja. Das ist kalt, wenn man warm ist, rein schüttelt, bleibt es warm. Woher weiß die Thermoskanne das? Die hat grundsätzlich, ist die mit Smart ausgestattet. Und deswegen gehörst du zum Mercedes. Wir gucken nochmal hier drüben hin. Das eine Dorf läuft ja, ne? Captain Matt Worscht. Ein schöner Name. Vielen lieben Dank für dein Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Aber, um auf deine Frage einzugehen. Nein, ich werde mir jetzt keine Wasserwagen holen. Lonely Raptor, moin. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Kaltes Bier in der Thermoskanne. Hört mal auf, so räudig zu sein. Gottes Willen. So, wir müssen also warten, bis die dann wieder gut genug unterwegs sind. Nicht bestattete Leichen. Och Mensch, die faulen doch weg. Oh, die sind wirklich weggefault. Das heißt, die Leichen verschwinden. Auch so geben uns noch einen einmaligen Malus hinterher auf, die ganzen Sachen. Ich mach mal ein bisschen leiser. Die Musik, die dröhnt dann irgendwann auch ein bisschen im Dez bei mir. Allgemein ist lagervoll, lagervoll. Müssen wir auch nochmal aufpassen, dass wir die Lager hier gut vollgelagert bekommen. Wo packen wir uns denn die Lager am besten hin? Wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben Durst. Die setzen wir uns hier. Komm. Das gönnen wir uns. Weil ich es mir wert bin. L'Oreal. Und dann einmal ein Lager ausgehen. Bei 1400 wird die Wasserwaage gezückt. Nee. Aboziele. Weiß nicht. Da halte ich mich hinterher nicht dran. Es gibt... Ich weiß nicht. Also ein Aboziel. Ja. Ab 4... Wenn ich 4... Wenn wir 4.000 Abos knacken, dann rasiere ich mir einen Schnäuzer ab. Ja. Dann, äh... Das ist ein Aboziel. Da ich weiß, dass das unmöglich ist, muss ich mir da gar keine Gedanken drum machen. Das wäre nämlich eine der schlimmsten Sachen überhaupt für mich, wenn ich mir einen Schnäuzer abrasieren muss. Dann sehe ich aus wie Nacktmulch. Ähm... Sumo, grüß dich. Ja, also ich bin recht zufrieden. Das könnte aber noch ein bisschen verbessert und optimiert werden, muss man sagen. Bei wie vielen Abos stehen wir? Weit weg davon. Sieht es unterm... Unterm Stream. Ich bin ja transparent. Ihr seht ja, wie viele Abos ich habe. Das... Ne, das ist wirklich... Das ist wirklich zu viel. Ne, das... Leute, da müsst ihr euch gar nicht als Ziel nehmen. Wir sind bei 1.348. Also 2.500 Abos, die sind... Na, nur um mein Bart abzurasieren, der ist schon absichtlich so hoch gesetzt. Und Diamond Kite, danke schön für dein Follow. Was fehlt dir bei der Logistik? Einfach, dass das ein bisschen besser gehandelt wird. Dass die Abläufe ein bisschen reibungsloser sind. Das ist, glaube ich, das Große und Ganze, was mich da fehlt. Und ich würde es gerne so haben, dass wenn ich Ochsen irgendwo zuweise, der Ochse dann direkt in dem Viehbestand von dem jeweiligen Gebäude bleibt und weniger im kleinen Stall dann untergeordnet ist. Was? Das sind nur 10.000. Das wären 10.000... Oh, hui! Nur? Ja, dann seid doch mal nicht so knipprig, ey. Was ist los mit... Oh, ha, ha. Oh, ha, 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 ha. Na, nun. Also, ist hier da jetzt kein Problem. Hä? Ihr etwa? Okay, die 92% Mangel an Unterhaltung. Was ist denn jetzt Unterhaltung? Moment, ist Bier Unterhaltung? Bier ist Unterhaltung. Bier ist Unterhaltung. Na klar ist Bier Unterhaltung. Na klar ist Bier Unterhaltung. Quackys Gaming, danke schön für dein Follow. Natürlich ist Bier Unterhaltung, ganz ehrlich. Was soll sonst sein? Leider sind nicht so viele Leute im Kanal, die man beschenken könnte, ich weiß. Wir haben leider keine Ranger-Streams. So, Zugucker. Da hast du absolut recht. Wir werden mal folgendes machen. Seitenwaffen haben wir Seitenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. Die werden wir deswegen nehmen und deswegen werden wir anfangen mit dem Handel. Handel. Handel dir mal etwas Ärger ein. Oh, hallo. Ich exportiere nun ein paar Waffen. Bitte, seien Sie dafür nicht zu... ...sehr auf der Hut. Diese Waffen will ich jetzt gerne verkaufen. Dankeschön. Beihren Sie mich bald wieder. Ranger. Punkt. Der Memo, dankeschön für den verschenkten Sub. Vielen lieben Dank. Hier in Notstadt und Rangerland, eine Katastrophe. Ist so. Ist so. Kein Seitenbacher. Der Beginn ist gesetzt. Conny, danke für dein Follower. Und Janne, danke schön für deinen Sub im sechsten Monat. Immer wieder gern. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Maurice hatte gestern auch immer Biernot. Biernot ist, glaube ich, so ein Standardding. Weil die Gerste halt der einzige Punkt ist, über den wir den bekommen. Und Gerste ist... Gerste ist halt nicht gut anbaubar in Mana Lords. Momentan. Den Bart zum Test abrasieren, bevor man die 10k rausballert? Ja, klar. Eisbärknut, danke schön für deinen Sub im dritten Monat. Dankeschön, Janne. Bluna-Werbung. Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Ja. Wie läuft es eigentlich, wenn Leute von dir fallen? Kommen wir automatisch in der Familie nach? Oder was passen wir in den Erbliebenen? Nee, da schließen sich einfach random Personen der Familie an. Das ist kein Scherz. Da schließen sich wirklich einfach random Personen der Familie wieder an. Fruchtbarkeit ist halt random. Mach mal das Overlay an oder prüfe die Map. Sollte Gebiete mit guter Gerstenfruchtbarkeit geben. Die gibt es hier. Wir haben hier eine gute Gerstenfruchtbarkeit. Also das Gebiet, was wir haben, ist eines der besten, fruchtbarsten Territorien hier drin. Ähm, hier. Da haben wir nämlich schon vollgebaut. Das Problem ist, die Stadt ist auch zu einem Großteil auf der Gerstenfruchtbarkeit angelegt gewesen. Wir hätten hier drüben noch eine riesengroße Fruchtbarkeitsmöglichkeit für Gerste. Aber ich will jetzt den Wald hier drüben nicht wegnehmen, weil, ihr wisst ja, Optik vor Leistung. Ja? Ähm, Optik vor Leistung. Äh, ein jeder Versicherungskaufmann wird jetzt sagen, ja, das stimmt. Jetzt ist aber, äh, jetzt ist aber gut, ja? Ich kenne viele aus der Branche, deswegen, äh, nicht übel, ne? So. Ob ich überhaupt das Erlaubnis bekommen würde, den Bad abzuschneiden? Ich will auch spielen, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch so ein Spruch, ne? Ich will auch spielen, das kann ich mir vorstellen. Aber kannst du nicht? Ha! So richtig Arschranger. Sollte Brunnenwasser zur Bierquelle verwandeln und Bierbrauen, äh, Bierbrunnen bauen können. Das wäre was. Ja. Also quasi Zapfanlagen. Auch die Freundin, was das kitzelt? Wie, was kitzelt? Meine Freundin. Ich habe schon länger keine Freundin mehr. Weil einfach, das ist einfach nicht mehr Freundin. Das ist mehr Freiheit als ich. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Meine rechte Hand hat mich gebunden seitdem. Meine rechte Hand versklarvt mich quasi. Zählengefährte. Das wäre jetzt die richtige Antwort gewesen. Ist man zu alt für Freundin? Ich bin, äh, verheiratet. Aber ich finde es immer wieder schön, dass ihr mich als sehr jung einschätzt. Ich bin aber auch noch jung, muss man sagen. Ich bin auch noch jung, nicht nur im Kopf. Man muss im Kopf sowieso immer ein Kind bleiben. Aber auch tatsächlich im Herzen bin ich jung. Wobei mein Herz sagt wahrscheinlich eher, dass ich alt bin. Sagen wir eher, im Inneren bin ich jung. Irgendwo. Die Organe nicht, aber die anderen Sachen. Ich glaube, ich werde dann hier nochmal ein Haus hinsetzen. Who care? Wer fegt? Habt ihr gehört? Wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Einer der schönsten Sprüche, finde ich. Ich bin absolut derselben Meinung. Ich bin absolut derselben Meinung. Ich kann es nur immer und wieder, immer wieder betonen, weil ich das wirklich auch für mich selber fühle. Und auch immer wieder cool finde, das zu betonen. Weil mir das viel zu häufig, gerade leider im Strategiebereich, dass ich das ja immer wieder sehe. Manche verlieren da etwas den Humor. Avari, grüß dich, hi. Manche verlieren das Kind in sich selber. Natürlich. Man kann natürlich auch mal einen erlesenen Witz machen. Und mal, oh, während wir unseren Cognac schwenken, sagen, ach guck mal, er hat über Goethe einen Witz gemacht. In der dritten Zeile der zweiten Seite des fünften Buches von ihm. Ja klar, das kann natürlich auch mal lustig sein. Aber Pipi-Kacka-Humor kann auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn es nicht ausartet, einen guten Satz bringen. Damit rede ich jetzt nicht davon, ihr riecht alle wie Kacke. Also davon nicht. Aber mal so ein, weiß ich nicht, so ein gepflegter, so ein gepflegt gesetzter Furz, der kann aber auch mal jemanden zum Lachen bringen. So. So einfach ist das. Ist einfach so. Ist einfach so. Ranger vs. Steinwallen? Steinwallen ist eine sehr humoristische Person. Ich weiß, Steinwallen kommt manchmal sehr seriös rüber oder ähnliches. Aber Steinwallen mag diesen Humor, der manchmal auch ein bisschen kindlicher ist oder ähnliches, mag der auch sehr gerne. Also er lacht da sehr viel drüber, sehr herzlich drüber, wenn zum Beispiel auf der Gamescom oder ähnliches. Mal nehme du Kongs Gedächtnisfurz im Londoner M&M Store als Beispiel. Die Kugel, was? Weil wir trinken auch gerne mal einen Kognak. Ich meinte nicht Steinwallen, Mann. Jetzt kommt. Ey. Ob Steinwallen noch nicht so lachen Sie wie bei Rustler? Ja, also das ist jetzt kein Scherz. Steinwallen mag simple Humor sehr gerne. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum er immer wieder gerne den Brett... Warum er auch mich zum Beispiel zum Brettspielabend mit einlädt, wenn er ihn durchführt. Weil er halt weiß, was ich für einen Humor habe, ne? Eigentlich war der Plan, dass die außerhalb stehen sollte, um hier oben auf dem Hügel zu sein und runter zu schauen. Ich wollte mich langsam nach oben arbeiten. Allerdings ist das nach oben arbeiten jetzt irgendwie doch länger geworden, als ich gedacht habe. Also das ist der Hauptgrund, damit man quasi unten aufs Dorf drauf schaut. Kann er gut küssen? Richtig gut. Ich habe von Steinwall den zärtlichsten Zungenkuss jemals in meinem Leben bekommen. Seitdem ist er auch meine Frau dann. Ja, also jetzt ist es raus. Ich habe keine Freundin, sondern ich bin mit Steinwall liiert. Kann ich nichts für. Habt ihr euch noch nie gewundert, warum man Steinwall mich noch nie im selben Stream gesehen hat? Jetzt habt ihr einen Grund. Stefan, du kannst kommen. Ah, brauchst du dich nicht schämen. Gut. Will gerade noch nicht. Deswegen habe ich Stein. In die Ecke ist unser Diener. So, okay. Dann haben wir jetzt mal wieder hier Seriosität. Ja? Sonst kommen wir jetzt gleich schon wieder. Das ist aber nicht lustig. Jetzt müssen hier aber langsam mal wirklich ein paar mehr Leute dazukommen. Also jetzt wird es aber sonst... Sonst müssen wir wirklich damit anfangen, Bruder und Schwester. Naja. Wir können uns natürlich auch nicht mit einem anderen Dorf austauschen. Nee, nee. Das ist zu weit weg, das Dorf. Hier muss der Stammbaum kreis werden. Wir müssen leider die Habsburger nachmachen. Tut mir leid. Anders geht es hier nicht in dem Spiel. Sonst kann man es nicht ernst nehmen. Erst, wenn wir die Habsburger simulieren. So. Die Ranger die direkt Steinvorlagen für die Fanfix liefert. Ob du schon ein Bienenhaus gebaut hast und wie es sich kommerziell auswirkt. Sprich Wachs und Kerzen. Habe ich noch nicht gebaut. Könnte sein, dass wir das als nächstes in dem anderen Bereich angehen werden. Dafür müssen wir aber erst noch ein bisschen wachsen. Also nicht in Ranger Brand. Sondern hier drüben in Ranger Lohr. Da gehen wir auf die Forstwirtschaft. Als nächstes wollte ich da auf jeden Fall die Bienenzucht einmal angehen. Aber jetzt am Anfang noch nicht als erstes. Weil wir nämlich noch zu wenig Familien dafür haben. Apropos Familien. Habe ich jetzt hier eine zugewiesen? Nee, nicht in der Packstation. Sagt ja zu Bienen. Ich glaube Imkerei ist glaube ich eine sehr, sehr coole Sache. Ich glaube das macht richtig Spaß. Wenn man sich damit auseinandersetzt. Also logisch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wann sonst? Aber ja. Und schon ist der Winter wieder da. Ist es? Bist du Imker? Packstation muss ich an DHL denken. Ja, aber die kommen bei uns pünktlich wenigstens. Groß Zulauf. Vor allem von jungen Menschen. Ich habe auch gesehen, dass in letzter Zeit ein großer Zulauf bei den... Gemeinschaftsgärten ist. Heißt das nicht Gemeinschaftsgarten? Also diese großen Nutzflächen, auf denen dann mehrere Leute einen Garten drauf haben können. Berufsmk... Oh, das ist ja cool. Schrebergarten. Nee, 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 Schrebergarten. Es gibt wirklich so... Ähm... Nee, nee, nicht Schrebergärten. Ähm... Es gibt wirklich so gemeinschaftlich genutzte Landflächen. Das sieht immer aus, als wäre hier drüben Feuer, wenn man was bauen möchte, ne? Feuer, die so heiß hat gebrannt in meiner Bauchnabelle. Ich möchte nochmal hier durchgehen, ohne Mist. Das hier ist bislang meine Lieblingssiedlung, die wir hier bauen. Also ganz ehrlich, dass wir hier so viel Platz dazwischen lassen, das ist... Das ist meine absolute... Urban Gardening. Könnte sein, dass es so heißt auch. Das ist meine absolute Lieblingssiedlung. Guckt euch das mal an. Boah, ich hab richtig Bock, jetzt selber im Winter durch den Park durchzulatschen. Ja, ich sag bewusst Park, weil bei uns gibt's halt... Wobei, ich könnte durch den Essener Süden laufen. Da gibt's viel Wald. Also Forst. Es gibt ja in Deutschland nur noch Forstwald. Es gibt ja keinen richtigen naturbelassenen Wald mehr. 500 Jahre später fährt er nur eine Bundesstraße durchs Dorf. Auf der aber... Ne? Aber anmerken, auf der keiner fährt. Auch kein Bus. Beziehungsweise auf der fahren dann die Leute hinterher, weil kein Bus fährt. Deswegen wäre mein größter Traum, Richtung Amerika einmal dort in die Naturparks, also in die National Park zu gehen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ich liebe es zu wandern. Ich liebe es zu wandern. Wahrscheinlich ist das auch einfach noch von früher, vom Beruf, von der Bundeswehr. Dieses Marschieren. Ich hab's immer geliebt. Ich liebe Marschieren. Ich liebe Wandern. Einfach Rucksack aufsetzen. Essen, Trinken rein. Und dann einfach gemütlich durch diese Wälder durchlaufen. So schön. Tealik, dankeschön für dein Follow. Gibt's Wald im Naturschutzgebiet? Kann man eine Führung reinmachen? Ist wie Oberwald. Total krass. Echt? Okay, da würde ich gerne hin dann auch. Einmal vom Grizzly gejagt werden. So einen Mammutbaum auch sehen, ja? Okay, da muss ich mal gucken. Also so einen richtig, richtig, richtig guten Wald zu sehen. Da hätte ich mal richtig Lust drauf. Richtig Lust. Ah. Madeira. Ja, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt, mich jetzt nach Madeira bewege, dann sagen alle, oh, Ranger, Steuerparadies. Ich mach da nur Urlaub. Ja, 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 klar, ne? Ist in der Sächsischen Schweiz noch naturbelassener Wald? Wirklich? Nee, da hat sich, glaub ich, was geändert in Madeira, ja. Mit den Steuern, äh, ich glaube, letztes Jahr oder so, ne? Schön nach Rumänien. Warum nicht? Auch da, schön. Nein, ist auch schön. Ach, lief nur bis, ah, okay, Anfang des Jahres. Okay, hab ich mich dann dort nicht vertan. Im Balkan? Das Feuer, aber von Steuern und Steuern in den nächsten Misthaufen war sehr romantisch. Nach einer Woche Biwak. Etwa nicht? Das war doch wunderschön. Als du dann, als du zwei Wochen, als du zwei Wochen Biwak dann in den Knochen hattest, dir dann dachtest, oh Gott, ich möchte nicht mehr. Und dann auf einmal hieß es, so, und jetzt 50 Kilometer zur Kaserne zurück. Alles klar, der Fußbus fährt immer, jeder hat einen Fensterplatz. Los geht's. War super. War super. Und dann bist du dann über den Hügel drüber gelaufen und hast dann geguckt und dann hast du gesehen, auf einem anderen Hügel ist die Kaserne und dann hast du gesagt, geil, da ist die Kaserne und dann hieß es, nee, nee, das ist die falsche Kaserne. Unsere Kaserne ist noch ein Hügel weiter. Dann wusstest du, du musst dann nochmal den Hügel runter, dann nochmal den Hügel hoch, an der anderen Kaserne vorbei, dann nochmal den Hügel runter und dann den Hügel hoch. Das war schön. Das war schön. Baumholder. Gute alte Erinnerung. Also an sich ist es gar nicht so hügelig. Das ist eigentlich so wie... Ja, nee, ist schon ein bisschen hügeliger in der Eifel. So, okay. Gehen wir nochmal kurz hier hin. Neun, zwölf Häuser haben wir. Wir haben jetzt ein... Ein bei den Jägern. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Und der siebte ist dann wahrscheinlich hier unten, ne? Sieben. Ist dem Baumholder noch ein Rallye? Keine Ahnung. Das ist bei mir dann schon sehr, 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 sehr lange her, dass ich da war. Grafzahl. Graf Ranger. Wolfgang, moin moin. So. Wir wollen dann hinterher nochmal schauen, dass wir noch mehr Geld dort einnehmen können. Die Eifel nach Franken gepackt? Nee. Habe ich nicht gemacht. Das hier ist ja ein fiktives, an Franken angelehnter Bereich. Ja, aber wir können die anderen beiden erstmal als Baumaterial benutzen, genau. Für den Bau benutzen. Okay, das war die Musik hier drin. Theo Giel, Dankeschön für deinen Sub im zweiten Monat. Vielen lieben Dank. Das hier ist wirklich nervig. Obdachlosigkeit. Warum? Wie kann denn Obdachlosigkeit vorhanden sein? Wie? Hier sind 15 Häuser. Hier kann jeder von euch zwei Häuser beziehen, wenn er möchte. Manchmal brauchen die noch ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen. Also ein bisschen buggy an manchen Stellen. Wann das arbeiten? Nee, die arbeiten alle in dem Gebiet tatsächlich. Wie die Verbindung Slawik-Franken zustande kam. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht über Coppelius als historischen Berater gekommen ist. Wobei, da wäre er ja Österreich nehmen können. Aber vielleicht haben sie dann gesagt, nehmen wir was in Mitteldeutschland, weil da vielleicht die größte Zielgruppe ist. Was meinst du, das war Jakob? Was meinst du damit genau? Jakob hat ja die Gebäude hier drin gemacht. Oder hat Jakob die Idee gebracht, das nach Mittelfranken zu panken, weil er davon die Häuser am besten bauen konnte? In fränkischen Stil? Talk with Maurice hat Coppelius gesagt, dass er dazu geraten hat, weil es gut dokumentierte Architektur gibt. Ah, die meisten Quellen. Okay. Finde ich aber auch gar nicht so verkehrt. Und man muss ja auch dazu sagen, Aufbauspiele sind ja nun mal auch ein deutsches Genre, das sehr gerne in Deutschland gespielt wird. Und daher kann man das hier schon sehr gut auch vermarkten. Wenn man jetzt noch sagt, hier, bitteschön, spielt eine fränkische, einen fränkischen Grafen, baut euch ein fränkisches Dorf auf, dann, äh, also wahrscheinlich erkennen manche von euch hier sogar sein, ihre, äh, Teile ihrer Stadt wieder, ne? Wie sie mal früher ausgesehen haben kann, vor, man muss ja mittlerweile sagen, 600 Jahren. 600 Jahre ist das ja. 600 Jahre. Wäre langweilig, wenn es wieder in England war. Ja, vor allem, weil halt, ah, Going Medieval ist in England, Father's Frontier ist in England, Foundation ist, glaube ich, englisch angehaucht. Ah, ist schon viel, viel. Kann ich mich sehr dunkel daran erinnern. Also, wenn jetzt noch die deutsche Übersetzung dazukommt, oder dazukommen würde, deutsches Voice-Over, das fände ich halt cool. Und ich fände das auch cool, wenn das, ich weiß, das ist dann natürlich, das wird man nicht machen, weil der internationale Markt halt dann Englisch lieber mag, aber wenn man ja auf dem internationalen Markt auch einfach mal Deutsch als Sprache dann dazu packt, weil halt ein deutsches, deutsches, ähm, äh, ein deutsch angelehnte, deutsch angelehnte Provinz oder deutsch angelehntes Grafentum, dann fände ich das schon cool, ne? Grafschaft Grafentum. Tom, hallo, grüß dich. Der Macbeth grüßt dich. Sitze gerade sogar in einem, äh, 500 Jahre alten fränkischen Fachwerkhaus und schaue den Stream. Oh, cool. Wohnst du da? Das ist ja cool. Parallels Frontiers ist nicht England, sondern fiktiv. Ja, aber in England angehaucht, das ist so, wie hier quasi an, an, an Franken angehaucht ist. Glaube aber, no way, dankeschön für dein Follower. Ich glaube aber, hier haben wir, ne, jetzt, jetzt kommen wir hier ein bisschen voran. Jetzt kommen wir hier ein bisschen voran. Das heißt, wir schauen jetzt, wir haben die Hofstätten gebaut, den Brunnen haben wir gebaut. Wir brauchen jetzt die Kirche. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir uns die Kirche hin? Glück gehabt bei der Suche, das kann ich mir vorstellen. Wo bauen wir uns die Kirche hin? Hier ist Ende von der Provinz, da oben ist Ende von der Provinz. Man könnte natürlich bis hier unten hingehen. Hier ist sogar, alter Verwaller. Das ist, glaube ich, das ist der größte, das größte Territorium, glaube ich. Man kann ja auch mehrere Städte in einen Bereich reinbauen, ne? So ist es ja nicht. Wisst ihr was? Wenn wir hier schon eine große Fläche haben, ja, nee, das, das fühle ich, fühle ich nicht, muss man sagen. Hier fühle ich das eher. So, okay. Dann wollen wir natürlich auch noch mal hier schauen, wie wir den Weg am besten durchziehen können. Also hier einen langen. Hier hoch, hier rüber und dann einmal da dran gepackt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann haben wir wenigstens eine Kirche als nächstes. Das hier macht mir am meisten Sorgen, Ranger Brand. Das Problem ist halt, dass hier der Kampf stattgefunden hat und dadurch die Zufriedenheit runtergegangen ist. Und durch diesen Zufriedenheitseinbruch wir halt auch noch eine Familie verloren haben. Genau durch diesen Kampf. Vorstellung mit Handpuppen gegeben. Oh, heute bauen wir uns was auf. Eigentlich geht es um Bavaria Slavica in Franken. Was ist denn Bavaria Slavica? Das habe ich noch nie gehört. Die Leichen haben wir bestattet. Die sind hier oben alle untergekommen. Das hier ist rückwirkend. Also zuvor nicht bestattete Leichen. Nur die schlagen halt in dem Moment direkt rein, sobald das da ist. Ranger vs. Krokodil. Ein Krokofan würde ich nur nehmen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles bestückt. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Familien irgendwo zugewiesen. Alle Familien irgendwo zugewiesen. 360 bis 400 ist das Spiel hier. Äh, ja. Ja, 360 bis 400. Nicht 360 bis 400. 1360 bis 400. Die sich einmischt. Äh, prinzipiell soll es eine geben mit dem König hinterher. Aber die ist noch nicht im Spiel integriert. Punkzocker, hi. Uhu, grüße. So, wir lassen jetzt das mal ein bisschen beschleunigt. Immen Ranger Nahrung geht zur Neige. Immen Ranger? Ne, Moment, hier oben ist Immen Ranger. Was? Habt ihr kein Brot gebacken? Moment, warum haben wir so viel Mehl, aber kein Brot? Was ist denn das, bitteschön? Äh, hier, Gemeinschaftsbäckerei. Ihr fangt auch nochmal an, weiter hier zu arbeiten. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir hier nochmal ein bisschen... Brauchen noch... Mein Gott. Dieses automatische Speichern, ne? Bäckerei. Das bekommt man die höchste Priorität. Haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, eine Bäckerei zu bauen? Hier. Ja, da könnten wir noch eine Bäckerei brauen. Wir bauen eine Bäckerei. Und wir bauen nochmal eine Brauerei. So. Okay. Sonntags Backverbot? Fachkräftemangel. Mhm. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube aber auch, dass zu 100% der... Die Bewirtschaftung der Felder noch nicht zu 100% funktioniert. Weil... Die Gerste jetzt über Winter angebaut wurde. Hier. Der wächst. Pussi, mach's gut. Aufgrund dessen, dass halt im Vorfeld... Ähm... Flachshund uns angebaut wurde. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist Wintergerste. Ich glaube, die ist hier im Spiel nicht so. Gibt ja Wintergerste. Aber hier in dem Spiel ist es, glaube ich, das, was im Sommer angebaut wird. Normale Gerste wächst doch im Sommer, oder? Außer jetzt diese Wintergerste. Meines Wissens nach. Wächst im Sommer, ne? Und das ist hier eine normale Gerste. Ähm... Und hier steht auch zum Beispiel... Ähm... Hier, ähm... Feldfrüchte wachsen, flügen, ernten, sehen. Ich glaube, nur Flax ist etwas, was im Winter hier wachsen sollte. Und... Im Frühling alles langsam wächst. Halten die sich im Winter im Boden? Okay, ja, dann ist er gut. Also es wächst auf jeden Fall noch. Es wächst auf jeden Fall noch. Aber weil hier auch nach Jahren sortiert ist, ne? War bei der Demo auch so? Okay. Dann warten wir mal. Wir haben jetzt im Moment 61... Äh, 71 Gerste, die dabei rauskommt. Weizen, Weizen. Weizen? Hier könnten wir übrigens mal schauen, dass wir das hier, äh... Zu einem Acker machen nebenbei. Und hier wächst gar nichts. Ne, hier wird noch angesät. Hm, naja, okay. Wir lassen das mal so. Wir lassen das mal so. Wir halten ein Auge da drauf. Und gucken dann jetzt hier wieder unsere alten Bereiche an. Müssen Felder nicht brach liegen? Ja, oder einen Fruchtwechsel haben. Beziehungsweise einen, ähm... Einen Wechsel haben. Doch, einen Fruchtwechsel haben. Der halt die Nährstoffe wieder am Boden fördern kann. Sowas wie Flux zum Beispiel. P.A. Junior, wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich rutsche hier schon wieder immer tiefer im Stuhl. Aber das ist jetzt... Das muss so sein. Das muss so sein. Jetzt ist man hier nicht glücklich. Packen direkt einen in die Kirche rein. Und hier sehen wir zum Beispiel, das hier ist ein ganz wildes... Oh, ein bisschen haben wir hier zwischen. Wo wir was anbauen könnten. Wir wollen uns aber trotzdem lieber auf den Forst fokussieren. Ähm... Und... Wer... Denn... Dann... Eine Burg könnten wir halt hier bauen. Klopause nötig? Ne, wir hatten ja gerade eine. Die ist jetzt gerade nicht nötig. Stuhl entsorgen? Ne. Der ist sogar relativ neu. Den habe ich von Razer bekommen. Freundlicherweise. Jack Joe, grüß dich. Mit dem schmelzenden Schnee, dem Wald. Ja. Wir können zwischen den Regionen austauschen. Ich wüsste jetzt aber noch nicht, was wir hier zwischen austauschen sollen. Außer wir machen, dass jetzt so ein unendliches Leben vorkommen. Aber das ist eigentlich... Das ist eigentlich der richtige Stich... Das richtige Stichwort. Wir könnten hier wirklich mal schauen, dass wir vielleicht doch nochmal Leben hier dran packen. Es fehlt ja auch noch zum Beispiel Umweltverschmutzung. Das ist ja auch noch etwas, was vielleicht dazukommen sollte. Beziehungsweise Umweltverschmutzung in der Form, dass eine Gerberei zum Beispiel nicht im Dorf stehen soll oder ähnliches. Das gibt es ja auch noch, ne? Oh, Luke. Oh, Luke, ey. Wird schon abgebaut. Lass das nochmal weiter beschleunigen. Wir gucken uns das mal an. Gerüchekarte ist ja in Arbeit. Ja, hier gibt es ja auch Gerüche, Feuergefahr. Wobei Feuergefahr auch in Arbeit ist. Aber bei manchen hat es schon gebrannt. Bei mir hat es noch nicht gebrannt. Abnutzung der Häuser. Das ist natürlich auch cool. Weil wenn es nämlich Abnutzung der Häuser gibt, dann könnten wir darüber nochmal schauen, dass wir andere Berufe etablieren können. Wisst ihr? So, zum Beispiel Instandhaltung. Lass mich einmal kurz das eben nachsehen. Meine werten Damen und Herren. Ich muss einmal eben raus tappen. Gronkh hatte direkt einen Blitzanschlag und verlor sofort zwei Ochsen. Was Ranger kurz verschwunden war, geht es euch auch so? Wie meinst du verschwunden? Saramun, danke schön für dein Follow. Für Gerbe bräuchte man bestimmt ein Flüsschen oder Bach am Dorf. Flüsse sind ja auch sogar schon hier drin etabliert. Also sie müssen das nur noch ein bisschen mehr erweitern. Also hier unten haben wir einen Fluss in der Mitte des Ganzen. Und ich finde, der sieht so... Lasst uns... Guckt euch das mal kurz an. Wie gut der Fluss einfach aussieht. Ton war kurz weg. Ne, der Ton des Spiels war weg. Und ich habe da nicht geredet. Deswegen hat sich das angehört, als wenn der Ton weg gewesen wäre. Das ist kein Fluss, das ist ein kleines Bächchen. Das ist der Rhein. Da brauchen wir doch gar nicht drüber sprechen. Das hier ist der Rhein. Das sieht man doch. Weil ansonsten sieht man Rhein... Und Rhein... Rhein, ne? Wie der Rhein geht. Kann man da angeln? Ne, ist der Rhein. Da darf man nicht drin angeln. So fängt der Rhein an. Wenige wissen das. Ich bin aber jemand, der sehr gerne jemanden reinlegt. Deswegen bin ich da eher bewandert, als vielleicht manch andere. Der war letztes Mal noch größer. Der fängt ja auch irgendwo an, ne? Super. Viel schöner als andere Aufbauspieler. Ein bisschen kanalisiert sieht er schon aus. Das wäre extra so ausgehoben worden. Ja, klar, klar. Aber manches muss ich sowieso hier noch etablieren. Ich glaube, deswegen hat man auch hier eine handerstellte Karte gemacht. Damit man genau diese Problematik aus dem Weg räumen kann. Dass zufällig generierte Karten sehr wild aussehen könnten, ne? Hat sich nicht zur Fischerei geäußert. Hat mich mehrfach genervt damit. Wäre sehr cool, wenn sie auch eingeführt werden würde später. Würde halt einen Umbau der Karte bedeuten, ne? Weil wir nur diesen Bach haben. Und der ist, glaube ich, nicht mal eingezeichnet, oder? Doch, der ist eingezeichnet. Hier. Da. 2. Geht der hier oben noch weiter lang? Ach, guck mal, das ist ja cool. Die haben das historisch gemacht, dass die Grenze des Territoriums der Bach ist. Das ist ja mega gut. Deswegen sieht man den nicht auf der Karte. Hä? Ich dachte, das wurde alles mit dem Geodreieck und Lineal gemacht, wenn ich nach Amerika gucke. Dann ist das hier der Bach. Der geht dann hier runter. Hier nicht mehr. Der endet... Der endet einfach hier. Müsste der nicht irgendwie anders enden? Vielleicht kommt dann hier hinterher ein Fluss, äh, ein See hin. Das Ende ist ein bisschen enttäuschend. Ja. Ja. Wer ist die Quelle? Er fließt einfach falsch rum. Ah. Ah. Verstehe. Weil hier oben geht er ja noch weiter. Ihr habt nichts gesehen. Weggucken, bitte. Was war? Nichts, nichts. Alles war gut. Alles war gut. So. Haben wir denn jetzt hier die Gerste geerntet mittlerweile? Immer noch nicht. Ohne das können wir nämlich nicht weitermachen. Wir könnten eine Frühzeit... Ja gut, das wächst halt jetzt gerade nicht. Ich glaube, das ist ein Bug, dass das im Winter wächst. Ich bin ehrlich mit euch. Das wächst... Doch, das wächst jetzt auch ein bisschen. Dinkel ist viel besser. Dinkelbier? Na ja, sagen wir mal so, es reicht. Es passt. Und das wächst hier jetzt auch gut. 127 Tage. Freaky Styler. Dankeschön für dein Follow. Was man eigentlich auch zum Bierbrauen braucht, das gibt es momentan noch nicht. Aber es gibt halt das eine oder andere noch nicht. Also zum Beispiel auch Werkzeuge, die wir bauen können. Da gibt es noch keine Verwendung für. Wir sehen hier drin auch Steinblöcke soll es schon geben. Auch die gibt es noch nicht. Das zweite Herrenhaus soll dann hauptsächlich aus Stein angelegt sein. Ist allerdings noch nicht etabliert. Genauso wie Holzteile. Da haben wir auch noch keine Verwendung für. Also ich denke, dass das hinterher nach und nach noch was sein wird. Ich hoffe allerdings, dass man den Spielstand weiterspielen kann dann. Weil stellt euch mal vor, die Updates kommen und Ranger kann das hier einfach alles weiterspielen. Würdest du ein Bailride testen? Ja. Habe ich auch schon auf dem Schirm. Ich habe es mir noch nicht zu 100% angeguckt, bevor ich es wirklich konfirmen kann. Ich denke aber, für YouTube kommt auf jeden Fall ein Video. Und wenn mir das zusagt, werden wir dazu auch einen Stream machen. Aus so einem Gersten fällt keine Brache alle paar Jahre. Ja, das kann man schon machen. Das kann man schon machen, müssen wir aber noch nicht so. Weil Gerste und Weizen wechseln sich noch relativ gut ab. Laisara, hoffe ich, dass ich es nächstes Wochenende zeigen kann. Weil morgen wird dann nochmal... Vorbei, morgen könnten wir es auch... Aber zwei Stunden nur spielen. Ah, es sind so viele Spiele jetzt rausgekommen neben Mannerlords. Ich packe euch später nochmal auf Instagram auf... Schaut auf Instagram vorbei. Da hört ihr zum Beispiel auch meine Voice-Line. Also ich mache ja Voice-Acting jetzt mittlerweile auch. Und ich habe ja das erste Spiel synchronisiert. Und auf Instagram könnt ihr dort euch die erste Kostprobe holen. Da werde ich dann Programmplan heute Abend draufpacken. Auf Discord und hier auch in der Twitch-App auch. Das Spiel hat bei allen CC überall Rekordzuschauerzahlen. Ja, es ist sehr beliebt. Und wie Ranger Textzeilen erfindet. Vielleicht soll... Das muss ich dem Entwickler, glaube ich, nochmal zustecken. Also wenn das Spiel hier weiterentwickelt wird... Romo für deine Stimme. Äh, nee, das ist tatsächlich die offizielle Synchro für ein Spiel. Für Warno. Ähm, da habe ich... Da spreche ich die Hauptrolle der Bundes... Bei der Bundeswehrkampagne ein. Könnten hier hinter noch einen Weg bauen. Das machen wir auch. Einmal quer. Das muss richtig schön sein. Ich liebe alles da dran. Das war halt eine relativ ernste Sache. Als nächstes würde ich gerne mal was Fantasy-mäßiges machen. Irgendwie ein Goblin oder so. Oder ein Ork. Oder ein Peon. Arbeit ist vollbracht. Ich gehe dann mal. Richtig. Herr Arbeit. So. Da wird es nämlich auch demnächst auf Instagram eine eigene Reihe geben. Da werde ich mir, ähm, epische Voice-Lines. Epische Dialoge aus Computerspielen heraussuchen. Und die nach meiner eigenen Art nachvertonen. Also zum Beispiel der Peon eben. Oder vielleicht sowas wie aus Stronghold. Dass ich mir dieses Schnipsel nehme. Die seht ihr dann auf Instagram. Und ich werde dann einfach meine Stimme da drüber legen. Das wird so ein bisschen spezieller Instagram-Content werden. Da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Weil das einfach mal ein bisschen probierend für mich ist. Das heißt, für euch ist es nur mehr wert. Wenn ihr da drauf nicht steht, könnt ihr einfach auf Twitch bleiben. Ist noch besser. Vielleicht Pixie-Bücher vorlesen. Das mache ich sehr viel. Für Goblin ist deine Stimme zu tief. Also Jan Wagner hat schon gesagt, er würde mich schon als Goblin nehmen. Das kriege ich noch hin. Na! Mensch! Du nicht neben Kerze! Das ist mit Facebook verwandt. Selina, mach's gut. Ciao. Schön, dass du da warst. War das nicht wegen dem Aussehen? Wow. Einfach nur wow. Mehr sage ich dazu nicht. So, wir bauen da nochmal ein Haus rein. Ich glaube, für einen riesigen Org ist meine Stimme nicht tief genug. Danke, Pia Junior. Mein Murloc zu vertonen. Hearthstone lässt grüßen. Da habe ich es viel gespielt. Deswegen. Renek, Mahlzeit. Wir bekommen wirklich ein paar Probleme mit der Nahrung gerade eben. Gut, Weizen wächst jetzt gerade bei uns. Es scheint so, als wenn Gerste noch verbackt ist. Wobei, hier wird Gerste angezeigt. Aber sieht auch aus wie Weizen. Und? Gut, hier sind sie auch ordentlich am Pflücken. Und warum gehen die jetzt gerade nicht auf die Jagd? Okay. Mal den Blick behalten. Aber das bedeutet für uns... Ah, ich weiß warum. Aufgrund der Färberei. Weil die natürlich auch noch viel nimmt. Aber wir werden dann einfach mal ein paar... Ein paar Gemüsegärten dann wieder bauen. Und Hühnerstall. Wer kennt es nicht? Das Rangerhuhn. Das hier ist wirklich eine Kleingartensiedlung, ne? Ein Gemüsegebet. So, okay. Pflanzt der Förster auch Bäume? Ja. Ja. Wie funktioniert das? Dann machst du das alleine oder gehst du ins Studio? Das kommt ganz drauf an. Wenn es ein kleines Entwicklerteam ist, kann ich das vor Ort aufnehmen. Also hier mit meinem Setup. Aber jetzt zum Beispiel die Agentur, über die ich das machen werde, die haben Tonstudios in fünf Städten in Deutschland. Berlin, Hamburg, München, Köln und Leipzig? Ich weiß es gar nicht genau. Und dann würde man dorthin gehen. Die machen aber auch Film und Fernsehen. Also das kann dann für alles Mögliche sein. Erstmal schauen. Das ist ja erstmal muss ich da... Leonhard, oh moin. Erstmal muss ich da halt meine ganzen Sachen einreichen. und die würden das dann weitergeben und dann müssen die Leute zuhören und dann dürfen sich die Leute entscheiden, ob das gut genug für die ist. Ich bin ehrlich, meine Stimme ist, glaube ich, noch nicht markant genug, dass sie da wirklich hervorstechen würde. Ein Shark, danke schön für dein Follow. Wie ist deine Miliz ausgerüstet? Zweimal Schwertschild, einmal Lanze-Schild und einmal mit... mit Bögen. 91% Zustimmung, ja. Sogar 100% hatten wir auch schon. Also das... Das haben wir schon hinbekommen. Wenn ich zum Beispiel einen Ress höre, der so eine richtig markante, einprägsame Stimme hat und dann komme ich da an... Ich finde meine Stimme nicht schön. Aber das ist ja grundsätzlich immer so. Seine eigene Stimme findet man... Ist ja auch immer seltsam für einen selbst, ne. Nicht bepieken? Mit Speeren. Wenn du es so möchtest. So. Als deutscher Kommandant. Natürlich mit Augenklappe und Zigarre im Mund. Der durch die Decke geht. Ja, aber ich gucke kein Anime, ne. Also ich könnte nicht mal sagen, wie ich die betonen müsste. Baudiburg? Was ist denn Baudiburg? Das kenne ich gar nicht. So, wir werden auch nochmal hier schauen, dass wir dann... Ne. Wir bauen hier nochmal zwei Stück rein. Und wir decken uns ein bisschen mehr mit Nahrung ein. Das heißt, wir nehmen hier drüben nochmal ein. Äh, viele Familien, die hier noch übrig sind. Aber es wächst immer noch. Und hier kommen wir immer noch die auf 50. Das wird auch ein harter Krampf für uns werden. Wir schicken hier nochmal welche hin, damit wir das über Nahrung wenigstens ein bisschen ausgeglichen bekommen. Ich hoffe, dass wir das schaffen können. Und dann werden wir einen bei dem Brennholz reinpacken. So. Man hört seine Stimme immer anders aufgrund des Hohlkörpers. Äh, ja. Ja. Punkt. Aber, ähm, je mehr du deine Stimme selber hörst und je mehr du mit deiner Stimme arbeitest, wie zum Beispiel Content Creator, desto besser kannst du deine eigene Stimme wahrnehmen. Und, ich höre mich selber über Kopfhörer, während ich mit euch rede. Aber in Echtzeit. Deswegen kann ich das, kann ich reden, ohne dass es mich irgendwie einschränkt oder ähnliches. Also ich höre über Echtzeit, höre ich mich die ganze Zeit so, wie ihr mich hören würdet. Okay. Ich überlege gerade noch, können wir... Ne, hier ist schon wieder... Ah. So, jetzt Immenranger. Latenzfrei unterwegs ist der Mann aus seinem Kopf. Da ist hier Latenz immer vorhanden. Aber wir haben über 100 Familien. 110 Familien haben wir gleich hier. Wenn jetzt wirklich nur noch das mit dem Bier wäre, dann würden wir ja alles aufrüsten können. Das habt ihr noch nicht erlebt, Leute. Dann würden wir hier mitten in der Mitte, mitten in der Mitte würden wir stehen. Und um uns herum hätten wir dann dieses riesengroße Dorf. Das ist auch mein Hauptziel. Also die anderen Dörfer aufzubauen ist gar nicht mein Hauptziel. Weil klar, das habt ihr ja schon gesehen jetzt über das komplette Wochenende hinweg. Bei mir und bei zahlreichen anderen. Ähm, das ist halt das, was den Late-Game-Content ausmacht. Das hier ist es. Das hier ist es. Aber vielleicht mal so gefragt. Ähm, dadurch, dass wir halt das Late-Game anschauen und, äh... Ihr wisst ja bei mir, wenn wir jetzt so ein Spiel so durchgespielt haben, dann gibt's danach immer mal wieder ein bisschen Wechsel. Ist mir persönlich... Klar, ich freu mich über hohe Zuschauerzahlen, ja. Aber jetzt nur, weil wir regelmäßig die tausend Zuschauer knacken mit meiner Leute, sonst heißt das nicht, dass das jetzt mal ein Standardprogramm wird. Äh, was heißt ein Standardprogramm? Also, dass wir jetzt nur noch Männerlord spielen werden, ne? Und, äh, morgen zum Beispiel, morgen werden wir... Da werden wir vielleicht nochmal von 17 Uhr bis 19 Uhr Männerlord spielen. Um 19 Uhr kommt ja Frostpunk 2 dann die Beta raus. Dienstag werden wir Frostpunk 2 ab 16 Uhr bis 18 Uhr spielen. Danach gibt's Content-Warning mit, äh... Bloody, grüß dich und schöne Grüße zurück. Danach gibt's Content-Warning mit Ivraldes, Strategie Ecke und Rino. Nächste Woche Samstag könnte ich mir nämlich vorstellen, dass wir dann Lysara Summit Kingdom spielen und dann den Sonntag darauf vielleicht mal wieder Pioneers of Pagonia. Das wäre jetzt die Frage. Ich müsste jetzt natürlich gucken, wie viel wir hier überhaupt noch machen können. Äh, wie viele Sachen hier noch sind. Und deswegen jetzt die Frage an euch, liebe Leute. Was ist denn etwas, was ihr auf jeden Fall noch sehen wollen würdet oder gerne wissen wollen würdet, wenn wir jetzt hier im Late-Game von Manalors unterwegs sind? Und Double Cheese, danke schön für deinen Follow. Im Stream und spielt nur noch Manalords. Jetzt spielt's gut. Sag Cody, danke schön für deinen Follow auch an dich. Hallo. Also, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ähm... Ich hab gestern, hat jemand gesagt... Deswegen weiß ich nicht, wer es war. Ja? Aber gestern wurde im Chat gesagt, jemand, ein Content-Creator hat gesagt, dass ein Monat lang sein Programm nur noch aus Manalords bestehen wird. Ich weiß nicht, wie man diesen Monat komplett füllen möchte. Außer, dass man halt die ganze Zeit immer wieder ein neues Dorf aufbaut und dann versucht, dieses Dorf miteinander zu verbinden. Ich weiß aber auch nicht, wer das gesagt hat. Aber Hut ab, Respekt dafür. Die ganze Map in einer Farbe, das würde noch gehen. Das würde noch gehen. Dass man halt wirklich versucht, alles einzunehmen. Aber ja. Das wäre interessant. Das ist tatsächlich uninteressanter, als es wahrscheinlich aussieht. Mit Einfluss beanspruchen. Und dann daraufhin würde er eine Armee schicken und wir würden eine Armee schicken. Und dann gibt's eine größere Schlacht. Dafür haben wir aber, glaube ich, zu wenig. Das war der Creator, der einmal im Monat streamt. Ja, also wenn... Nee, ich glaube nicht, dass... Ich glaube, Steinwallen war nicht damit... Nee, Steinwallen, ja... Nee, Steinwallen streamen nicht einmal in der Woche. Stream Steinwallen. Vicky, dankeschön für dein Follow. Später soll viel mehr dazu kommen. Ja, ja, klar. Also, das werden wir... Also, das Spiel werden wir auch nicht weglegen. Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das werden wir auf jeden Fall mit jedem Update auch nochmal angucken. Die sich über die gesamte Map erstreckt. Aber ist das nicht schon eigentlich zu viel des Guten? Ich finde das hier so ganz gut. Behältst du die Gebäude und Bewohner? Ich hoffe. Ich hoffe. Darauf baue ich jetzt auf. Also, für einen Monat ist noch zu wenig Content im Game. Aber für ein gepflegtes Wochenende ist meiner Meinung nach genug Content hier in dem Spiel. Ich würde sogar sagen, für eine Woche ist hier genug Content drin. Und das als wichtig, als Content Creator. Für euch wird es nochmal anders sein. Das heißt, als Content Creator, wenn das mein Beruf ist und ich jeden Tag eine Stunde reingehe, jeden Tag ein paar Stunden reingehe, also zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wenn ich das so durchpower, mit fünf bis sechs Stunden pro Stream, dann habe ich hier, dann habe ich meiner Meinung nach alles wirklich durchgespielt von diesem Spiel. So, das ist wichtig. Das heißt, ihr, die natürlich dann auch noch im Beruf nachgehen oder Studium oder ähnliches, ihr habt natürlich dann nochmal viel mehr Zeit, die ihr hier drin investieren könnt. Nur damit das hier wichtig einmal hervorzustellen ist. Nicht, dass ihr denkt, okay, hier ist jetzt gar kein Content irgendwie im Spiel. Wir müssen noch bis Herbst warten. Ich lasse das ein bisschen vorlaufen. Ich hätte wieder Farbes Frontier. Soll es eigentlich eine Art Kampagne geben? Einen Monat nur Männerlords ansehen, wäre, glaube ich, zu öde. Das ist doch immer das Gleiche. Dafür fehlen die Inhalten. Eine Woche zusehen ist okay. Ja, also wie gesagt, eine Woche ist, finde ich auch okay. Eine Kampagne gibt es nicht. Es gibt vier verschiedene oder drei verschiedene Ziele oder Endlosspiel. Und alle Ziele enden auch im Endlosspiel, glaube ich, hinterher. Es gibt leider keinen Multiplayer, zumindest momentan nicht. So, und wenn die dann anfangen zu ernten? Und Commander Sushuk, danke schön für deinen Zap. Sehr, sehr lieb von dir. Ein sehr leckerer Name. Und danke für den Follow. Auch sehr lieb. Genau, KI-Gegner sollen auch noch reinkommen. Also ich mache mir um die Langzeitpläne keine Gedanken. Wenn die die richtig umsetzen, wenn die da dranbleiben, dann go for it. Da freue ich mich da drauf. Wenn es ein Full Release wird, nee, das kann man noch nicht sagen. Warten wir erstmal den Early Access Release ab, der dann irgendwann am 26. sein wird. Aber doch einen guten Tag, hallo. Wir haben schon mal Against the Storm ausprobiert. Also die Hooded Horse-Spiele haben wir eigentlich alle mal ausprobiert. Wir könnten mal in Terra Invicta nochmal reinschauen. Das würde mal interessieren. Das Dorf kann man noch nicht sehen, die sind noch nicht auf der Karte. Zu Playway, ja, kannst du fragen. Aber ich kann keine großen Diskussionen jetzt darum führen oder beziehungsweise auf bestimmte Sachen eingehen. Aber stell deine Frage gerne. Und es ist zu vieles jetzt. Dann sage ich sonst einfach Bescheid. Wir wissen auch noch nicht, wie viel das Spiel kostet. Terra Invicta dauert auch länger, ja. Gerrit, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Allgemein gilt aber auch, liebe Leute, falls ihr neu hier sein solltet und Strategiespiele mögt, könnt ihr sehr gerne ein Follow hier lassen. Weil bei uns gibt es in 90% der Fälle alles aus der Welt der Strategiespiele. Von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung haben wir alles bei uns im Programm. Strategie, da bin ich da Spezialist quasi für. Da schreibe ich auch für die GameStar als freier Autor, wenn es rund um die Themenwelt von Strategiespielen geht. Das heißt Millenia zum Beispiel, Stellaris Nexus, Aufbau-Ranking, das habe ich alles geschrieben für die Games. Da könnt ihr gerne dann, könnt ihr gerne hier ein Follow lassen. Oder halt Previews zu neuen aktuellen Spielen. Also Dragon's Dogma 2 haben wir uns zum Beispiel angeguckt, als es rauskam. Bell Ride könnt ihr mir vorstellen, dass wir uns dann angucken werden. Wenn euch sowas zusagt, gerne hier bleiben. Haulik, danke für dein Follow. Vielmehr nach Stadt aus, ja. Unser Dombo Aussi, grüß dich, ja. Ja, und wir hoffen, ich hoffe, dass wir jetzt gleich den mittlere Stadtstatus erreichen werden. Also ich würde mich auch freuen, wenn es hier Multiplayer gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt aus der Content Creator Sicht, ne. Das ist da eher das Ganze. Das ist für einen etwas älteren Spiel, zu Sith. Oder was meinst du, Civilization? Ich mag Civilization. Und LotFW, danke schön für deinen Sub im 8. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, jetzt haben wir endlich wieder Gerste. Und jetzt wird Bier hergestellt. Ja, geil. So, und jetzt werden wir anfangen mit dem Upgraden. Oh, werden wir jetzt hier upgraden. Oh, werden wir jetzt hier upgraden. So, machet die Upgrades bereit. Ha, ha! So, wir lassen das natürlich auch beschleunigt. Wir sonst keine Chance haben, oder sehe ich das falsch? Angry Story Team German, danke schön für deinen Follow und Dropkick. Auch an dich, danke schön für deinen Follow. Ähm. Oh, da müssen wir nochmal einen separaten Scream. Merkt ihr mal die Frage, Dark Rage? Da muss ich, glaube ich, mal einen separaten Scream drauf eingeben, wenn wir immer so ein bisschen Talk haben. Ich glaube, das könnte sonst ein bisschen zu weit führen. Ich hoffe, das siehste, siehste mir nach. Cloud Bear, danke schön für deinen Follow und für den Sub. Vielen lieben Dank. Ich bin auch gespannt, wie die Schmiede aussehen wird. Aber es kommt anscheinend hier hin. Aber wir werden die Leute bald verhungern. Ach, Quatsch. Wir haben bald genug zu essen. Die Bäckerei wird ja auch noch geupgradet. Schade, dass das immer dasselbe große Hausmodell ist. Das ist jetzt die Schmiede. Aber die haben eine Steinmauer darauf hinbekommen. Warum ist denn hier hinten eine Tür? Grüß dich, glaube ich, wer. Warum? Also guck mal, warum jagen die hier oben nicht? Das sind so kleine Problemchen. Ich glaube, da ist es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen verbuggt dann hinterher. Da ist ein einzelner Karren. Vielleicht ist das allgemeine Lager voller Leder. Ne, die haben ja ein separates Lebensmittellager. Das könnte natürlich der Grund davon sein. Wir machen mal ein Upgrade von dem Haus hier. Genauso wie von dem hier. Zeigt, dass sie auf dem Markt stehen und nicht jagen. Das macht immer nur eine Person davon. Also wenn wir jetzt hier drauf gehen oder auf Person, dann sehen wir Lager voll. Die warten, weil das Lager voll ist. Ja, das ist tatsächlich das allgemeine Lager, was gerade Probleme bei denen macht. Das ist das mal hier beschleunigt. Wir wollen das mal weiter sehen, wie das dann aussieht. Ja, wir können Pferde natürlich auch noch holen, aber wir wollen das Geld jetzt erst mal ansparen. Die haben auch beide das Symbol. Eine von diesen Personen ist eine Familie. Da sind immer drei Personen im Regelfall drin. Wir können jetzt übrigens mal den hier rausnehmen. Und den packen wir lieber hier zu der Brennholzhütte dazu. Ach, das geht jetzt nicht mehr. Foxtime Gaming, danke schön für dein Follow. Ist ja interessant. Hungern deine Leute. Die haben gerade ein bisschen Hunger, ja. Ist mal salopp zu sagen. Night is coming habe ich bislang noch nicht gehört. Dark Rage. Weiß ich leider nicht, was das ist. Reicht eine Mühle vielleicht nicht. Äh, gerade schon, beziehungsweise arbeitet gerade keiner. Das macht mich ein bisschen. Das verwirrt mich ein bisschen, muss ich sagen. Warum arbeitet denn da keiner? Stellaris, äh, nächstes Wochenende ist, äh, Stellaris Game of Federations. Da bin ich aber nicht dabei. Ähm, das Spiel läuft flüssig. Hier, ich habe jetzt bei 110 FPS bin ich jetzt. Das ist das erste Mal, dass FPS Einbrüche so ein bisschen kommen bei mir. Vorher war ich bei 144 FPS. Mal gucken, ob ich 144 FPS nochmal hinbekomme. Ja, das sind 144 FPS. Und wenn ich dann rübergehe zu den größeren, dann bin ich so bei 100 FPS. Ich kann halt mit meinem Rechner, kann ich das nur unfassbar schwer vergleichen, ab wann Performance-Probleme auftreten könnten. Weil ich halt so einen High-End-Rechner habe. Da muss ich echt mal die Settings zusammenpacken. Sind Truppen noch ausgehoben? Nee. Nee. Mit Rechtsklick löscht die übrigens die Einheit. Das wusste ich selber nicht, dass das so geht. Ei, 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 der Witzker, Herr Kapitän. Na gut. Das ist ja interessant zu wissen. Schummelecke wollte Ranger nicht dabei haben, sodass er so eine Chance hat. Hat man das auch geklärt. Genau. Erstmal Beef anfangen. Strategieecke hat mich einfach nicht eingeladen zu Game of Federations, weil er einfach weiß, dass ich besser bin als er. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich auch nur noch beim Sie. Nein, ich hab einfach, ich hab keine, äh, keine, ähm... Ich hab einfach keine Lust gehabt auf Stellar... Also, ich hab keine Lust gehabt. Das hab ich aber auch Strategieecke erklärt, dass ich im Moment einfach viele Paradox-Spiele nicht so ganz fühle, ja, um mal dabei zu bleiben. Ich bin enttäuscht in vielen Stellen von Paradox momentan. Und, ähm... Und deswegen wär ich... Bei Game of Nations bin ich gerne dabei, mit dem neuen Victoria 3 DLC. Aber sonst, manche Spiele verlieren mich einfach grad ein bisschen von Paradox, weil ich hier auch viel gespielt habe. Und, äh... Ja, genau. Das ist so der Grund gewesen. Das hab ich aber auch Eka alles gesagt. Das sind Persi. Also, das weiß Eka auch. Das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie, ah, nee, da hab ich keine Zeit und... Hunger. Hab ich keine Zeit und, ach, weiß ich nicht. Und, ach, Mensch, ich wär so gern dabei gewesen. Ich wär gern wahrscheinlich dabei gewesen, ähm... Aber ich kann im Moment einfach das Spiel nicht spielen. Und da hätte ich keinen Mehrwert gebracht. Dann will ich niemanden Platz wegnehmen. So ungefähr. Spilu, danke für dein Follow. Das ist das erste Mal, dass ich nicht dabei bin. Das erste Mal. Da bauen wir noch was hin. Weil wir haben nämlich schon wieder das Pop-Cap erreicht. Wie sieht's hier aus? Ah, es lübt. Es lübt. Wir holen uns dann mal den Forsthorst nochmal wieder dazu. Und Holzfäderlager. So. Schon mal unter 30 FPS. Ja, also man kann sich hier definitiv nicht beschweren, glaube ich. Mit der Performance, das macht schon einiges richtig. Aber warum? Warum kommt's auf einmal zu diesen Problematiken, was die Nahrung betrifft? Genau, 26. April ist der Release. Wir können für 12 Weizen holen oder wir holen uns einfach, wie teuer ist, Rogge, auch 12. Oder wir holen uns einfach direkt Fleisch für 12. Ja, das ist jetzt nicht so schwierig irgendwie zu sagen, was ich da machen werde. Importieren. 100. Das killt uns jetzt ein bisschen, dass das Lager hier oben voll ist. Und die dadurch nicht jagen gegangen sind. Wir haben zu viele Ziegen. Kann man den Wald aufforsten? Ja, mit dem Förster. Stellaris Alternative, Dissenwork 2. Nö, also ich mag Stellaris schon noch manchmal gerne. Aber muss halt auch mal Pause, ne? Muss halt auch einfach mal Pause machen. Ist halt einfach so. Ein paar hundert Stunden da drin. Wenn ich so Release 4 oder 5 Codes von dem Spiel verlosen könnte. Am Freitag gab's ein Giveaway mit 3 Spielen. So, pass mal auf. Immenranger. Senden. Ehren. Water Warning. Wir haben halt noch keine Person da. Wobei, ich kann doch einfach sagen, hier, ne? Ranger Lure. Receive. Ehren. Packesel sollten wir doch haben. Ne, haben wir noch nicht. Für Männerlords, ja. Tuval, grüß dich, hi. Mach mir jetzt gerade ein bisschen Sorge, dass auf einmal die Nahrung so abgeflacht ist. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Für die Post, ja, genau. Die verpacken sie da. Das ist ja so ein bisschen schade. Gut, wir sind natürlich auch ordentlich groß geworden in der Zeit. Ah, da haben wir die 60 Bären bekommen. Dafür haben die jetzt hier drüben keine Bären mehr. Ne, warte mal, das ist Ranger Lure. Hier wollte ich hin. Ja, soviel dazu, ne? Gestern hat er die Ex-Menschen-Polle, der besteht. Jetzt mag er auch Stellaris nicht mehr. Das ist nicht mehr mein... Hallo! Ich habe gar nicht gesagt, dass ich das nicht mehr mag. Hinterhof guten Verweckst, statt abgerissen. Ne, ne, ne. Wir haben nichts abgerissen. Wir haben nichts abgerissen. Das ist jetzt gerade einfach Mangel. Das ist gerade einfach Mangel, den wir hier haben. Ist das mit der Nahrung im Winter nicht normal? Ne, die Nahrung ist vorher runtergedroppt. Und das ist eigentlich nicht normal bei uns. Weil die Tiere, die Jäger eigentlich... Die Jäger eigentlich, äh, uns geschnappt haben. Beziehungsweise die Lager halt von denen voll sind. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, anders kriegen wir das jetzt nicht hin. Shashra, hi. Kurga, dankeschön für dein, äh, für dein Raid. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, meine lieben Leute. Ich grüße euch. Was gab's Schönes bei euch? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich habe gerade gesehen, dass wir einen Holzer und Holztürme schon bauen. Äh... Echt? Warte, muss ich gleich mal gucken. Juhu! Kaschkaras Juhu zurück. Einen wunderschönen guten Tag, meine werten Damen und Herren. Hallo, willkommen bei Manalords. Wir spielen gerade ein bisschen Manalords und haben hier ein bisschen Spaß. Ach, guck mal, jetzt haben wir ein paar Schwerter verkauft. Sehr gut. Ja, äh, hoffe, sie haben meine Anfrage auf Discord gesehen. Ich habe viele Nachrichten auf Discord bekommen. Ah, ja. Hau ich mir später an nach dem Stream. Alles klar, ist ein bisschen runtergerutscht. Gucke ich mir später an. Kampf Kegels, danke für dein Follow. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal, ähm... Auf jeden Fall jetzt nochmal, äh... Ein bisschen Nahrung hier ranholen. Ein bisschen mehr Nahrung. Gemüse. Honig wäre doch was. Honig können wir zum Beispiel gar nicht bei uns holen. Das heißt, wir können immer sagen, importieren. Wie lange spielst du in meiner Lodge? Ich glaube, du bist ein wenig weiter als Korgat. Das hier ist jetzt der Spielstand im dritten Stream. Also ich sag mal, wir sind jetzt ungefähr bei... 15, 16 Stunden, die wir hier im Spiel sind. Ungefähr. Wir haben hier quasi schon unsere T3-Häuser stehen. Allerdings haben wir gerade ein Nahrungsproblem bei uns im Dorf. Taikobu, danke schön für deine Zeit im sechsten Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir wollen jetzt gleich mal gucken, wie das aussieht. Kann ich verstehen, dass ihr Bock auf das Spiel habt. Kann ich verstehen. Ist aber auch einfach ein schönes Spiel. Ist einfach... Es spielt sich auch schön. Was sagst du mir bislang zu Manner Lords, Kurga? Kann man eine Burg bauen? Ging ja in die Demo damals mit Palisaden. Du kannst nur das Herrenhaus bauen momentan. Und das soll dann demnächst Stufe 2 Update bekommen. Wir hatten vorhin den Gebäudedesigner hier. Und er hat gesagt, das ist eigentlich schon so gut wie fertig. Und kann mit dem nächsten Update eingeführt werden. Und es soll auch hauptsächlich dann aus Stein bestehen. Semi-Grut, schon 6 Jahre alt. Anno Alex, guck dir doch mal Nvidia GeForce... GeForce... Ne, GeForce Now an. Das ist von Nvidia eine Cloud Gaming Plattform. Da bezahlst du... Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist im Monat. Und da sind auch Spiele von Hooded Horse bei. Und dann spielst du quasi auf einem Rechner bei Nvidia. Und streamst das Spiel zu dir in Echtzeit. Und da wird wahrscheinlich auch Manner Lords bei sein. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Weil alle anderen Spiele von Hooded Horse auch bei denen sind. Das ist mit Steueramt, Wachtturm und Co. Wachtturm haben wir noch nicht gebaut. Steueramt haben wir schon gebaut. Damit können wir dann Steuern erheben für die jeweiligen Situationen. So, wir werden jetzt mal schauen, dass wir den Rest hier noch fertig bauen. Spiele gerade Jurassic World Evolution. Das andere Welt aber auch Plan spielt. Ja, Jurassic World Evolution haben wir auch vor kurzem gespielt. Da müssten wir auch mal weitermachen. Wir wollten nämlich noch eine Dino-Kampf-Arena bauen. Brauchst eine gute Internetleitung. Ja, das stimmt. Brauchst eine gute Internetleitung dafür. So. Bin schwer verliebt bisher. Hatte mich eigentlich Urlaub für den Release genommen. Und war ganz verrückt, dass ich den Key am Freitag in den E-Mails hatte. Meine finanziellen Mittel sind... Ich weiß leider nicht, wie teuer das ist. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber vielleicht... Schau dir das einfach mal an. GeForce Now müsste es heißen. Einfach eingeben. Dann kommst du auf die Nvidia-Seite. Und da kannst du dann dieses Cloud-Gaming machen. Ich glaube, das kostet... Weniger als Netflix-Abo. Ich weiß es nicht. 10 Euro? Weiß einer, wie viel GeForce Now momentan kostet? Ach, guck mal. Dazu guck, er hat einen Link reingepackt. Lohnt sich nicht, kaufen PC. Ja, gut. Das ist jetzt die Frage, wie teuer das im Monat ist. Hol dir einen Tagespass. Play for a day. Wie teuer ist denn das? Du musst doch Mitgliedschaft da. Hier, das ist übrigens keine Werbung. Ich habe nichts mit Nvidia am Routen. Nur damit das klar ist. Ich finde das aber einfach nur ein cooles Ding. Hier, es gibt einmal... Premium-Rig. Vervorzugter Zugriff auf Premium-Server. Session-Dauer 6... Was heißt denn Session-Dauer 6 Stunden? Fast gelegt ein Grenzwert dafür, wie oft ein Mitglied an einem Tag eine neue Session starten kann. Die Leistung hängt. Okay, man darf also 6 Stunden am Tag zocken. Hä? Moment. Man darf damit nur bis zu 8 Stunden am Tag zocken? Keine Werbung. Oder gratis. Eine Stunde am Tag. Sechs Stunden am Stück. Achso. Sechs Stunden am Stück. Und dann muss ich einmal Pause machen und wieder neu starten und dann kann ich wieder... Ja, wie lesen das? Session-Dauer. Ich weiß nicht, was Session-Dauer sein soll. Also, warte, es geht mal dafür, wie oft ein Mitglied an eine neue Session startet. Ist ja vom Gerätetür weitere Informatien. Hä? Wo habt ihr das gesehen? Okay, also Session soll hier wirklich eine Gaming-Session sein. Okay, ja, gut. Ja, genau. Für mich wäre es halt auch ein begrenzter Zeitraum gewesen. Es gibt dann eine Queue. Ah! Okay. Also man kann aber... Man kann... Du kannst gratis GeForce Now testen. Das Spiel muss man aber trotzdem zusätzlich kaufen. Ach, echt? Ich dachte, das wäre so etwas wie ein Spiele-Abo. Guck mal, wir gucken uns hier mal Against the Storm an. Ich kann da gar nicht draufklicken. Gift Cards Download? Wie funktionieren Spiele? Da ist ein PC-Abo. Okay, das heißt, du musst Männerlords kaufen und dann... Ach so. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Das heißt, du musst die Spiele selber kaufen, hast deins Team... ...und dann kaufst... Dann abonnierst du aber einen PC. Ah, einige aufgeführte Spiele erscheinen möglicherweise erst später in der Woche... ...einschließlich neuer Spielstart. Du musst bereits Titel besitzen oder kaufen, um sie auf die GeForce Now zu spielen. Fügbarkeit von Spielen kann je nach Gerät variieren. Spiele deine Spiele. Ja gut, das kann ja Werbeslogan sein. Hier, deine Spiele. Dadurch, dass du das Abo bei uns hast, sind das quasi deine. Und damit hat man dann diesen... Geil! Die gehören ja mir. Erzeugt. Wisst ihr? Okay, aber... Ist natürlich nichts für einen NASA-PC-Ranger. Ja, aber ich finde das doch trotzdem gut. Also, ich finde das jetzt nicht schlecht. 10 Euro im Monat ausgeben... ...oder halt einen Rechner für 2000 Euro kaufen. Sind halt 20 Monate, die man damit überbrücken kann, ne? 10 mal 10 sind 100. 10 mal 20 sind 200. Das heißt, 200 Monate kann man damit überbrücken. So. Jetzt haben wir den Mathe-Ranger auch richtig genutzt. Also, 200 Monate? Das sind auf jeden Fall mehr als 10 Mark. Genau, dann könnte man das überbrücken, ja. Du musst die gesparten Stromkosten sehen. Bin super zufrieden. Hört sich auch... Also, ich finde, das hört sich auch ganz gut an. Ich sehe da jetzt... Ich sehe da... Ich sage es jetzt mal so ganz naiv, wie ich bin. Ich habe mich damit aber auch... Ich habe mich mit dem PC-Abo-Modell noch gar nicht auseinandergesetzt. So, wie sich das da anhört... ...finde ich das super. Also, ich sehe da keinen Nachteil. Was wäre denn jetzt der Nachteil da dran? Weil ich habe auch gerade kritische Stimmen gehört. Ich sehe... Also, als Laie sehe ich gerade keinen Nachteil da dran. Die Preise hochzuziehen, wie du Netflix und Coma guckst du durch... Ja gut, das ist ja... Das ist ja immer. Das ist ja immer. Aber das ist ja... Das ist ja ein Setzen da drauf, dass die Zukunft schlecht wird. Zeitbegrenzung, ja gut. Pro Session ist es halt, ne? Goldfisch, danke für eine Follow. Also könnte man City Skylines auch spielen, wenn man einen schlechten PC hat. Genau. Fliegt ab und zu raus. Zumindest bei den kostenlosen Stunden. Gut, ja. Dagegen kann ich nichts sagen. Gesundheit. Deutsches Internet ist ein gutes Argument. Ja. Okay. Ja. Doch, doch, doch. Damit hast du möglicherweise recht mit diesen... Das ist tatsächlich nicht verhandelt. Ja, das stimmt. Aber wann hat man mal sechs Stunden am Stück, die man zockt? Außer man ist Content Creator und dann hat man ja meistens einen eigenen Rechner. So Kaffee machen kann da kritisch werden. Ja, Ventilator an und dann. Anno. Am Wochenende. Ne, ihr könnt dann einfach neu starten. Also ihr müsst halt... Nach sechs Stunden ist die Session zu Ende und dann müsst ihr euch einfach nochmal neu einloggen. So, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, ich merke, ich bin anscheinend doch nicht so... Äh, ja. Zeddy, dankeschön für deinen Follow. So, wir wollen dann weitermachen. Wir wollen uns als nächstes... Ich überlege echt, ne? Ich spare noch ein bisschen. Jeden Samstag sechs bis acht Stunden. Zeddy, moin. Okay, ich zock... Also gut, ich kann es aber auch nicht mehr... Ich kann es auch nicht mehr messen. Ich zock privat gar nicht mehr so lange. Aber ich meine, jetzt sitze ich hier mit euch schon seit vier Stunden, 40 Minuten. Deswegen, ja. Also, stumpf gesagt, finde ich das jetzt gerade... Äh, finde ich das jetzt gerade ein interessantes Ding. Außer halt wirklich, deutsches Internet ist halt ein echt gutes Argument. Weil ihr habt ja gesehen am Freitag, wie mein Internet abgekackt ist, ne? Nächste Woche sitzt Ranger hier mit Nvidia-Sponsoring. Wo ist denn die übrigens? Ja, Nvidia, ich wüsste... Erreichbarkeit ist unten. Unten in den Panels, Nvidia. Oder Microsoft. Microsoft Game Pass ist auch sehr zu empfehlen. Microsoft. Unten in den Panels. Microsoft. Aber... Würde ich niemals machen. Immerhin haben wir jetzt... Xbox Cloud Gaming. Wobei Xbox Cloud... Also, der Game Pass, der ist ja nur das Spiel. Guck mal, das wäre perfekt, wenn Nvidia mit Xbox zusammen agieren würde. Ja? Weil da stand ja extra bei, dass es nur auf Steam zugreift. Wann kommt Werbung? Wenn Xbox... Wenn Microsoft oder Nvidia sich bei mir gemeldet haben. Für Ubisoft. Oh! Oh, Ubisoft. Gutes Thema. Vielleicht nochmal erwähnt nebenbei. Nebenbei mal erwähnt. Kontrolliert mal, wenn ihr Ubisoft besitzt, den Ubisoft Launcher besitzt. Kontrolliert mal im Ubisoft Launcher eure Spiele alle durch. Ich habe gehört, dass die Spiele in letzter Zeit ein paar, bei denen die Server abgeschaltet worden sind. Auch die gesamten Spiele bei euch aus der Bibliothek entfernt worden sind. Das ist ja etwas, das steht ja in den AGBs drin. Das steht auch bei, äh, bei Steam in den AGBs drin. Also, das ist nichts Unnormales. Nur, dass das, dass davon jemand Gebrauch macht, das ist eher, ähm, das ist eher unnormal. The Crew, genau. The Crew betrifft das. The Crew betrifft das zum Beispiel. Jetzt ist das erste Mal das passiert, das, äh, früher als eines der Argumente gegen, gegen Steam und Co. genannt worden ist. Dass halt Spiele nicht mehr in unserem eigenen Besitz sind, sondern wir nur die Nutzungsrechte dafür erworben haben. War klar, dass Ubisoft das als erstes machen muss. Ich meine, come on, wer hätte es sonst als erstes machen sollen? War ja klar, dass es Ubisoft macht. Ist, äh, jetzt mal, ne, unter uns Pastorentöchtern. War ja wohl klar, dass die das machen. Ich hab echte Crew und, äh, ich kann sie nicht mehr installieren, hm? EA, ja, gut, EA, ja, ja, okay. Wobei, EA ist irgendwie auch so in der Belanglosigkeitsatmosphäre versunken irgendwie. EA macht einfach nichts Neues mehr, EA ist einfach in ihrer, in ihrer Lücke drin und sagt, jo, wir machen einfach nur noch die Sportspiele und dann, dann war's das. Ich will, dass die hier noch fertig werden. Meiden Magic 7 ist auch drin, hoffentlich machen die das nicht. Und, äh, Madden. Madden dürft ihr nicht unterschätzen. Madden hat auch eine riesengroße Fanbase bei EA. So, wir werden die auch nochmal nach oben schrauben. Damit wir die nochmal verbessern. Auf Steam gibt's ja schon lange, hab auch Games, die ich nicht mehr spielen kann. Also, bei Steam, dass Steam von sich aus aktiv wird und die Spiele rausnimmt, ist eher untypisch. Das kann entwicklerseitig sein. Steam macht das nur, die nimmt Spiele aus dem Verkauf raus und das ist dann. Aber Spiele, die nicht mehr auf Steam kaufbar sind zum Beispiel oder so, die sind trotzdem noch in meiner Steam-Bibliothek. Ich glaub, das beste Beispiel ist Ruse. R-U-S-E. Wer das noch von euch von früher kennt. Warum bauen die denn jetzt die hier nicht weiter? Woran scheitert's denn da gerade? Das glaub ich, Abel. Das glaub ich. Ihr kauft aber nicht mehr verkaufbare, kann ich weiter zocken. Genau, ich auch bislang. Ich auch. Ach, äh, Live is You, MMO ist auch offline gestellt. Wusste ich gar nicht. Sind die schon fertig? Warum werden die jetzt noch nicht weitergebaut? Okay. Wenn man bei GOG die Spiele kauft, dann gehören die einem. Und ist sogar so, ähm, ich weiß nicht, ob das auch bei aktuellen Titeln der Fall ist. Oder ob's überhaupt noch der Fall ist, früher ohne Kopierschutz sogar. Aber da war's halt wirklich noch Good Old Games, über die Zeit, über die ich da rede. Also da war wirklich nur alte Spiele drin. So, jetzt, warum, warum macht ihr denn nicht, baue doch das Gebäude bitte fertig. Wir haben 20 Familien, die nichts zu tun haben. Okay, wir haben jetzt wirklich alle, alle Familien irgendwo zuweisen können. Mega gut. Sehr cool. Weil's auf Pause steht. Äh, die Gebäude selber stehen in Pause. Also die Produktion. Das hat hiermit nichts zu tun, weil den Rest haben sie nämlich geliefert. Ich kann mal die Pause rausnehmen. Vielleicht ist das ein Bug. Kann ja sein. Jackstar, danke für dein Follow. Rein rechtlich wäre das sicher interessant, wie das aussieht. Das Runternehmen, das steht in den AGBs drin. Ähm, auch bei Steam. Bei allen Plattformen. Dass du, äh, nur die Nutzungsrechte, ähm, erwirbst. Aber, also, jetzt plump leidenhaft gesagt, nur die Nutzungsrechte erwirbst. Aber die, die Plattform sich vorbehält, zu jeder Zeit diese Sachen aus deinem, ähm, aus deiner Bibliothek zu empfehlen. Da fehlt Holz. Ja, aber wir haben genug Holz. Also es muss nur hier hingebracht werden. Der Überschuss ist das Wichtige. Hey, Fox, grüß dich. Das ist ein schönes Spiel, interessant. Wie weit deine Gebäude schon entwickelt sind. Ja, Stufe 3. Late Game. Wir haben das Late Game erreicht. Wapo, das freut mich. Dankeschön. Was los, Fox, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Die hier würde ich gerne noch upgraden. Sobald's auf Steam ist, ist das, also du, du stimmst Steam zu, wenn du Steam nutzt. Jetzt gleich. Sehr gut. Okay. Leute, guckt euch das an. Unsere Stufe 3-Siedlung. Stufe 3 ist momentan die höchste, genau. Stufe 4 ist wohl schon soweit fertig, aber das muss dann auch noch etabliert werden. Herr, äh, lordlich. Wo kacken die hin? Die haben Plumpsklo hinten dran. Hier. Da ist zum Beispiel das Plumpsklo höher gestellt. Ich finde das gut mit dem Herz. Ich glaube, das ist falschrum hier dran gemacht. Kann das sein? Warum soll den Herz nach draußen gehen? Ups. Guckt euch das mal an, wie gut das einfach aussieht. Oh, ist das schön, ey. Freut mich, Slothfox. Genieß es. Leg die Füße hoch. Guckt euch das an. Und jetzt auch mit dem kleinen Hang da im Hinter... Ah, geil, ey, boah. Das finde ich super. Das finde ich super. Ups. Falsche Taste gedrückt. Atomroffelbomber. Danke für deinen Follow. Dann können wir nämlich jetzt hier, Besichtigung, und jetzt... Ohne Scheiß sieht das auch mit dem Licht- und Schattenverhältnis nicht gut aus. Mit dem leichten Grün, diesen Weg hier lang zu gehen. Hat sogar was von historischer Altstadt heutzutage. Irgendwie, ich weiß nicht, Sanden oder so. Oder auch Teile von Aachen oder ähnliches. Und dann kommt man hier auf den Marktplatz drauf. Und dann sieht man die anderen Fachwerkhäuser drumherum. Da hinten sind die zwar nicht so eng, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Hier eine Häuserreihe. Verschiedene Gebäude. Eine Kirche. Wir haben dann noch unsere Taverne. Ein wunderschöner Marktplatz, an dem wir unsere Waren kaufen können. An dem alles hier gehandelt wird. Leben, Jubeltrubel, Heiterkeit stattfindet. Ornamente haufe ich auch drauf. Die Dönerbude, die haben wir auch natürlich dabei. Hier ist die Schenke. Wenn wir dann hier noch ein paar Stufe-3-Häuser hinbekommen, dann wird es noch schöner. Oder hier die Stufe-3-Häuser. Und dann können wir hier nämlich noch rüber gucken. Und A... Ey, ich bin sprachlos. Marktbrunnen haben wir leider nicht. Also es gibt einen Brunnen, aber den müssen wir auf der... Auf der... Moment jetzt. Escape, genau. Den müssen wir immer auf der Grundwasserquelle errichten. Schade, dass wir die Taverne auch noch nicht upgraden können. Ich hoffe so sehr... Ich hoffe so sehr, dass wir die Spielstände weiterspielen können. Das wäre das Schlimmste. Stellt euch mal vor, jedes Mal, wenn ein Upgrade kommt, müssen wir die Spielstände neu... Äh... Neu erstellen. In dem hier rumzugehen. Ja. Ne, der hat keinen Effekt oder Nutzen. Ne, ne. Wir bauen uns nochmal hier einen Turm hin. Straße bauen wir dann auch hier hin. Ne, man kann leider an Schlachten nicht teilnehmen oder so. Das geht nicht. Das geht nicht. So, wir wollen nochmal ein paar Außentürme bauen. Hallo. So. Das wollen wir dann auch nochmal bauen. Dafür brauchen wir jetzt allerdings nochmal ein bisschen Holz. Okay, wir brauchen noch 46 Holz. Das ist Crytek. Dankeschön für dein Follow jedenfalls. Vielen lieben Dank. Was bringt die Burg? Äh, wir können hier drin zum Beispiel Steuern einstellen durch das Steueramt und vor allem auch, ähm, eine Leibgarde, die wir nutzen können. Apropos Leibgarde, die müssen wir auch nochmal ein bisschen verbessern, weil sonst wird die nämlich bald Probleme haben. Gefolge anpassen. Und P4 Freak auch an dich. Dankeschön. So, jetzt haben wir die auf Maximum gebracht. Zumindest das momentane Maximum. Wir bekommen dann durch den Turm, den großen Wachturm, den wir gebaut haben, bekommen wir nämlich nochmal eine plus zwölf, äh, plus zwölf dazu. Das heißt, wir könnten theoretisch sagen, warte mal, ist ja viel einfacher, wenn wir das so machen. Kann ich das denn entfernen wieder? Kann ich da einfach hier nochmal einen Turm hinbauen? Oder geht das nicht? Ah, wir können leider nur einen davon bauen. Schade. Wäre natürlich cool gewesen. Ist das, was du baust, quasi der Bergfried? Ja, genau. Genau. Carrera, danke für dein Follow. Ist der Bergfried, wenn man so möchte. SDLC Burg bauen, Jungfern und, äh, Drachen. Ja, nee, also, äh, der, äh, steht auf jeden Fall schon fest, dass der Burgfried, oder der Bergfried, den wir hier oben haben, das ist ja eher ein Bergfried, der wird auf jeden Fall Stufe 2 Update demnächst bekommen. Das ist auch schon fertig, hat, äh, Jakob, der einer der, äh, oder der Entwickler der Häuser gesagt, vorhin hier im Chat. Das steht schon, das steht schon fertig. Das muss nur geupdatet werden. Das ist, das ist schon, das ist schon drin. Guckt euch das auch mal an, wenn wir jetzt hier runterschauen. Guckt euch das mal an. Ey, es, ich, bin sprachlos. Onkel Chrissy, moin. Das Einzige, was jetzt gerade ein bisschen blöd ist, ist natürlich die Nahrung. Der Witcher würde sich hier auch zu Hause fühlen. Das hoffe ich doch. Wobei mir das hier wirklich noch Sorge macht. Ich werde noch mal eine weitere, weiteres Feld. Ich verstehe noch nicht so ganz den, äh, die, die Nutzung von, von, von Feldern. Ach, ist das schon wieder verpackt da? Und, äh, Heisenberg, vielen lieben Dank auch, äh, an dich für ein Follow. An der Mauer nur normale Wachtürme. Habe ich mir auch überlegt, aber weiß ich nicht. Ach, Mann, das ist schon wieder verpackt. Wird das Spiel den Mods unterstützen? Ich glaube schon. Mods, werdet ihr vom Spiel unterstützt? Ah, ha, ha. Der Witz musste sein. Geht schon wieder nicht. Mehr kleinere Felder. Hier haben wir, hier haben wir einige kleine Felder. Ein Morgen soll am effektivsten sein. Habe ich bei Ecke gehört. Daher, damit, damit kann man, können wir dem Ganzen ja schon mal nie mehr folgen. Da brauchen wir einen guten Spieler, der das sagt. Klein, das ist doch klein. Ja, komm, dann bauen wir hier oben ein kleines hin. Wo ist denn der John Deere? Hier gibt kein Morgen mehr. Nur noch Nacht. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ach, Gott. So. Brache. Das müssen wir aber zur Brache bringen. Ha, ha, ha. Versteht ihr? Wir müssen ja auch mal ernst miteinander springen. Das, ha, ha. Hui. Ja. Baupriorität sehr hoch. Ich denke, zwei Abende sind besser als zwei Morgen. Wie ist es eigentlich bei euch so, liebe Leute? Seid ihr eher die Morgenmenschen? Also, dass ihr sagt, Morgenstund hat Gold im Mund und ihr freut euch, wenn ihr morgens zum Beispiel zocken könnt oder die Zeit für euch verbringen könnt? Oder seid ihr mehr so Abendmenschen, die sagen, ah, sobald es dunkel wird, da kann ich mein, da, äh, da kann ich am besten zocken. Da habe ich, äh, meine Ruhe. Da, äh, kann ich, weiß ich nicht, leben, wie ich gerne möchte. Eins ist Morgenmensch. Zwei ist Abendmensch. Das würde mich mal interessieren, wie es so bei euch ist. Oh, ne. Danke für den Follow. Eins ist Morgenmensch. Zwei ist Abendmensch. Okay, ist ausgeglichener, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Hätte ich nicht gedacht. Morgens muss ich arbeiten. Ja, ich rede mal jetzt von einem Wochenende. Diesen Tag ist schon wieder ein Follow. Das ist definitiv eine Eule. Nur die Frage ist, ob Morgen- oder Nacht-Eule, ne? Ich muss sagen, bei mir variiert das ganz, 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 ganz stark. Also, ich mag es tatsächlich morgens. Das ist ja auch der Grund, warum wir Samstag, Sonntags um 9 Uhr streamen. Ähm, morgens ist schon, mag ich schon ganz gerne an der einen oder anderen Stelle. Aber mittlerweile ist es doch, früher war ich eher die Nacht-Eule. Mittlerweile ist es aber doch schon so, alleine aufgrund der Familie, dass wenn halt abends alle im Bett sind und ich dann alleine bin und ich dann einfach entweder spielen kann oder einen Film gucken kann oder eine Serie gucken kann oder, ich weiß nicht, nackt Pompons hin und her werfen kann, dann ist das irgendwie, das ist dann eher so meine Zeit jetzt mittlerweile. Also, es ändert sich wieder. Es ändert sich immer hin und her. Es ist aber, es ist wellenförmig. Es ist keine gerade, sondern es ist wellenförmig bei mir im Leben. Ne? Wenn Ranger um 9 Uhr streamen, ist er für mich nur halb in der Nacht. Ach ja, jetzt ist er bei, ja. Maxi the King, danke für dein Follow. Morgen circa 3, abends, Jack the Lions 3. Ranger ist auch Schichtarbeiter. Ja, wenn man so möchte, kann man da Schichtarbeit zählen. Aber da ich weiß, wie anstrengend Schichtarbeit ist und wie reudig Schichtarbeit ist, würde ich das niemals damit vergleichen. Mein Vater arbeitet seit 40 Jahren im Schichtdienst. Und ich glaube, nee, länger mittlerweile. Über 40 Jahre. Deswegen, ich würde niemals, es gibt wenig Sachen, wo ich sage, das würde ich niemals machen. Aber was ich niemals machen würde, wäre Schichtarbeit. Weil ich das nicht aushalten würde. Ich bleibe gerne hier, freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Zum Beispiel auch, zwei von meinen besten Freunden sind auch im Schichtdienst. Das heißt, zum Beispiel, einer der Vorteile, das ist ja zum Beispiel etwas, was immer viele kritisieren, ja, oder was heißt, worüber man sich als Content Creator beschwert, man arbeitet dann, wenn andere frei haben. Ich muss sagen, ich habe Glück, weil diese beiden halt sehr häufig am Wochenende arbeiten müssen. Die haben nur einmal alle fünf Wochen frei am Wochenende. Das heißt, wenn ich unter der Woche, vom Mittwoch bis Freitag frei habe, also nicht streame, dann kann ich mit denen eher was machen, als wenn ich am Wochenende nur frei hätte. Was für mich tatsächlich auch ein großer Vorteil ist. Also meinen Freunden mehr machen zu können. Major Crow, danke schön für deinen Follow. Aber ich bin sowieso privilegiert, ja. Ich möchte es euch ganz ehrlich sagen. Content Creator ist ein harter Beruf, ist ein anstrengender Beruf. Aber es ist der leichteste Job, den ich jemals gemacht habe. Punkt. Durch viele verschiedene Dinge. Und das schmälert jetzt nicht die Arbeit von den Content Creators oder jährlichen. Einfach ist für mich persönlich einfach so. Und dankeschön für die Follows. So, Hockey Pong und Lisan. Weil man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ja, das hat natürlich einen großen Einfluss. Das ist ja halt vollkommen freiwillig, vollkommen, selbstbestimmt. Schön. Du hast ja auch keine 24er veranstaltet. Klar, dass es einfach ist. Kappa. Ja, ja, sicher. Ich lege mal hin. Berufssohn. Das ist Informatik. Kann ich in die Zeit komplett frei einteilen. Das läuft alles auf Erfolgsbasis. Das ist es halt. Also was für mich halt der beste Teil ist, was für mich diesen Job so entspannt, in Anführungsstrichen, macht. Entspannt ist er nicht. Aber was diesen Job so wunderbar für mich macht, ist halt wirklich die freie Zeiteinteilung. Das könnt ihr euch, das können sich wahrscheinlich viele nicht vorstellen. Freie Zeiteinteilung ist eine der wertvollsten Sachen, die man, glaube ich, im Arbeitsleben haben kann. Weil ich Bäcker-Arbeitszeiten habe. Oh, Bäcker-Arbeitszeiten sind auch hart. Boah. Ist das ein neues Game? Ja. Beziehungsweise kommt er es noch raus, am 26. April. Sibirien, danke für dein Follow. Die Sache ist sogar, wenn man freie Zeiteinteilung hat, dann arbeitet man meistens sogar noch mehr, als es ohne freie Zeiteinteilung ist. Ich bin ja Personalmanager eigentlich auch. Das heißt, ich habe mich zum Beispiel viel mit diesen Modellen befasst. Vier Wochen Arbeit, vier Tage Woche gegen fünf Tage Woche. Gleitzeit gegen Kernarbeitszeit. Solche Sachen, damit habe ich mich insgesamt mit beschäftigt. Und es war immer so, bei den, sowohl beruflich als auch wissenschaftlich, wenn ich mich damit beschäftigt habe, bin ich immer zu der Konklusion hinterher gekommen. Und was sagen sie? Mehr Freiheit gibt mehr Leistung. Punkt. Im Regelfall. Im Durchschnitt gesprochen. Natürlich dann immer wieder einen gibt, der dann auf einmal sagt, ja, jetzt bin ich zu Hause, jetzt muss ich nie wieder arbeiten gehen. Ist klar. So, und hier bauen wir auch noch Häuser hin. Wie ist dein Feedback zu dem Game? Positiv bislang. Wir haben die maximale Siedlungsstufe erreicht. Guckt mal. Wir haben es geschafft. Aktuelle Siedlungsstufe Großstadt. Also wir haben quasi das Ziel erreicht. Wir sind eine Großstadt geworden. So groß ist die Stadt doch noch gar nicht. Siberian, danke schön für eine Follow. Wie ist mein Feedback? Äh, Feedback. Wie ist Feedback zum Spiel? Ich weiß nicht, wie Fizek zum Spiel steht, aber mein Feedback zum Spiel. Kann ein Haus mittlerweile zwei Anbauten haben? Nee. Jetzt sind wir noch bei einer. Also mein Feedback zum Spiel. Ich würde euch, ich würde jetzt wirklich mal ein Feedback zum Spiel geben. Das, was ihr hier seht, also diese Stadt hier, dann dieses kleine Dorf hier drüben, beziehungsweise diese Waldlichtung, die wir hier hingebaut haben, das, was wir hier hingebaut haben, das ist jetzt quasi der Inhalt, den es momentan im Spiel gibt. Das ist, das ist der Content des Spiels momentan. Ich kann euch sagen, das hier ist eines der besten Early Access Spiele, die ich jemals spielen konnte, weil wenig Bugs drin sind. Die Bugs, die ich sehe, sind rudimentär, also das ist kein Game-Breaking-Bug oder ähnliches. Mal nervig, wenn man es um den Ochsen-Bug geht, aber das war der einzige, den ich dort gesehen habe. Dann, ähm, haben wir hier aber auch schon die Möglichkeit, sehr viel trotzdem zu gestalten. Gerade die frühe Spielphase ist etwas, bei der wir uns sehr individuell, äh, ja, sehr individuell diese ganze Zeit einteilen können und weiß ich nicht was. Das Ganze ist aber auch so gestaltet, dass es einen langsamen Aufbau hat, also man soll wirklich auch entschleunigt werden, aufgrund dessen, wie das ganze Spiel spielt. Wenn wir dann jetzt hinterher den Content in einem Territorium ausgenutzt haben, können wir halt mit den anderen Territorien anfangen, können anfangen, dort eine andere Spezialisierung durchzuführen, fangen dann nochmal dort eine Stadt von Null aus an und können uns damit dann nochmal Gedanken machen, war das, was wir am Anfang gemacht haben, gut, war das, was wir am Anfang gemacht haben, äh, schlecht und können dann einfach nochmal unsere Traumstadt neu bauen, wenn wir neue Ideen verfolgen möchten. Was es sehr gut macht, weil man dann nicht jedes Mal einen neuen Spielstand starten muss, sondern weil man einfach hier drin sagen kann, ähm, ich mach das in dem Spielstand, hol mir ein anderes Territorium und dann werde ich mein Dorf, das aufgebaut wird, hier mit dem Dorf, das bereits läuft, versorgen. Ich persönlich sag auch schon, dass es hier einiges im Midgame gibt, aber ihr werdet ungefähr so eine, ähm, so eine Zeitspanne von, ich sag mal, 15 bis 20 Stunden haben, in der ihr euer erstes Dorf hier errichtet habt und dann das erste Mal bis am Content-Ende angekommen seid. Ich sag mal, ihr habt 20 Stunden. So gute 20 Stunden, dann werdet ihr den momentanen Content des Spiels, äh, raus haben. Aber jetzt muss man dazu sagen, das ist die Preview einer, einer Early Access Release Version, die in zwei Wochen rauskommt. Am 26. kommt es erst für euch raus und, ähm, das ist natürlich auch der Hintergrund, warum wir Content Creator da schon spielen können, weil jetzt so geschaut wird, wie lange dauert das Ganze. Das ist quasi wie so ein Open-Play-Test, den ihr euch anschauen könnt. Und jetzt noch die Updates, wie das zweite Herrenhaus hinzukommen und ähnliches. Und ich freu mich sehr darauf. Es soll zum Beispiel eine Stufe 4 für die Gebäude noch geben, Herrenhaus Stufe 2, das hauptsächlich auch Stein ist und dann mehr aussieht wie ein, wie ein Bergfried. Ähm, ich glaub Tavernestufe 2 ist auch schon fertig, wenn ich's richtig im Kopf nebenbei mitbekommen habe. Also wir bekommen hier auf jeden Fall auch Content für die nächste Zeit mitgeliefert. Nur ihr müsst euch dann halt im Vorfeld darüber bewusst sein. Das Spiel baut darauf auf, dass ihr euch selber eine Geschichte erzählt, euch selber damit auseinandersetzt, von der Immersion lebt das Ganze und ihr einen City-Builder im Mittelalter habt und dann dadurch euch selber die Ziele ein bisschen stecken müsst, wenn ihr diese denn dann wollt. Ich persönlich mag das sehr gerne. Ich persönlich mag das Spiel bis hierhin sehr gerne. Man merkt, dass dem Spiel noch ein bisschen Inhalt fehlt. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Ja, also jetzt ist, jetzt ist das Spiel durch für mich. Jetzt ist das Spiel durch. Jetzt sind wir damit, also ich würde sagen, das ist auch so. Jetzt sind wir mit dem Spiel durch und haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und fertig, ja. Aber bis dahin haben wir halt jetzt auch wirklich viel Spaß gehabt. Und ihr seht es ja hier, mit was für einer Aussicht man dann hinterher belohnt wird, wie schön das Ganze aussieht. Natürlich will ich auch noch Deko-Elemente dazu haben. Ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall noch nächstmöglich dann dazu gepackt möchte. Aber das hier, wunderschön. Guckt euch das auch mal aus der Perspektive heraus an, mit den Feldern im Hintergrund. Guckt euch das einfach mal an. Komme ja nie rum, sowas mit Anno 1800 zu vergleichen. Na, die Spiele sind zu unterschiedlich. Ich, also, die Spiele sind so unterschiedlich. Ich würde das hier fast eher mit City Skyline 2 vergleichen, als mit Anno. Ja. Ihr konntet jetzt selber sehen, wie das Spiel ist, ne. Also ihr habt ja jetzt hier einen guten Eindruck bekommen in das Ganze. Konntet euch hierüber jetzt eine Meinung bilden und ganz ungeschönt live uncut, seht ihr das auf YouTube, seht ihr das auf Twitch, wie das Spiel ist, was das Spiel bietet, ohne dass ich irgendwo hätte einen Zeitsprung machen können oder ähnliches. Ne? Männerlords. Männer posición auf Henrik-Kausen,